Stunde der Drachen 1. Zwischen den Welten. Geschrieben von Eva Oquette. Gelesen von Felix Bormann. Prolog. Deutschland im Januar. Gegenwart. Eisig war der Wind, der ihr ins Gesicht schlug. Er zerrt an ihren Kleidern wie ein Kind, das versucht, um jeden Preis die Aufmerksamkeit seiner Mutter zu erhaschen. Auf ihren Armen richteten sich die Herrchen auf, ein Nebeneffekt der Gänsehaut, die sie erschaudern ließ. Sie fühlte sich seltsam, fast ein wenig euphorisch. Früstelnd zog sie die Schultern hoch, als die nächste Böe sie erfasste. Ein unangenehmes und zugleich wohliges Prickeln wie von tausend winzigen Nadelstichen maltretierte ihre zarte Haut. Es war kalt, richtig kalt. Tief unter ihr dröhnte das Rauschen der tosenden Wassermassen, die sich durch das Flussbett wälzten, jeden Gedanken und jedes Gefühl betäubend. Bedrohlich und mitleidlos versprachen sie den sicheren Tod. Als sie hinabblickte in die Dunkelheit, verspürte sie die vertraute Sehnsucht. Sie hatte sich sorgfältig auf diesen Tag vorbereitet. Doch in die Gewissheit, die sie über so lange Zeit empfunden hatte, möchte sich plötzlich der Hauch eines Zweifels. War das wirklich ihr Weg? Vielleicht gab es doch noch eine andere Möglichkeit. Lächeln schloss sie die Augen und die kalte Nachtluft strömte fast schon schmerzhaft in ihre Lungen. Die Lethargie und Furcht, die sie all die Monate geradezu erstickt hatten, all der Zorn, den sie in den letzten Tagen erfüllt hatte, für einen Moment schienen sie von innen heraus zerreißen zu wollen. Sie schüttelte den Kopf. Nein, ihre Entscheidung stand fest und es gab keinen zurück. Die Unsicherheit verschwand. Einfach so. Erleichtert hob sie das Kinn und blickte zum dunklen Firmament hinauf. Nie war der Himmel so klar gewesen. Nie hatten die Sterne so hell geleuchtet, der Mond so bleich und beeindruckend auf sie herabgesehen. Ihr Lächeln vertiefte sich. Ein warmes Gefühl stieg in ihr auf und tröstete sie. Sie wusste nicht, wie sie es benennen sollte. Es war wie die Erwartung dessen, was danach kam. Ähnlich einer Umarmung. Fast wie früher, wenn sie eine lange Reise beendet und sich auf daheim gefreut hatte. Sie hatte bereits viel zu lange gezögert. Worauf hatte sie gewartet? Es war Zeit. Schon so lange Zeit. Ihre Hände glitten über das kalte Metall des Brückengeländers. Sie fühlte die Risse in dem alten, brüchigen Lack und die abblätternde Farbe unter ihren Fingern. Der Lärm der Stadt, der Menschen und der Autos rückten weite Ferne. Hinter ihr lag eine Welt, die sie verstoßen hatte. Eine Welt, da sie selbst nur den Rücken kehrte. Dies war der richtige Weg. Es war ihr Weg. Und es war Zeit, sich von diesem Leben zu lösen, das schon so lange keines mehr war. So viele Enttäuschungen, so viel Schmerz, den Worte und Taten ihr bereitet hatten. So viele Menschen, von denen sie einst dachte, sie wären Freunde und die sie schmächlich im Stich gelassen hatten, als sie sie am dringendsten gebraucht hätte. Nein, es gab keinen Weg zurück. Doch es gab einen nach vorn. Den Kopf hoch erhoben, schloss sie erneut die Augen und atmete tief ein. Die eisige Luft füllte ihre Lungen und der Geschmack von Schnee benetzte ihre Zunge. Zeit zu gehen. Ein Finger nach dem anderen löste sich vom Brückengeländer. Sie spürte den Wind, der an ihren Kleidern zerrte. Sie lächelte. Es fühlte sich an, wie nach Hause zu gehen. Langsam lehnte sie sich vor. Der Beton unter ihren Füßen wich zurück und die Nacht umfing ihre Gestalt in einer zärtlichen Umarmung. Kälte, wich lauer Wärme, seidenweich und tröstend. Schwerelos schien sie dahin zu gleiten, schwebend in der Sphäre des Augenblicks. Ihre Lieder hoben sich und sie blickte dem silbrig glänzenden Wasser entgegen, in dessen Wirbeln sich das Mondlicht brach. Schneller, immer schneller. Sie würde frei sein, endlich frei sein. Ihr Fall war stumm und der Körper versank im Tumult der nahen Stadt lautlos in der wogenen Finsternis. Schatten huschten vor ihren Augen und die nebligen Schleier verwirrten ihre Sinne. Unnachgiebig flocht der Fluss sie in den eisigen Griff ein, und als ihr Herz in dieser Welt den letzten Schlag tat, lag ein friedliches Lächeln auf ihren Lippen. Erstes Kapitel Die Kreuzung im alten Handelsweg Serevan, im Nebelung, November, anno 1585. Mühsam öffnete sie die Augen einen Spalt breit. Das helle Licht brannte sich erbarmungslos in ihren verschwommenen Blick und sie kniff gequält die Lieder aufeinander. Wo war sie? Etwas klopfte beharrlich gegen ihre schmerzende Schulter. War die Nacht schon wieder vorbei? Sie wollte nicht, nicht jetzt. Eben noch war da dieser Traum gewesen. Wunderschön und voller Glück. Weitläufige grüne Wiesen, ein endloser blauer Himmel und die Sonne, die ihre Haut wärmte. Und hinter ihr eine breite Brust, gegen die sie gesunken war. Arme, die sie umfing. Sie war daheim gewesen. Wer weckte sie nun? Ihre Eltern? Ihre Geschwister? Bilder in ihrem Kopf, ein lächelndes Gesicht, umrahmt von braunem Haar, eingebettet in der Wolke aus wattigem Weich, dunkle Schatten unter den sanften, liebevollen Augen, bleiche Haut, dein letzter Gruß. Etwas bohrte sich in ihre Brust und hinterließ einen brennenden Schmerz tief in ihrem Herzen. Wer war das? Blinzelnd und eine Hand vor das Gesicht geschoben, kämpfte sie sich in die Gegenwart und sah nichts aus einer eintönigen, hellen Grau, das sie umgab. Nur langsam klärte sich ihr Blick. Ein riesiger, schemhafter Umriss manifestierte sich vor ihr zu einer Art beharrtem Ungetüm. Entsetzt riss sie die Augen auf und versuchte, vor dem Monstrum zurückzuweichen. Unsanft stieß sie mit dem Rücken gegen etwas Hartes, Unnachgiebiges und zuckte zusammen. Ihr Kopf ruckte herum. Kälte, eisige, nasse Kälte, die sie einhüllte wie eine weiche Decke. Eine ziemlich frostige Decke. Plötzlich holte sie die Wirklichkeit ein und die Realität stürmte mit Gewalt über sie hinweg. Sie fror. Ihre Finger fühlten sich an, als säße sie ein Trog voller Eis. Zitternd holte sie Luft. Ihr Blick zuckte fort von dem Scheusal vor ihr und strich über das, was sie umgab. Eine weiße, hügelige Landschaft, dazu ein grauer Himmel, soweit das Auge reichte. Faszinierend und wunderschön. So viel Weite, so viel Licht. Die Umgebung fühlte sich vage vertraut an, auf merkwürdige Art und Weise, als wäre sie lange nicht hier gewesen. Dennoch war sie sich sicher, das alles hier zum ersten Mal zu sehen. Wo war sie? Verwundert blickte sie sich um. Warum saß sie mitten in einer Schneewehe und lehnte sich gegen einen alten, knorrigen Baum? Bist du also endlich erwacht, Junge? Irritiert über die Worte und den seltsamen Dialekt, den er sprach, runzelte sie die Stirn und erkannte schließlich das mörrige Gesicht eines bärtigen Mannes und einer gigantischen Fellmütze, die ihn fast völlig verbarg. Ihr Ungetüm war also ein Mensch. Seine Kleidung war, gelinde gesagt, merkwürdig. Ein dunkelbrauner, zotteliger Mantel, der aus Tierfällen zusammengenäht worden war, lag über seinen Schultern. Hässliche Stiefel aus undefinierbaren, ledrigen Häuten bedeckten seine Füße bis zu den Waden und ein wallender Rock endete kurz über den Knien nackter, starker, beharrter Beine. Wer war das? Und was war er? Ihr schwindelte. Blinzend lenkte sie ihren Blick auf sich selbst. Schmuddelige, grauen Hosen bedeckten ihre Beine und ein dicker Pullover aus kratziger, brauner Wolle hüllte ihren restlichen Körper ein. Alles war schmutzig, von einer dünnen, trockenen Schicht Dreck bedeckt. Sie fühlte sich merkwürdig in dieser unförmigen Kleidung, die sie verunschaltete, ihr jedoch keinen Schutz gegen die Kälte bot. Zu verwirrt, um ein Ton von sich zu geben, blieb sie sitzen. Wo zum Teufel war sie? Dies war nicht, war nicht. Ja, was eigentlich? Sie presste eine Hand gegen ihre Schläfe. Ihr Schädel dröhnte. Seltsame Bilder wechselten sich mit unverständlichen Erinnerungsfetzen ihren Kopf ab. Was war passiert? Warum saß sie hier barfuß im Schnee? Und wer war dieser Fremde, der aussah, als hätte er mit seinen eigenen Händen ein bärenes Fell abgezogen und das sich als Mantel um die Schultern gelegt? Ein Schaudern überlief sie. Das lag nicht nur daran, dass sie so entsetzlich fror. Irgendwas lief ihr ganz fürchterlich falsch. Gleichgültig, was für ein Ort dies war oder wer dieser Mann war. Sie gehörte nicht hierhin. Warum nur konnte sie sich daran nicht erinnern, wie sie hierher gekommen war? Träumte sie immer noch? War das alles gar nicht real? Sie streckte einen Arm aus und berührte den Schnee. Er war real. Kalt und nass. Er raubte ihr die Wärme und das Leben. Das Zittern, das sie gefangen hielt, wurde schlimmer. Sie blinzelte. Unmöglich. Ihre nackten Füße fühlten sich an wie Eisklötze und vermutlich würde sie sich eine Blaseentzündung holen, wenn sie noch länger sitzen blieb. Dennoch war sie unfähig, sich zu bewegen. Alles hier fühlte sich fremd und falsch an. Wo war sie? Kannst du mich verstehen, Junge? Verstört betrachtete sie den Hühn, der sich in diesem Augenblick über sie beugte und ihr ungefragt eine Felldecke um die Schultern legte. Verstehen? Ja, sie konnte verstehen, was er sagte. Allerdings war sie sich nicht sicher, ob auch er sie verstehen würde. Der Fremde griff nach ihren Arm und zog sie vom Boden hoch. Ihre Beine protestierten einen Moment, ehe sie ihr Gleichgewicht fand und mit wackeligen Knien stehen blieb. Vielleicht gehörte sie doch hierher und sie hätte es nur vergessen, so wie sie offenbar auch alles andere vergessen hatte. Woher sie kam, wer sie war, ihren Namen, ihr ganzes Leben. Neben all der Andersartigkeit ihres Gegenübers und einer Landschaft, die unnahbar und ablehnend wirkte, stieg eine eigenwillige Erkenntnis in ihr auf. Obwohl sie mit beiden Füßen im kalten Schnee stand und ihre Kleidung fast gänzlich durchdrängt von der Nässe des Winters, spürte sie plötzlich Hitze in sich aufsteigen. Eine Hitze, die unter ihren Fußsohlen begann und sich durch ihre Adern zu wühlen schien. Und mit der Wärme kam ein ganz neues Gefühl. Fast schon unpassend und gleichzeitig so intensiv, dass es ihr erneut schwindelte. Zu Hause. So fremd diese Welt ihr auf den ersten Blick sein mochte. Irgendetwas daran war ihr dennoch vertraut. Es war ihr auf eine Weise vertraut, die sie nicht zu beschreiben vermochte. Wie ein tiefes, vibrierendes Grollen, das sie seinen Weg durch ihr Blut bahnte und dem Schlagen ihres Herzens verschmolz. Ihr gegenüber gab einen unartikulierten Laut von sich. Sie musste den Kopf in den Nacken legen, um ihn in sein Gesicht zu sehen. Trotz des finsteren Stirnrunzels und der zusammengepressten Lippen lag ein nachsichtiger Zug um seine brauen Augen. Augen, die sie mit einer Mischung aus Neugier und Artwohn betrachteten und die auf die gleiche Weise vertraut wirkten wie alles um sie herum. Was war hier los? Wo bin ich? hörte sie sich fragen. Einer seiner buschigen Brauen rutschte unter das verfilzte Haupthaar. Er wirkte belustigt und fast ein wenig verwundert. Ihre Zähne schlugen hörbar aufeinander. Wieso fror sie immer noch, obwohl ihr warm war? Also hast du doch eine Stimme. Ich fürchtete schon, in der Kälte wärst du stumm geworden. Er schlang die Decke mit geübten Griffen fest um ihren klammen Leib. Es grenzt an der Wunder, dass du noch lebst. Hätte ich dich nicht zufällig gefunden, wärst du schon länger bald gefahrter Tod begegnet. Seine Art zu sprechen war seltsam. Irgendwie altmodisch. Sie starrte ihn einen Augenblick nachdenklich an und ließ den Blick an ihm, seinen gewaltigen Pferd vorbei, über die Landschaft schweifen. Wo bin ich? wiederholte sie ihre Frage, als hätte sie seine Worte gar nicht gehört. Die Stirn des Riesen legte sich in tiefe Falten. Ein Anflug von Skepsis zeigte sich in seinen Augen. Du befindest dich auf den Ländereien von Master Royce, gab er bedächtig zurück und beobachtete mit unverkennbarer Anspannung ihre Reaktion. Sie zuckte mit den Schultern. Sollte dir der Name irgendetwas sagen? Worauf auch immer er zu warten schien, sie hatte keine Ahnung, was es war. Stattdessen erwiderte sie fragend seinen Blick. Seine dunklen Brauen zogen sich fast schon drohend zusammen. Du befindest dich im serivanischen Hochland, Borsche. Dies ist kein Ort für jemanden wie dich. Wenn Vita dich gefunden hätte, säße dein Kopf vielleicht schon nicht mehr auf deinem Hals. Ob schon der Tod noch der angenehmste Weg wäre, eine Begegnung mit ihm zu beenden. Sie starrte ihn nur stumm an. Serevanisches Hochland? Vita? Was zum Henker erzählt er ihr da? Wie ist der Name? Wollte der Riese wissen. Ihr geistesabwesender Gesichtsausdruck vertiefte sich. Mein Name? Wiederholte sie fragend. Er musterte sie von Kopf bis Fuß, als beginne er ernsthaft an ihrem Verstand zu zweifeln. Ja, wie ruft man dich? Er dürtete auf sich selbst. Mein Name ist Wolf. Oh, sie verstand durchaus, was er meinte. Das Problem war nur, sie kannte die Antwort nicht. Ich weiß es nicht. Du kennst deinen eigenen Namen nicht? Den Kopf schiefgelegt zuckte sie mit den Schultern. Ich weiß nicht einmal, wie ich hierher gekommen bin. Das Misstrauen, sein Blick wuchs von einem Moment auf den anderen. Er betrachtete sie für ein paar endlos scheine Sekunden stumm, eher sich nachdenklich über den Bartstrich. Das wird meinen Herrn nicht gefallen. Wolf schüttelte den Kopf. Als sie sich die Decke eng um die Schultern zog, weil die Kälte sie mit heftiger Zitter überrannte und auch die restliche Wärme in ihren Leib vertrieb, trat er einen Schritt zurück und deutete auf den riesigen Gaul. Nun gut, darüber müssen wir uns später sorgen. Reiten wir zur Feste. Du bist halb erfroren und brauchst eine warme Mahlzeit. Lord Royce wird eine Lösung für dieses Rätsel finden. Der Borsche, der seit einer Weile vor ihm auf dem Pferd saß, schien eingeschlafen zu sein. Wolf schüttelte zerstreut den Kopf. Er konnte dem Schicksal danken, dass er an diesem Abend den alten Handelsweg entlanggeritten war und ihn seine übliche Rute genommen hatte. Neben der knorrigen Eiche, die dort schon in jenen Tagen, als Wolf noch selbst einen jungen Knopf gewesen war, gestanden hatte, lag der schmächtige Borsche zusammengerollt im Schnee, als wollte er dem Baum eine wenig Wärme abgewinnen. Seine Lippen waren bereits blass, fast schon blau gewesen. Die ersten Zeichen, die der eisige Tod bei seinen Opfern hinterließ, ehe er ja im Schlaf die Seele raubte. Die ersten Zeichen, die der eisige Tod bei seinen Opfern hinterließ, ehe er ja im Schlaf die Seele raubte. Als Wolf vom Pferd gestiegen und zu ihm gegangen war, hat er nicht wirklich damit gerechnet, dass der Borsche noch atmen würde. Umso erstaunter war er gewesen, als doch noch Leben in ihm gewesen war. Es hatte Wolf einige Mühe gekostet, den Jungen wachzubekommen. Der Fremde hat einen wahrlich seltsamen Einblick geboten. Eine dünne Schicht getrockneten Schlammes bedeckte ihn von Kopf bis Fuß, was schon merkwürdig genug anmutete. Weder war zu erkennen, welche Farbe das kurze, verfilzte Haar hatte, noch konnte er in der Mine des Borschen lesen. Dass er offensichtlich nicht mehr wusste, wer er war und woher er kam, würde Royce nicht gefallen. Das Clan-Oberhaupt der McCallohans war seine Vorkommnissen des vergangenen Sommers ausgesprochen kleinmütig gegenüber Fremden. Eine Handvoll feindlicher Krieger hatte ein Gehöft, das sich an der Grenze zu Fieters Reich befand, der Erdboden gleichgemacht. Nur die junge Kellane, Tochter des so gewaltsam verstorbenen Landbestellers, hatte das Gemetzel überlebt, weil sie sich in einer Erdhöhle verborgen gehalten hatte. Damals war auch ein Fremder ohne Erinnerung aufgetaucht und hatte sich auf diese Weise das Vertrauen der Bauernfamilie erschlichen. Ein fataler Fehler, der zwölf Menschen das Leben gekostet hatte. Wolf bezweifelte, dass Fieter zweimal die gleiche Finte gebrauchen würde, um ihm eine Falle zu stellen. Das Erschrecken und die Verwirrung im Blick des Findlings im Sattel vor ihm waren für Wolf durchaus überzeugend gewesen, ebenso wie die blauen Lippen und die halb erfrorenen Gliedmaßen. Gleichwohl würde er den Borschen unter Beobachtung behalten. Aus dem schmalen Oval seines verdreckten Gesichts leuchteten große blaue Augen, und das gute Gebiss des Borschen ließ darauf schließen, dass er keinen Hunger gelitten hatte. Mit diesem Aussehen entsprach er exakt Fieters Vorlieben für hübsche junge Männer. Ob er jedoch tatsächlich einer seiner Gespielen war, würde vorerst ungeklärt bleiben. Zumindest, solange der Junge sich an nichts zu erinnern schien. Es würde sich zeigen, ob er die Wahrheit sprach und sein Gedächtnis wirklich so lückenhaft war. Auch wenn Wolf sich für sein übereiltes Handeln den Unmut seines Herrn zuziehen würde, war der Borsche im Schoß des Clans besser aufgehoben als in der eisigen Kälte des serivanischen Winters. Die bleiernde Müdigkeit war eine trügerische Gefahr, die manchen Wanderer schon das Leben gekostet hatte. Dass dieses halbe Kind, das offensichtlich bereits geraume Zeit schlafen im Schnee verbracht hatte, noch lebte, grenzte schon fast einem Wunder und es widersprach der Taktik, die Fieter beim letzten Mal angewandt hatte. Alles andere musste Royce entscheiden. Eine gefühlte Ewigkeit später war endlich die Feste McCallagans in der Ferne zu erkennen. Vor Wolfs Gesicht bildete sich eine helle Atemwolke, als er leichter die Luft ausstieß. Dunkel und eigensinnig erhob sich Callaghan Castle auf den Klippen von Glen Coles, über die weiße, hügelige Landschaft und das Nordmeer. Ein beeindruckender Anblick und einer, der in Wolf eine angenehme Wärme auslöste. Hier war er daheim. Niemand wusste mit Bestimmtheit, wie lange diese Trutzburg bereits am Rand der Steilküste gethront und sowohl den Sturm des Meeres als auch dem Unbild der Welt die Stirn geboten hatte. Die dicken Mauern hatten mehr gesehen als jeder Alb und hätten sie zu reden vermocht, hätten sie vermutlich schauerliche Geschichten zu erzählen gewusst. Die Feste seines Clans war ebenso kraftvoll und störrig wie die Menschen, die in ihr lebten. Wolf trieb seinen Hengst weiter der Heimat entgegen. Ein kalter Wind strich vom Meer herüber und er konnte das Donnern der Brandung hören, die gegen die felsigen Klippen schlug. Ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit erfüllte ihn beim Anblick der hohen Mauern. In den vergangenen Jahren hatte er viele Verluste zu beklagen gehabt, doch Callahan Castle war stets sein Heim gewesen. Auch Wolf war eins als Findling hier aufgenommen worden, ohne Wissen, wer seine Eltern waren oder woher er kam. Nicht einmal der Hauch einer Erinnerung war ihm geblieben. Wie der Borscher vor ihm hat auch er nicht wirklich hierher gepasst. Dennoch hatte der Clan der McCallohans ihn wie ein Sohn in seiner Mitte willkommen geheißen und Wolf war bereit, alles für dieses Land und diese Menschen zu riskieren. Tief sog er die Luft in seine Brust. Sie waren fast zu Hause und er konnte den Duft des Holzes, das im Kamin in der Halle brannte, beinahe schon riechen. Noch vor anboter Dunkelheit würden sie das Tor passieren und sich in Sicherheit wiegen können. Wenn Reus sich von seinem ersten Wutanfall erholt hatte, würde ihm vielleicht eine annehmbare Lösung dafür einfallen, was sie mit dem Findling machen sollten. So unmenschlich war selbst der Clanherr nicht, dass er den jungen Borschen einfach in die kalte Nacht hinausjagen würde. Allerdings würde Reus Antworten verlangen. Und er war nicht zimperlich, wenn es darum ging, sie zu bekommen. Ein unsanftes Schütteln riss sie aus ihren wirren Träumen. Erschrocken zuckte sie zusammen, schlug die Augen auf und wankte. Die Welt um sie herum drehte sich. Für den Bruchteil einer Sekunde schien sie schwerelos in der Luft zu schweben. Dann schlug sie heftig auf den kalten, hart gefrorenen Boden auf und ihre Zähne gruben sich in die Unterlippe. Sie schmeckte Blut, aber das war nichts im Vergleich zu den Schmerzen, die ihre ganze linke Körperhälfte einen Augenblick lang zu lähmen schien. Stöhnend setzte sie sich auf, rieb sich über die Hüfte und Oberschenkel und hob langsam den Blick. Eine dünne Schicht Schnee bedeckte den Boden um sie herum. Sie bemerkte den Geruch von Heu und warmem Tierhaar. Ein maroder Holzzaun, dahinter Stroh und eine Überdachung. Ein Stall. Das Schnauben von Pferden. Eine Ziege, die ihr charakteristisches Meckern von sich gab. Von irgendwo erklang das Geräusch eines Reisigbesens, der über Stein fegte. Leder knarzte und sie vernahm ein leises Klimpern von Metall. Neben ihr im Schnee landeten zwei Stiefel mit haarigen Beinen darüber. Als sie hoch sah, warf Wulf ihr einen vergnügten Blick zu, schmiss die Decke, die mit ihr zu Boden gegangen war, über den Sattel und führte sein Pferd zum Stall. Das Absteigen solltest du noch üben, bemerkte er mit schadenfrohen Grinsen. Sie runzelte die Stirn. Hatte er sie runtergeworfen oder war sie einfach nur gefallen. Wortlos presste sie die Lippen aufeinander, verkniff sich die freche Antwort, die auf der Zunge lag, und erhob sich. Ihr Blick huschte von dem Stall, vor dem sie angekommen waren, weiter wie eine große, von Mauern eingeschlossene Fläche. Da war ein riesiges Tor, dessen Flügel in diesem Moment von zwei kräftigen Männern zugeschoben wurde, die ähnlich wild aussah wie Wulf. Schräg ging über, neben einem verwitterten, kahlen Baum, stand eine Art Podest, auf dem zwei mannshohe Holzflöcke emporragten. Ketten hingen daran, und ihr Stirn und Runzeln vertiefte sich. Einen Moment lang fragte sie sich, ob dieses Ding den Zweck erfüllte, den sie befürchtete. Abgelenkt von all den Eindrücken vergaß sie den Pranger im nächsten Moment wieder. Ein zweiter, verstanderter Baum stand daneben. Ihm folgten einige kleine Hütten, die sich wie ängstliche Tiere an die Mauer schmiegten. Bedeckt von Strohdächern kroch heller Rauch aus den Schornsteinen. Was war das hier? Dass sie offenbar ihren Zielort erreicht hatten, zeigt die Tatsache, dass Wulf sein Pferd zum Stall geführt hatte. Aber wo waren sie genau? Diese Mauern waren wirklich hoch. Sehr hoch. Ein paar weniger, einfach gekleidete Menschen, die mit Bündeln und Eimern den Hof durchquerten, starrten sie aus düsteren Gesichtern an. Neugier entforscht, loderte in ihren Blicken, gepaart mit demselben Misstrauen, das sie bereits bei Wulf bemerkt hatte. Aber da war noch mehr. Eine kaum verholene Feindseligkeit, die sie sich nicht erklären konnte. Unbehaglich schlug sie sich den restlichen Schnee von ihren Hosen und wandte sich zu Wulf um. Sie sah nur noch sein Pferd, das von einem jungen Burschen in den Stall geführt wurde. Als sie ihren unfreiwilligen Reisegefährten entdeckte, hielt er auf der obersten Stufe einer gewaltigen Steinertreppe inne und gab ihr ein Zeichen, ihm zu folgen. Sie erstarrte. Ihr Blick litt hinter ihm über Steine aus grauen Felsadern. Es bemerkte eine riesige Eichentür und endlos scheinende Mauern, die in den Himmel emporragten. Mit offenem Mund und weit aufgerissen Augen legte sie den Kopf in den Nacken. Ihr Atem stockte, während sie die riesige Burg anstarrte, die sich vor ihr erhob. Das konnte unmöglich wahr sein. Verwirrung und Fassungslosigkeit vermischten sich mit einer bizarren Begeisterung, die so gar nicht zu dem Chaos in ihren Kopf passte. Nur entfernt nahm sie die argwünnigen Blicke ihres Begleiters wahr. Eine Hand auf den Mund gepresst, um ihr Erschrecken nicht laut hinauszuschreien, fühlte sie sich, als würde sie in den Abgrund stürzen. Erinnerungen prasselten auf sie nieder, wie ein in sich zusammenfallendes Kartenhaus. Das war nicht richtig. Es war unmöglich. Absolut unmöglich. War sie verrückt geworden? Träumte sie das alles? Sie sah mit eigenen Augen, was hier vor sich ging, und wollte es dennoch nicht glauben. Gleichgültig, wie sehr ein Teil von ihr auch darauf hoffen mochte, das hier war keine Halluzination. Das war real. Sie konnte es fühlen und schmecken. Die Kälte, die immer wieder mit eisigen Klauen nach ihr griff, das schmerzhafte Pochen der Prellung, die sich bei dem Sturz vom Pferd zugezogen hatte. Sie nahm die Anwesenheit all dieser Menschen wahr. Sie spürte die Wärme, die von der Burg ausging. Sie roch den Winter, die Tiere, die Stallungen. Der mitteilende Geschmack von Blut benetzte immer noch ihre Zunge. In dem Moment mochte sie ihre Erinnerung eingebüßt und sogar ihren Namen vergessen haben. Aber sie wusste eines mit absoluter Gewissheit. Sie gehörte in das 21. Jahrhundert. Und das war sie nicht mehr. Sekundenlang war sie versucht, das mit einem hysterischen Lachen als schlechten Scherz abzutun. Gleich würde jemand kommen und ihr sagen, sie sei bei der versteckten Kamera. Es gab Mittelaltermärkte, Schausteller, riesige Events. Menschen, die diese mittelalterliche Welt nachspielten und darin völlig aufgingen. Sie hatte davon gelesen. Sie war fasziniert gewesen von der Leidenschaft dieser Menschen. Aber sie hätte sich niemals selbst in diese Welt verlieren wollen. Vielleicht war es das. Eine wilde Show. Ein gewaltiger Spaß. Vielleicht war das alles nur ein Scherz. Sie atmete tief ein. Nein. Das hier war kein Spiel. Keine Gaukelei. Das hier war echt. Es gab keine Kameras. Niemand dergleichen um die Ecke schauen, die sagen würde, dass alles nur ein Witz sei. Diese Menschen hier kannten das, was ihr durch den Kopf ging, nicht einmal vom Namen her. Sie waren alle echt. Ihr schwindelte und sie spürte Übelkeit in sich aufsteigen. Was war mit ihr passiert? Das ergab keinen Sinn. Sie presste eine Hand gegen die pochenden Schläfer. Ihr Verstand weigerte sich hartnäckig, diese völlig verschobene Realität zu akzeptieren. Dennoch gab es nur eine einzige Erklärung, so unlogisch und wirr diese auch sein mochte. Aber war das wirklich möglich? Sie hatte einen Roman davon gelesen. Wilde, abenteuerliche Geschichten. Science Fiction. Ein netter Zeitvertreib und doch reine Fantasie. Es war eine angenehme Zerstreuung, sich spaßenshalber Gedanken über das Was-wäre-wenn zu machen. Jeder wusste, dass so etwas wie Zeitreisen undenkbar war. Die meisten seriösen Wissenschaftler reagierten auf dieses Thema, wo er am der müden Lächeln als ernsthaft eine Diskussion darüber führen zu wollen. Sie selbst hätte niemals geglaubt, dass es möglich sein könnte. Bis jetzt. Das hier war nicht mehr ihre Welt. Sirewanisches Hochland? Was war das? Wo war das? Unter anderen Umständen hätte sie auf Schottland getippt. Eine weite, hügelige Landschaft, die karge Vegetation. Die Art, wie Wulf und die anderen Menschen hier sich kleideten. Doch der Name Sirewan war ja völlig fremd. Es müsste irgendwas in ihr anklingen lassen. So schlecht könnte nicht einmal sie in der Schule gewesen sein. Selbst Schottland wäre schon mehr als seltsam. Sie stammte nicht von hier. Dessen war sie sich absolut sicher. Wie war sie hergekommen? Und warum? Warum fühlte es sich so unglaublich vertraut an? Lieber Himmel! Sie presste die Augen wieder aufeinander und schüttelte den Kopf. In ihr war ein heilloses Durcheinander. Unzählige Bildfetzen und Erinnerungen, die auf sie einstürmten. Und nichts, was sie wirklich zuordnen konnte. Wulf, diese Menschen, dieser Master Reus, die seltsame Art und Weise, wie Wulf sprach. All das deutet darauf hin, dass sie sich nicht einmal mehr im 21. Jahrhundert befand. Woher kam dieses unwirkliche Gefühl, nicht mehr dort zu sein, wo sie hingehörte? Hatte sie sich vielleicht den Kopf angestoßen? Träumte sie das alles nur? Warum fühlte es sich dann so real an? So kalt und hart? Wieso wurde den Eindruck nicht los, dass sie sich um mehrere Jahrhunderte in der Vergangenheit bewegt hatte? Dazu noch einen Ort, der ja völlig fremd war. Was zur Hölle tat sie hier? Und wie war sie hierher gekommen? Schweratmend drängte sie den Aufschrei zurück, denn ihre Kehle emporstieg. Sie wollte heulen und schreien. Sie wollte aufwachen und sich daheim in ihrem Bett liegend wiederfinden, durchgeschwitzt und verwirrt von einem grauenhaften Albtraum. Doch das hier war kein Traum. Also musste sie den Kopf klarbekommen. Irgendwie Ordnung in das Chaos ihre Gedanken bringen. Zitternd drückte sie beide Handbeine gegen die Schläfen. Logisch denken. Fast hätte sie laut aufgelacht. Logisch. Wie sollte ihr noch Logik ergreifen? So sehr sie sich wünschte, dass alles wäre nur eine Halluzination, so bewusst war sie sich der Wahrheit. Was ist mit dir, Junge? Wulfsstimme drang wie aus weiter Ferne an ihr Ohr. Doch als sie die Augen öffnete, stand er direkt vor ihr und maß sie mit nachdenklichem Blick. Sie öffnete und schlöss den Mund wie ein Fisch, unfähig zu einer Antwort. Mit einem gequälten Laut krümmte sie sich, als hätte ihr jemand in den Magen geschlagen und ging in die Hocke. Sie fühlte sich, als riss ihr Inneres in zwei Teile und die Welt um sie herum wurde merklich heller. Was für ein Tag ist heute? fragte sie heiser. Wulfs Antwort ließ einen Moment auf sich warten. Mit verblüfft hochgezogenen Augenbrauen sah er auf sie hinab. Wir schreiben den 18. Tag im Nebelung, gab er zurück. Er hätte genauso gut Chinesisch reden können. Sie hätte keine Ahnung, was er da sagte. Mutlos starrte sie auf dem Boden vor sich. Was war Nebelung? Warum gebraucht er so viele seltsame Wörter? Und wieso zum Teufel verstand sie ihn überhaupt, wenn sie doch eigentlich nicht in dieses Land gehörte? Welches Jahr? Die Frage war heraus, ehe sie es verhindern konnte. Auch wenn sie ihn nicht ansah, so wusste sie doch, dass er sie beäugte, als kämen sie von einem anderen Planeten. Welches Jahr? wiederholte er befremdet. Sie hob den Kopf und er sah mindestens so durcheinander aus, wie sie sich fühlte. Vielleicht verstand sie ihre Worte ebenso wenig, wie sie die seien. Kopfschüttelnd senkte sie den Blick und starrte vor sich hin, ohne wirklich etwas zu sehen. Wie sollte sie sich in einer Welt verständigen, die ihr so fremd war? Warum war sie hierher gekommen? Sie gehörte nicht an diesen Ort, nicht in diese Zeit. Und auch wenn sie es nicht genau wusste, in welches Jahr sie gelandet war, erkannte sie doch, dass es eine Zeit war, die ihr nicht wirklich gefiel. Fünf oder 600 Jahre vor ihrer eigenen, vielleicht mehr, vielleicht weniger. Hier gab es weder Autos noch Flugzeuge. Kein Kühlschrank und kein Telefon. Wie konnte es sein, dass sie sich in einer anderen Zeit wiederfand, in der man so etwas wie Fernseher, wasserspülende Toiletten und elektrische Zahnbürsten nicht kannte? Wie sollte sie hier klarkommen? Warum geschah das alles mit ihr? Die Arme um den Körper geschlungen, wiegte sie sich auf den Felsen vor und zurück, während ihr Verstand hektisch arbeitete und versuchte sich an Bruchstücke zu erinnern. Da war etwas. Bilder. Laute. Eine andere Sprache. Gerüche, die etwas in ihr anklingen ließen. Ein Gefühl von Einsamkeit und Verzweiflung. Tiefe Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen. Sie war so allein gewesen. Allein in einer fremden Welt, die ja nie ihre eigene gewesen war. Sie war gestürzt. Wasser überall. Verblüfft schnappte sie nach Luft und starrte mit offenem Mund in den Schnee, als eine Einsicht sie überkam. War es wirklich möglich, dass sie ihre Welt deshalb verlassen hatte? Geschah das mit jemandem, der aufgab? So wie sie? Sie erinnerte sich. Sie hatte sich das Leben genommen, weil sie an der eigenen Welt nicht mehr zurechtgekommen war. Sie war gegangen, weil der Schmerz sich schier zerrissen hatte. Sie erinnerte sich. Daran, wie die Einsamkeit sie erstickt hatte, dass ihr Leben keinen Sinn mehr besaß und es niemanden gab, dem sie fehlen würde. Wie sie den Entschluss gefasst hatte, sich von der Brücke in den Fluss zu stürzen und ihr Dasein zu beenden. Aber sie war nicht gestorben. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund war sie durch die Zeit gereist und hier gelandet. In einem Jahrhundert, das ihr unbekannt war. Oder in einem Land, das sie nicht einmal aus dem Erdkundebuch kannte. Einem Land, das ihr dennoch seltsam vertraut schien. Scheiße! Kopfschüttelnd schlug sie die Hände vors Gesicht. Wulf beugte sich über das zitternde, blasse Bündel, das auf dem Boden kauerte und dessen Gesicht hinter den kalten, weißen Händen verborgen war. Er hatte den entsetzten Blick des Borschen wohl bemerkt. Für einen Moment hat er schon geglaubt, der Junge hätte begriffen, dass er in feines Hand gelandet war. Doch in seinen Augen war etwas anderes gewesen. Etwas, das Wulf sich nicht erklären konnte. Das Quietschen der mächtigen Eichenpforte ließ ihn den Kopf heben und er sah Reus mit hochgezogenem braunem Portal der Burg stehen. Mit einem unwilligen Laut wandte er sich zu seinem Herrn um und ging zu ihm hinauf. Der Clanführer war ein großgewachsener Mann. Als er jünger gewesen war, hatten die Frauen ihn umschwärmt. Er hatte als gute Partie gegolten. Sein fröhliches Lachen und seine unbeschwerte Art hatten jeden in seiner Umgebung angesteckt und es gab kaum jemanden, der nicht seine Nähe suchte. Doch die letzten Jahre voller Kämpfer und Verluste hatten auch vor ihnen nicht Halt gemacht. Sorgenfalten gruben sich in seine Miene und eine unerklärliche Düsternis hielt ihn umfangen. Nachdem sein Vater und seine Brüder in den Schlachten mit Peter gefallen waren, war das Verderben über die Burg hereingebrochen. Es war mit ihnen allen bergab gegangen. Doch erst der Freitod seiner Mutter hatte Reus endgültig seines Lachens beraubt. Vor 15 Jahren hat er aus Gründen der Vernunft und der Hoffnung geheiratet. Lady Ariana aus dem Clan der MacBellbride. Eine Frau, die ihn nie gewollt hatte. Sie hatten sich arrangiert. Es war ein Bündnis gewesen, das den Clan der MacBellahans wieder ins Licht hatte führen sollen. Ein Bündnis mit den Alben. Es war ein Trugschluss gewesen. Reusses Erzfeind Vitao war es gelungen, auch Ariana und ihren Sohn töten zu lassen. Das war der Tag gewesen, an dem die letzte Wärme des Clan-Oberhaupt verlassen und einer tiefen Verbitterung Platz gemacht hatte. Seither hatte Wolf ihn nie wieder fröhlich erlebt. Nach dem Überfall im Sommer war es ruhig geworden. Vitaos Männer schienen sich zurückgezogen zu haben. Doch jeder Krieger des Clans wusste, dass es nur die Ruhe vor dem Sturm war. Irgendwann würden die Kämpfe erneut ausbrechen mit ungleich stärkerer Wucht und niemand wusste, was danach sein würde. Sie waren zu wenige. Der Clan schenkte nur gut 100 Highlandern ein Heim. Die meisten Krieger waren schon über den Zenit ihres Lebens hinweg. Andere waren zu jung. Viele waren in den letzten Monaten mit ihren Familien in die Lowlands abgewandert. Fort von Tod und Verderben. Fort von Armut und Entbehrung. Reuss hatte nie jemandem einen Vorwurf gemacht. Doch jeder Mann, der ging, war ein schmerzlicher Verlust für alle, die blieben. Jeder hinterließ eine Lücke, die sie nicht zu schließen wussten. Ihr Reihen lichteten sich, und Vita würde sie irgendwann überrennen. Wen bringst du uns da mit dieser Kälte, Wulf? Reuss musterte voller Argwohn das Häufchen Elend, das mitten im Hof hockte. Ein Findling, erwiderte Wulf. Er ignorierte das Aufblitzen im Blick seines Herrn. Ich fand ihn am alten Handelsweg. Er schlief im Schnee unter der verwitterten Eiche. Er wäre erfroren, hätte ich ihn nicht seiner Ruhe beraubt. Ein Findling? Reusses Nasenflüge blähten sich, und Wulf sah ihm an, dass er gegen das Verlangen kämpfte, seinen Hauptmann und Waffenbruder anzubrüllen. Seine Stimme klang schroff. Wer ist er? Wulf schüttelte den Kopf und zuckte mit den Schultern. Reglos sah er dabei zu, wie sich das Gesicht seines Herrn weiter verfinsterte. Dennoch hielt er den bohrenden Blickstand. Er war schon ein Krieger dieses Clans gewesen, als Reuss noch in Felle gewickelt in den Armen seiner Amme gelegen hatte. Für ihn war Reuss nicht nur Clan her. Er war wie ein Sohn. Er hat ihn ausgebildet und ihm sein ganzes Leben lang zur Seite gestanden. Reuss wusste, dass er nichts tun würde, das dem Clan schaden könnte. Er behauptet, sich an nichts erinnern zu können, erklärte Wulf. Nicht einmal seinen Namen scheint er noch zu kennen. Reuss' Augenbrauen schoben sich zusammen, und seine Augen verdunkelten sich, während er den Borschen im Hof missmutig betrachtete. Du wirst zum Alter weich, Wulf. Du hättest ihn liegen lassen sollen. Seine Anwesenheit bedeutet nur ein Maul mehr, das wir nicht zu stopfen wissen. Ärgerlich musterte er seinen väterlichen Freund und Waffenbruder, er wieder zu einem Fremden hinab sah. So sehr er Wulf schätzte, so sehr missblickte er dessen Handeln. Es ist bereits ein harter Winter. Unsere Vorratskammern sind nur spärlich befüllt, und du schleppst ein Findling an. Wulfs Miene blieb unbewegt. Dessen bin ich mir durchaus bewusst, Reuss, entgegne er nachsichtig. Doch ist an ihm irgendetwas anders? Ich kann es dir nicht erklären. Aber ich wusste, ich darf ihn nicht in der Kälte des Winters überlassen. Wir müssten uns unsere Menschlichkeit bewahren. Ihre Blicke begegneten sich, und Reuss schüttelte den Kopf. Er hätte nichts gespürt. Er wäre im Schlaf gestorben, um, gab er ungerührt zurück. Im Grunde seines Herzens stürmte er mit Wulf überein. Ihn dort im Schnee sterben zu lassen, wäre unmenschlich gewesen. Eine Tat, die zu ihren Feinen gepasst hätte, aber nicht zu den Menschen ihres Clans. Ihr Volk war stets gastfreundlich gewesen, doch die Zeiten waren schlecht und das Essen wurde knapp. Sie konnten es sich nicht leisten, ritterlich zu sein. Die Händler hatten sich im Herbst nicht sehen lassen, und die immer wieder aufflackernden Kämpfe des vergangenen Sommers hatten seinen Landbusteller nicht genug Zeit gegeben, um sich ausreichend um die Felder zu bemühen. Die Ernte war wenig ertragreich gewesen, und das Wild schien sich aus den New Highlands zurückzuziehen. Es war schwer genug, sein eigener Volk genug Nahrung zu bieten, geschweige denn irgendwelchen Fremden. Wo kommt er her? fragte Reuss, ohne Wulfs starre Miene weiter zu betrachten. Die unnachgiebige Dickköpfigkeit seines Waffensbruders war wie eine Mauer, gegen die niemand anzurennen wusste. Der riesige Krieger zuckte ihm den Schultern. Ich weiß es nicht, gab er zurück. Der Bursche selbst kann es mir nicht sagen. Jedoch, als wir hier eintrafen, fragte er mich, welchen Tag wir hätten und welches Jahr. Er sprach eine seltsame Mundart. Ich glaube nicht, dass er aus dieser Gegend stammt. Über die Schultern hinweg sah er zu dem Burschen hinüber, der sich mit wackeligem Bein vom Boden erhob und verstört umsah. Er könnte einer von Phytas Speer sein. Oder einer seiner Gespielen, warf Reuss ein. Gereizt betrachte er die schmale, zitternde Gestalt. Unter all dem Dreck, der ihn bedeckte, erkannte Reuss ein ovales Gesicht, große Augen, eine schmale Nase und volle Lippen. Das kurze Haar stand in wirren Büscheln von seinem Kopf ab und war völlig verklebt. Er war schmal gebaut, mit breiten Hüften und relativ groß, wenn er auch das Maß eines Highlanders nicht erreichte. Ja, er würde genau in Phytas Beuteschema passen. Ich teile deine Bedenken, entgegnete Wolf und sah seinen Herrn ins Gesicht. Allerdings ist mir unerklärlich, warum er sich an nichts erinnert. Vielleicht ist es Teil seines Plans und er ist ein Meister der Täuschung, dessen Künsten du erlegen bist. Es war keine Lüge in seinem Blick, widersprach Wolf. Reuss schüttelte gring schätzlich den Kopf. Seine Augen musterten weiterhin prüfen den Fremden, der sich nun stolpernd in die Richtung bewegte. Wolf hatte Recht. Irgendetwas war anders an diesem Burschen. Er war anders. Schon die Art, wie er sich bewegte, sprach etwas in Reuss an, das er nicht einzuordnen wusste. Auch wenn der Junge gerade über seine eigenen Füße zu stolpern schien, haftete ihm etwas Katzenhaftes an. Ihn anzusehen, rief ein Gefühl in Reuss hervor, das völlig widersinnig war, und sich tief in sein Inneres grub. Etwas zog ihn hin zu diesem Burschen und übermannte ihn mit einer seltsamen Art von Schwäche, die er nicht verstand und die ihm nicht im Mindestens behagte. Als ihre Blicke sich begegneten, schien die Welt um ihn herum für einen winzigen Moment heller zu werden. Ein warmes Pulsieren erfüllte ihn und schien sich einen Weg durch sein Blut zu bahnen. Bei allen Göttern. Was war das? Wütend riss er sich von dem Anblick des Burschen los. Kein Name, keine Erinnerung, bemerkte Reuss mit einem dunklen Grollen in der Stimme. Welch passender Zufall. Ein letzter Blick zu dem Fremden ließ ihn unmerklich schaudern, und er wandte sich greizt ab. Wolf wartete immer noch auf seine Entscheidung. Schlecht gelaunt wirkte Reuss in Richtung Halle. Bring ihn rein. Ich will mit ihm reden. Ohne eine Antwort seines Waffenbruders abzuwarten, wandte Reuss sich ab und verschwand im Inneren des Haupthauses. Resigniert drehte sich Wolf dem Burschen zu, ging ihm zwei Stufen entgegen und ergriff seinen Arm. Als er den Kopf hob und Wolfs ansah, waren seine blauen Augen groß verfurcht. Wir sind hier sicher. In einem Anflug von Besorgnis versuchte Wolf den Burschen zu beruhigen. Allerdings fragte er sich im gleichen Moment, ob das für den Jungen tatsächlich ebenso galt wie für ihn. Er hatte Reusses Blick gesehen, und da war etwas gewesen, das ihm nicht behagte. Tief durchatmend nickte sie und ließ sich dumm die monströse Treppe hinaufziehen. Sie war noch zu entsetzt über die Erkenntnis, die sie wie einen Hammerschlag getroffen hatte. Es gab einfach keine logische Erklärung, warum sie auf diese Weise eine zweite Chance erhielt. Für den Moment blieb ihr jedoch keine andere Wahl, als sich mit der Situation zu arrangieren. Sie brauchte eine Denkpause. Je mehr sie darüber grübelte und eine Antwort suchte, desto näher schien sie dem Wahnsinn zu kommen. Doch ungeachtet ihrer unheimlichen Situation fühlte sie, dass es wichtig war, einen klaren Kopf zu bewahren. Sie konnte unmöglich kundtun, dass sie durch die Zeit gereist war. Vermutlich würde man sie sofort auf den nächsten Scheiterhaufen führen, um sie zu verbrennen, und das war vermutlich noch eine der angenehmeren Todesvarianten, die es in dieser Welt erwarten konnte. Bedrückt folgte sie Wulf die Stufen hinauf zu der großen Eichenforte. Er hatte gesagt, es sei Zeit, seinem Lord Reuss gegenüber zu treten. Wenn das der Mann auf der Treppe gewesen war, dann konnte es alles oder nichts bedeuten. Als sie das Innere der Burg betraten, benötigte sie einen Moment, ehe ihre Augen sich an das Zwielich gewöhnt hatten. Tatsächlich spürte sie die Weite der Halle mehr, als dass sie sie sah. Im nächsten Moment protestierten alle ihre anderen Sinne gleichzeitig. Wohlige Wärme ging von dem Feuer in dem gigantischen Steinkamin aus, der die Halle zu ihrer Rechten beherrschte. Eine Wärme, die sie zum Arm schien und in einer Wolke aus Gerüchen höhte, die ihr den Atem raubten. Sie hustete. Blinzelnd sah sie sich um. An dem großen Eichentisch, der von dem gewaltigen Kamin stand, saß eine Gruppe von etwa 30 Männern. Vereinzelte Frauen eilten geschäftlich umher und verteilten Schüsseln. In einer Ecke entdeckte sie ein paar Kinder und ältere Frauen, die bei ihrem Eintritt von ihren Handarbeiten aufschauten. Misstrauen und Argwohn, wo auch immer sie hinsah. Obgleich das Innere der Burg auf den ersten Blick heimlicher wirkte, als das Graue Äußere vermuten ließ, bildeten Schmutz und Gestank eine überwältigende Mischung, die ihr die Sinne vernebelte. Es roch nach Abfall, altem Schweiß, einen undefinierbaren allerlei von verfaulten Dingen, die sie lieber nicht identifizieren wollte. Sekundenlang kämpfte sie gegen die Übelkeit, die sie zu überfallen drohte. Auf dem Boden der Halle, der mit alten, verdrecktem Stroh bedeckt war, sammelten sich Unrat und Knochenreste. Ein paar riesige, zörtlige Hunde balgten durch den hohen Saal und stürzten sich auf die Brocken, die jene Männer ihn achtlos hinwarfen, die an dem Eichentisch vor dem Kamin saßen und ihre Mahlzeit einnahmen. Sie unterdrückte ein Würgen und war dankbar, dass Wulf sie in der offenen Tür stehen ließ, ohne ihr Entsetzen zu bemerken. Für diese Menschen war dieses Leben vermutlich völlig normal, ebenso wie der Geruch. Nur sie war angewidert von hygienischen Umständen. Fassungslos sah sie sich um. Das war noch schlimmer, als sie befürchtet hatte. Wären Schmutz und Gestank nicht gewesen, hätte sie die Halle, die offenbar als Wohn- und Essbereich diente, durchaus anheimlich empfunden. Es war ihr unmöglich zu verstehen, wie diese Menschen so leben konnten. Was war ihr vorgefallen? Riesige Teppiche an den Wänden und über dem Kamin bezeugten, dass diese Burg definitiv schon bessere Tage gesehen hatte. An den Mauern zu ihren Linken führte eine breite Treppe aus schwerem Steingehauen in das obere Stockwerk. Durch eine Holztür am Ende der Halle erhaschte sie den Blick in die Küche, als eine Frau bedampfende Essen heraustrat. Ihr Magen schien sich einmal mehr um sich selbst zu drehen. Der schmackhafte Duft der Mahlzeit drang durch den süßlichen Geruch des Unrats zu ihr und verstärkte das Würgen ihrer Kehle. Allein der Gedanke, in diesem Raum zu essen, bereitet ihr einen fast körperlichen Widerwillen. Die Welle des Ekels überrollte sie erneut und sie schloss für einen Moment die Augen. Sie durfte sich nicht die Blöße geben und sich vor all diesen Menschen übergeben, deren Blicke sie bereits jetzt durchbohrten. Allerdings bereitete es ihr große Mühe, den galligen Geschmack in ihrem Mund zu verdrängen. Als sie wieder aufsah, bemerkte sie, dass Wulf ihr einen besorgten Blick schenkte. Sie spannte sich und war schlagartig alarmiert. In dieser fremden Welt war er im Anblick die einzige solide Konstante. Wenigstens für den Moment schien er wie ein Verbündeter. Warum sah er sie so an? Was hatte sie nicht mitbekommen? Neben ihm bemerkte sie den Mann, mit dem er bereits vor der Tür gesprochen hatte. Er war nicht ganz so groß wie Wulf und um einige Jahre jünger. Braunes, lockiges Haar reichte ihm bis auf die Schultern. Ein Bart schmückte sein Gesicht und er taxierte sie aus diesen unergründlichen Augen, die geradewegs bis in ihre Seele blicken zu schienen. Hitze rollte wie flüssige Lava durch ihre Adern. Sein attraktives Gesicht war unfreundlich, geprägt von Argwohn und verholender Ablehnung. Wenn er tatsächlich Wulfs Herr war und danach sah er aus, dann würde ihr Aufenthalt wohl kürzer als erwartet ausfallen. Plötzlich verspürte sie einen Anflug von Panik. Wenn man sie fortschickte, wohin sollte sie dann gehen? Dieser Ort mochte zwar keine Luxusherberge sein, aber im Augenblick war es ihre einzige Zuflucht. Weder konnte noch wollte sie wieder hinaus in die eisige Kälte. Sie fühlte sich plötzlich hilflos ausgeliefert und die Blicke, mit denen der Fremde sie geradewegs zu durchbohren schien, machte es nicht besser. Obgleich sein Auftreten sie auf seltsame Weise verwirrte, spürte sie auch eine ängstliche Beklemmung in sich aufsteigen. Mit einer herrlichen Handbewegung gab er ihr ein Zeichen. »Komm her«, befahl er mit grollender Stimme. Sie war wie erstarrt, als er zu ihr sprach, und ihre Pupillen weiteten sich. Ein Schaudern überlief sie, und eine Welle aus widersprüchlichen Empfindungen rollte über sie hinweg. Vor ihren Augen tanzten bunte Punkte, und ihren Kopf drehte sich die ganze Welt. Es war, als würde sie in einen Strudel geraten, der sie wie eine leblose Puppe herumwirbelte. Erinnerungsfetzen überrollte sie, und ihr Blick wurde neblig. Da war eine Stimme. Sie kannte diese Stimme. Warm und vertraut. Liebevoll und besorgt. »Lee«, war das ihr Name? Sie erinnerte sich an Fetzen daran, wie jemand zu ihr gesprochen hatte. »Ihre Mutter?« Es fühlte sich gut an, behütet und geborgen. Der Nebel verflog, und sie betrachtete aufgelöst seine faszinierenden Gesichtszüge, die sich zusehends verfinsterten. Seine Miene war grimmig, während er sie musterte. Zwischen den dunklen Augenbrauen entstand eine steile Falte. »Hast du mich nicht verstanden?« Sein Blick war hart, und sie spürte, wie sich das Gefühl von Hitze in ihr mit eisiger Kälte vereinte. Stille breitete sich in der Halle aus. Gespräche verstummten wie auf Kommando, und selbst die Hunde verkrochen sich in eine Ecke. Alle Augen richteten sich plötzlich auf sie, die alleine vor der Tür zum Hof stand. Unfähig, sich zu rühren, blinzelte sie zwei-, dreimal und spürte, wie ihr das Blut in Wangen schoss. Es waren nur wenige Schritte, die sie zu Wolfsherren hätte gehen müssen, aber sie war nicht in der Lage, sich zu bewegen. Am ganzen Körper zitternd irrte ihre Blick und steht über die Gesichter der Menschen. Stattdessen stölperte sie furchtsam einen Schritt zurück. Sie sah das verärgte Stirnrünzen des Fremden und wie er leise mit Wolf sprach. Der Krieger mit dem wilden Bart wandte sich ihr zu und war mit schnellen Schritten bei ihr. Seine Finger schlossen sich fest, aber nicht schmerzhaft um ihr Unterarm. Es fühlte sich eher tröstlich als drohend an. Sie konnte spüren, wie alles Blut aus ihrem Gesicht fich und sich von einem Augenblick auf den anderen elend und krank führte. »Ich bringe dich in die Bibliothek«, sagte er, »Lord Royce wird dort mit dir sprechen.« »Ich gehöre nicht hierher«, flüsterte sie rau. Wolf schenkte ihr ein schiefes Grinsen. »Das ist uns auch schon aufgefallen, Junge«, gab er zurück. Sie wandte sich nach rechts und folgte den angsteinflößenden Fremden in einen schwach beleuchteten Durchgang. Fort von den Menschen, dem Gestank und dem Schmutz. Hinter Wolf betrat sie einen Raum, der mit Regalen gefüllt war, die dicht beieinander standen. Trotz der dicken Staubschicht, die sie selbst auf den beiden Sesseln entdeckte, war es hier wenigstens nur der Geruch von Papier und alten Büchern, der ihr in die Nase stieg. »Setz dich!« Lord Royce deutete auf einen mit rotem Samt bezogenen Sessel und sah sie abwartend an. Sie erwiderte seinen durchbohrenden Blick unsicher und blinzelte nervös. Seine dunklen Augenbrauen zogen sich missbilligend zusammen, als sie sich immer noch nicht rührte. »Niemand wird ihr hier Leid zufügen«, bemerkte er. Verschmähd biss sie sich auf die Lippe und trat zögerte einen Schritt näher. »Lass uns allein, Wolf«. Verstört sah sie zu, wie der große Krieger nickte und wortlos das Zimmer verließ. Sie war allein mit diesem Herrn. Das Herz hämmerte so wild in ihrer Kehle, dass sie meinte, er könnte es hören. Sie schluckte hektisch. »Setz dich«, wiederholte er seine Aufforderung. Kopfschüttelnd starrte sie ihn aus weit aufgerissenen Augen an. »Wie sprach man jemanden wie ihn an?« »Sir? Eure Hoheit?« »Sagte man Sie oder Ihr?« »Verdammt! Sie hatte unzählige historische Romane gelesen, aber sie hatte keine Ahnung, in welchem Jahrhundert man zur gebräuchlichen Sie gewechselt hatte. Sie konnte ihn unmöglich duzen, oder?« »Ich werde nur alles schmutzig machen«, entgegnete sie leise. Er schnaubte verächtlich und ließ sich achtlos in den zweiten Sessel fallen. »Dann bleib stehen.« »Dann bleib stehen«. Einen endlos scheinenden Moment betrachtete er ihr Gesicht und sie starrte ihn faszinierend an. Diese Augen! Verlegen senkte sie den Blick. Als er widersprach, klang er ganz ruhig. »Wie ist der Name?« Sie war sicher, dass Wolf ihm bereits gesagt hatte, dass sie sich nicht erinnerte. Entweder glaubte er ihm nicht, oder ihr. Die zweite Möglichkeit schien irgendwie naheliegender. Sich räuspernd zuckte sie mit den Schultern. Sie wollte dem Gegenüber so ehrlich wie möglich sein, und dazu gehörte er auch, ihm in die Augen zu blicken. Aber er machte sie auf eine geradezu unangenehme Weise nervös. »Ich bin nicht sicher, Sir«, erwiderte sie wahrheitsgemäß und sah vorsichtig auf. Sie wusste weder, ob die Anredeform korrekt war, noch ob er sie gleich als Lügnerin bezüchtigen würde. Sie blieb auf der Hut. Sein Blick brachte sie aus dem Konzept. Warum sah er sie so an? Grau-grün. Seine Augen waren grau-grün und wunderschön. Was ging ihr da durch den Kopf? Vor Schmied sah sie zu Boden, als er sie nachdenklich musterte. Er blieb misstrauig, aber offensichtlich wollte er die Möglichkeit geben, sich selbst zu äußern. Tief durchatmend versuchte sie, sich zu entspannen, und hob das Kinn, um sich seinen durchdringenden Blick zu stellen. Sie wurde das Gefühl nicht los, er könnte bis in ihre Seele hineinsehen. »Du weißt, wo du bist?« Sie zuckte mit den Schultern und schüttelte gleichzeitig den Kopf. »Wulf nannte es die Ländereien von Master Reus«, erwiderte sie leise. »Zeit, alles auf eine Karte zu setzen. Ich nehme an, das seid ihr.« Die Mundwinkel ihres Gegenübers zuckten kaum wahrnehmbar. »Nun, das ist wahr.« Seine Stimme war warm und einladend. Lee unterdrückte einen seufzens und hätte sich am liebsten selbst geohrfeigt. »Es sind meine Ländereien, oder vielmehr die meiner Familie. Mein Name ist Royce Callahan, Sohn des Ian McCallahan, Clanherr über 200 Seelen, und du bist nun Gast unseres Hauses.« Den Kopf schiefgelegt, musterte er sie eindringlich. »Wulf sagte, dass seine Erinnerungen lückenhaft seien.« »Erzähl mir von dem, woran du dich erinnerst.« Sie presste sich den Fingernägel in der Handinnenflächen und versuchte, ihre Gedanken zusammenzuhalten. »Ich bin nicht sicher, es sind nur Bruchstücke. Aber ich glaube, man nannte mich Lee«, begann sie mit wackeliger Stimme. »In meinem Kopf sind viele merkwürdige Bilder, die mich verwirren.« Sie schluckte. Es gefiel ihr nicht, die Tatsachen dermaßen schwammig auszulegen, aber sie konnte ihm schlecht die Wahrheit erzählen, ganz davon zu schweigen, dass er ein zusätzliches Chaos in ihr auslöste, das sie nicht einzuordnen wusste. »Lee?« Reus schien zu überlegen, woher dieser Name wohl stammte. Dann zog er die Schultern. »Du sprichst nicht wie ein Leibeigner.« »Du klingst gebildet«, stellte er fest. »Kannst du dich erinnern, wo du warst, ehe Wulf dich mitten in dieser Schneewehe gefunden hat?« »Nein, Sir«, sie schüttelte den Kopf. Den Blick gesenkt, damit er nicht ihr schlechtes Gewissen sah, bemerkte sie, dass ihre Finger nervös gegen ihre Schenkel trommelten. »In meinem Kopf ist keine Erinnerung daran. Ich weiß nicht, wie ich dort gelandet oder von wo ich gekommen bin.« Es war keine Lüge, nur nicht ganz die Wahrheit. Immerhin hatte sie tatsächlich keine Ahnung davon, wie das alles hatte passieren können, und sie müsste schon ziemlich verrückt sein, ihm zu erzählen, dass sie aus der Zukunft kam. Wenn sie nicht mit einem großen, schartigen Schwert durchbohrt werden oder das Kaminfeuer unter ihren Hintern würde spüren wollen, sollte sie über gewisse Dinge einfach den Mund halten. Zweites Kapitel. Callahan Castle. Sirewan. Im Nebelung. Anno 1585. Reus betrachte den schmalen, hochgewachsenen Jüngling, der hinsichtlich auf Krieg gegenüberstand. Lee hielt den Kopf gesenkt, aber es war nicht zu übersehen, dass die Augen des Borschen verdächtig geglänzt hatten. In einem hatte Wolf recht. Es war keine Lüge in seinem Blick gewesen. Möglicherweise wusste er wirklich nicht, woher er kam. Wie verdrießlich mochte es sein, seine Erinnerung nachzujagen. Widerwillig musste Reus sich eingestehen, dass seine Fragerei nicht unbedingt hilfreich war. Andererseits hat die Vergangenheit ihn gelehrt, nicht mehr unbedarft, sein Vertrauen an jemanden zu schenken, den er nicht kannte. Die Zeiten waren hart, das Leben ungerecht. An Wunder glaubte er schon lange nicht mehr, und das Auftauchen dieses Fremden war mehr als seltsam. Sie mussten ihn im Auge behalten. Nun gut, er musste Lee von oben bis unten. Wolf hat dich für Obdach erbetet, und du darfst bleiben. Der Borsche sah auf, und in dem Blau seiner Iris lag ein so tiefer Ausdruck von Erleichterung, dass es Reus einen Stich versetzte. Verärgert bemerkte er, dass ihn der absonderliche Wunsch überkam, sein Gegenüber zu berühren. Es war ihm fremd, einen Menschen Mut zusprechen zu wollen, den er nicht kannte, und noch befremdlicher war die Erkenntnis, dass dieser Borsche Empfindungen in ihm auslöste, die ihm ein solches Unbehagen bereiteten. Deutlich grimmiger als beabsichtigt fielen aus diesem Grund auch seine nächsten Worte aus. Solltest du dir irgendetwas zu Schulden kommen lassen, oder sollte sich herausstellen, dass du für jemanden spionierst, wirst du meine Klinge zu spüren bekommen. Wenn du versuchst, uns mit Lug und Trug zu blenden, werde ich dich in Stücke zurück an den wahren Herrn senden. Die Augen des Borschen wurden groß. Sein Mund öffnete sich, als wollte er widersprechen, und schloss sich zu entzitternden Spalt. Das Verlangen, diese vollen, viel zu zart geschwungenen Lippen zu kosten, ließ Reus wütend aus seinem Sessel empor schnellen. Lee machte deutlich eingeschüchtert, mit bleichem Gesicht einen hastigen Schritt nach hinten. Ja, Sir. Seine Stimme war nur ein heiseres Flüstern, das in Reus' Ohren deutlich zu sinnlich klang und sein Blut wild durch die Adern pulsieren ließ. Er wandte dem Jungen den Rücken zu und fuhr sich mit einer Hand über das Gesicht. Bei den Göttern, was war los mit ihm? Lee also, dein Name ist so gut wie jeder andere, stellte er knapp fest und macht eine unwillige Handbewegung. Du kannst gehen. Wolf soll dich zu Melissa bringen. Sie kann noch Hilfe gebrauchen. Für Unterkunft und Essen wirst du arbeiten müssen. Über die Schulter warf er dem Borschen einen letzten Blick zu. Verschwinde! Lee wusste nicht, was sie gesagt hatte, kurz bevor sie hastig den Raum verließ, aber es war ihr gleichgültig. Er hatte ihr Angst gemacht. Noch mehr Angst machten ihr allerdings ihre eigenen Gefühle und dieser seltsame Ausdruck in seine Augen. Ihr war der Blick nicht entgangen, mit dem er ihren Mund betrachtete, wie seine Augen kurz ihre Gestalt gestreift hatten. Schlimmer noch war allerdings die Tatsache, wie nachhaltig ihr eigener Körper darauf reagierte. Ihr war durchaus bewusst, dass man sie für einen Mann hielt. Dieser Umstand war vermutlich von Vorteil und bot ihr einen gewissen Schutz. Allerdings verhinderte diese Tatsache nicht, dass sie sich viel zu intensiv von Reuss angezogen fühlte und schon fast ein schmerzhaftes Ziehen durch ihren Körper schoss. Was war los mit ihr? Das war doch nicht sie. Sie musste unter allen Umständen vermeiden, allein mit ihm zu sein. Es fiel ihr deutlich leichter, seine männliche Ausstrahlung zu ignorieren, wenn sich andere Leute um sie herum befanden. Einer Flucht gleich entfernte sie sich raschen Schrittes von der Bibliothek und lief den Gang zurück, durch den sie Reuss vor wenigen Minuten gefolgt war. Kurz bevor sie die Halle erreichte, sah sie Wolfs wuchtige Gestalt im Türrahmen erscheinen. Erleichtert ging sie ihm entgegen und bemerkte, dass er seinen Fellmantel endlich abgelegt hatte. Allerdings änderte das nichts daran, dass er ein wirklich großer Kerl mit wildem Bart wuchs und verfilztem Haupthaar war. Er erinnerte sie an die Riesen aus den Märchenbüchern, die sie als Kind so gern gelesen hatte. Ihr Herz setzte einen Schlag aus, bevor es heftig weiter pochte. Die Details ihres bisherigen Lebens kehrten also langsam zurück. Das ließ zumindest darauf hoffen, dass sie sich bald an noch mehr erinnern würde. Du hast überlebt, stellte er trocken fest und zwinkerte ihr amüsiert zu, als sie vor ihm stehen blieb. Wo ist Lord Royce? Noch in der Bibliothek, gab sie zurück und deutete hinter sich. Er hat gesagt, ich darf bleiben, aber ich soll mich bei Melissa melden, um dort zu helfen. Gut, Wolf betrachtete sie einen Moment versonnen. Hat er dir einen Namen gegeben? Nein, aber ich erinnere mich an einen Namen. Lee. Ich weiß nicht, ob es meiner ist. Sir Royce, er sagte, der Name sei so gut wie jeder andere. Er setzte sie mit schiefem Lächeln hinzu. Wolf nickte bedächtig. Gut, dann Lee. Im Gestrüpp seines Bartes blitzten ein paar Zähne auf, als er sie kurz angrinste. Folge mir, Lee. Ich bringe dich zu Melissa. Sie ist die gute Seele unseres Hauses, aber sie führt eine harte Hand. Bemühe dich und faulen sie nicht, wenn du für sie arbeitest, denn den Kochlöffel schwingt sie ebenfalls mit harter Hand. Als der Tag sich dem Ende neigte, spürte Lee jeden einzelnen Knochen in ihrem Leib. Melissa war eine rundliche, mütterlich wirkende Frau mittleren Alters, deren sanftmütiges Äußeres über ihren scharfsinnigen Verstand und ihre eiserne Unnachgiebigkeit hinwegtäuschte. Das braune Haar war von vielen grauen Strähnen durchzogen, und ernste, grüne Augen hatten Lee lange stumm gemustert, nachdem Wolf sie mit einigen knappen Worten bei Melissa abgeladen hatte. Ein seltsamer Ausdruck hatte auf ihrem Gesicht gelegen, während sie Lee betrachtet hatte, aber sie hatte keinen Ton von sich gegeben. Schließlich hatte sie Lee einen Besen und einen Eimer gereicht und ihr aufgetragen, die Halle von dem alten Stroh und Dreck zu befreien. Dankbar, eine Beschäftigung zu haben und somit versuchen zu können, den vielen verwirrenden Dingen zu entkommen, die ihr ständig durch den Kopf schossen, hatte sie sich in die Arbeit gestürzt. Es hatte Stunden gedauert, den schmutzenden Unrat sowie den damit verbundenen Gestank aus der Halle zu entfernen, aber sie hat es geschafft. Dass sie sich dabei nicht übergeben hatte, hatte sie mit einem gewissen Stolz erfüllt. Dem Kreisen ihrer Gedanken hatte sie dennoch keinen Abbruch getan. Das unablässige Gegrübel über das, was geschehen war, hatte sie zwar zu keinem befriedigen Ergebnis gebracht, aber ihr langsam einen Schmerzenschädel verursacht. Für die unzähligen Fragen in ihrem Kopf gab es weiterhin keine Antworten. Damit musste sie sich vorerst abfinden und das Beste aus der Situation machen. Nachdem sie sich diese wenigstimmige Erkenntnis lang genug vorgebetet hatte, begannen die Strapazen sie endlich zu erschöpfen und ihre Überlegungen zu unterbrechen. Nach getaner Arbeit und mit dem Gefühl etwas Sinnvolles geschafft zu haben, kehrte sie zu Melissa zurück, um die nächste Aufgabe übertragen zu bekommen. Diese wies sie an, sich die Finger zu waschen und anschließend Gemüse zu putzen. Mit einem krummen Messer in der einen und der gefühlt tausendsten Rübe in der anderen Hand saß sie da und wäre fast eingeschlafen, als Melissa ihr sanft eine Hand auf die Schulter legte. »Lass gut sein für heute, Lee.« Sie nahm ihr Werkzeug und Gemüse ab und legte beides beiseite. Ein nachsichtiges Lächeln lag auf ihrem Gesicht. »Du hast mir bekundet, dass du arbeiten kannst und willst. Du hast dir eine Mahlzeit verdient.« Melissa schob eine Schüssel mit dampfenden Eintopf vor sie. Dem leisen Danke machte sich Lee heißhungrig darüber her. Selten hatte ihr ein einfacher Gemüsetopf so gut geschmeckt wie dieser. »Ich zeige dir später, wo du deine Lagerstatt für die Nacht aufschlagen kannst.« Nachdenklich betrachtete Melissa sie. »Solange du dich für einen Borschen ausgibst, kann ich dich nicht bei den anderen Küchenmärkten unterbringen.« Lee verschluckte sich fast bei ihrem Essen, spürte, wie ihr Gesicht alle Farbe verlor und hob bestürzt den Kopf. Melissa sah sie an. Das Lächeln war verschwunden, aber ihr Blick blieb aufrichtig. »Warte nicht zu lange, um dich unseren Herrn zu offenbaren,« stellte sie ernst fest. »Du hast nichts zu befürchten, solange es zu keiner Lüge wird und nur dein Schutz dient.« »Ich, es ist nur...« Nach einer Erklärung ringend, brach Lee ab und Melissa hob beschwichtigend eine Hand. »Du musst dich nicht erklären,« gab sie zurück. »Ich verstehe deine Beweggründe, Lee. Ich mag hier nur die Köchin sein, aber ich bin nicht auf den Kopf gefallen.« Sie zwinkerte ihr zu und wurde unvermittelt wieder ernst. »Obgleich es vielleicht nicht so verkehrt sein mag, wenn du deine Maskerade noch ein Weilchen aufrecht erhältst. Die Sölden aus Fallochor werden in Kürze eintreffen. Jene, die sich kaufen lassen und nicht aus Treue gegenüber unseren Herren an seiner Seite stehen. Ich traue ihnen nicht, und sie sind bereits eine ständige Gefahr für meine Mädchen.« Sie deutete auf die Schüssel. »Iss auf, und ich zeige dir, wo du dich zur Nacht betten kannst.« Das Stroh in der grob zusammengenähten Matratze piekste sie an allen möglichen und unmöglichen Stellen. Unruhig wälzte sich Lee auf die Seite und starrte in das halbdunkel, das sie in der Halle ausgebreitet hatte. Frostin zog sie die Felldecke enger um ihren Körper. Ihr Nachtlager befand sich in einer nicht direkt einsehbaren Niche unterhalb der Steintreppe, die von der Halle ins Obergeschoss führte. Direkt hinter ihr in der Wand gab es eine alte Tür, die offenbar schon lange nicht mehr benutzt worden war. Vermutlich der Zugang zu irgendeiner vergessenen Kammer. Die Eisenbeschläge waren vom Rost zerfressen und von Spinnenwehen bedeckt. Nachdem Melissa ihr gezeigt hatte, wo sie sich waschen und erleichtern konnte, war Lee völlig erschöpft auf ihr künftiges Bett gefallen und hatte die Augen geschlossen. Eigentlich hatte sie geglaubt, sofort einzuschlafen. Während die letzten Menschen noch durch die Halle gegangen, aufgeräumt und begonnen hatten, sich auf die Nacht vorzubereiten, war sie ein paar Mal weggenickt. Doch seit der letzte Krieger den weitläufigen Saal verlassen hatte und das Feuer im Kamin heruntergebrannt war, kam sie nicht zur Ruhe. Sie spürte die körperliche Erschöpfung, die Prellung von ihrem unsanften Sturz, den Muskelkater von der ungewohnten Arbeit. Ihre Augenlider waren schwer wie Blei und Lee fühlte sich völlig verausgabt. Sie sehnte sich nach nichts anderes als ein bisschen Schlaf, doch in ihrem Kopf tobt ein hysterisches Chaos. Sie drehte sich auf den Rücken und starrte den behauen Stein an, der den Niche über ihr begrenzte. Nach allem, was heute geschehen war, war es kein Wunder, dass sie Schwierigkeiten hatte, dem Kreisen ihre Gedanken Einheit zu gebieten. Immerhin war sie durch die Zeit gereist und nicht nur in einem anderen Jahrhundert, sondern auch in einer anderen Welt gelandet. Im Grunde konnte sie von Glück reden, dass die Menschen ihr trotz ihres offensichtlichen Artwohns so gastfreundlich waren. Eine Antwort auf die essentielle Frage, die sie den ganzen Tag beschäftigt hatte, war ihr denn noch nicht eingefallen. Wie war sie hierher gekommen? Ihre Erinnerung war nach wie vor lückenhaft. Klar war nur, sie hatte sich unglücklich gefühlt in ihrem altem Leben. Sie war einsam gewesen. Dieses Gefühl, nicht dazuzugehören und fehl am Platz zu sein, war ihr ständiger Begleiter gewesen. Schwach erinnerte sie sich an einen einzigen Menschen, ihre Mutter. Sie war krank gewesen und Lee hatte sie gepflegt. Nachdem sie gestorben war, schien die Einsamkeit, die Lee vorher schon so oft empfunden hatte, sie regelrecht zu ersticken. Seufzend rollte sie sich auf die andere Seite. Sie starrte einen Moment lang die Umrisse der Tür an, ehe sie frustriert auf die Matratze einboxte, weil sie erneut ein Halm zwischen den Fasern hervordrängelte und sie in den Hals stach. Wut und Bitterkeit tobten in ihr. Sich nicht klar an Details erinnern, war noch schlimmer als sich gar nicht zu erinnern. Dass sie sich trotz der Leere und Traurigkeit, die der Verlust ihrer Mutter in ihr hervorrief, immer noch nicht an deren Gesicht und Namen erinnern konnte, machte ihr das Atmen schwer. Dabei gab es so viele andere Einzelheiten, die sich voller Klarheit in ihr Bewusstsein drängten. Wie das Leben in ihrer eigenen Welt gewesen war, an den Komfort, den es gegeben hatte, Strom, der sie mit Licht versorgte, fließendes Wasser, Heizkörper, die sie wärmten. Hier konnte sie nicht einmal duschen gehen. Wenn sie zur Toilette wollte, musste sie entweder einen Nachttopf benutzen oder sich in der Kälte in irgendwelche Büsche schlagen. Beides war nicht besonders angenehm für jemanden, der in solches Leben nicht gewohnt war. Sie hatte zuletzt nachts auf einer Brücke gestanden. Es war kalt gewesen. Der Wind hat ihren Kleidern gezerrt und ihr Haar ins Gesicht geweht. Hinter ihr waren der Lärm und die anonyme Eintönigkeit der Stadt in weite Ferne gerückt. Zum ersten Mal in ihrem Leben war sie sich des Weges, der vor ihr lag, absolut sicher gewesen. Sie hatte nur nicht mit dem gerechnet, was danach kam. Während sie ehrlich war, hatte sie damit gar nicht gerechnet. Sie war kein gläubiger Mensch. Für sie gab es keine Engel, kein Himmelstor, keinen Garten Eden. Doch wach zu werden und sich in einer völlig anderen Welt wiederzufinden, hätte sie niemals erwartet. Vielleicht war es ihr vorbestimmt, hier zu sein. Vielleicht würde sie irgendwann eine Erklärung dafür bekommen, warum ihr das alles auf eine sehr merkwürdige Weise vertraut schien, obwohl sie es noch nie zuvor gesehen hatte. Zitternd drehte sie sich wieder auf den Rücken und wandte ihren Blick zu dem riesigen Kamin. Ein letzter Rest Glut knisterte mit monströsen Ungetüm. Ob sie es wagen konnte, etwas Holz nachzulegen? Ihr war fürchterlich kalt. Zähne knirschend schüttelte sie den Kopf und zog die Decke noch enger um sich. Sie war ihr Gast. Sich einfach etwas zu nehmen, das ihr nicht gehörte, sah man vielleicht nicht so gern. Allerdings hatte sie auch auf keiner pieksigen Matratze aus Stroh liegen oder unförmige Kleider tragen wollen. Aber aus irgendeinem Grund war sie hier. Und aus genau dem gleichen Grund trug sie eine Bandage, die ihre Brüste plattdrückte und sie als vermeintlichen Burschen tarnte. Vielleicht war das einfach ihre zweite Chance. Vielleicht gab es so etwas wie ein Ende gar nicht. Vielleicht sprang mal von einem Leben zum anderen. Sie hatte über Reinkarnation gelesen, Dokumentation im Fernsehen gesehen, darüber, dass Menschen unter Hypnose von ihrem früheren Leben berichteten und sich an Details ändern konnten, sogar an Namen. Aber sie alle hatten auch von ihrer Geburt und ihrem Tod erzählt. Keiner von ihnen hatte sich zuvor ohne diese Rückführung an Details ändern können. Nur eines war ihnen gemeinsam gewesen. Sie alle hatten diese Sehnsucht in sich gespürt. Die Sehnsucht nach einer anderen Zeit, einer anderen Welt. Warum konnte sie sich so bewusst an ihr früheres Leben erinnern? Das ergab alles keinen Sinn. Noch weniger Sinn macht die Tatsache, dass sie, obwohl ihr Serewan mit seinem Menschen dieser Burg Fremde unbekannt war, trotzdem dieses merkwürdige Gefühl verspürte, endlich heimgekehrt zu sein. So wie sie auf der Brücke gewusst hatte, dass sie das Richtige tat, so spürte sie nun, dass sie ihr Ziel fast erreicht hatte. Es fehlte nur noch eine Kleinigkeit. Etwas, das sie vollständig machte. Kopfschüttelt hob sie die Arme und presste ihr Handbein auf ihre Augen. Sie musste endlich aufhören zu grübeln. Ihre Gedanken kreisten um zu viele Dinge, die sich einfach nicht rationell erklären ließen, die sie vielleicht niemals verstehen würde. Hinzu kamen all die neuen Eindrücke, die sie verwirrten. All die Menschen, die plötzlich Teil ihres Lebens waren. Wolf, der sie der Kälte entrissen und die damit zweifellos das Leben gerettet hatte. Ein großer, brummiger Kerl, der einen etwas sonderbaren Humor zu besitzen schien. Er war ihr gegenüber von Anfang an freundlich gewesen und ist auch geblieben, als sie sich so sonderbar benommen hatte. Er hatte etwas Väterliches, etwas sehr Vertrautes an sich. Man konnte gar nicht anders, als ihn gern zu haben. Sie war sicher, dass er ihr zugehört hätte, wenn sie sich ihm offenbart hätte. Er würde ihr auch zuhören, wenn sie ihm von diesen seltsamen Gedanken erzählte, von ihren Erinnerungen an ihrem altem Leben. Allerdings bezweifelte sie, dass er ihr Glauben schenken würde. Niemand würde ihr diese Geschichte abnehmen. Nicht einmal Malissa, die trotz ihrer Strenge ein sehr gütiger Mensch war. Wobei Lee den Worten von Wolf durchaus glaubte, dass Malissa den Kochlöffel mit harter Hand schwang, in ihrer Küche fühlte sie ein wirklich strenges Regiment. Lee hatte noch nie eine so sauber geschrubbte Arbeitsplatte gesehen, wie in dem weitläufigen Raum, in dem die gute Seele der Burg ihre Mädchen zwischen Kartoffeln und Rüben herumscheuchte. Aber trotz ihrer burschikosen Art war Malissa ein Mensch, der Verantwortung übernahm. Sie hätte Lee nicht ohne Grund geraten, ihre Verkleidung aufrecht zu erhalten. Obwohl sie selbst von dem Schmutz und der unförmigen Kleidung nicht hatte beirren lassen, war ihre Sorge um Lee's wohl ehrlich gewesen. Und Lee spürte, dass Malissa ihr eines Tages zu einer wichtigen Verbündeten werden könnte. Verbündete? Warum dieses Wort? Waren Verbündete wirklich nötig? Okay, wenn sie es genauer betrachtete, war die Antwort vermutlich ja. Ihr Zusammentreff mit Reuss, Lord Reuss, Sir Reuss, hat ihr aufgezeigt, dass nicht jeder sie mit offenen Armen empfing. Es war seltsam gewesen mit ihm. Er war seltsam. Das Schlimmste war, dass sie sich auf sehr besorgniserregende Art und Weise zu diesem Mann hingezogen fühlte, den sie nicht kannte. Etwas an ihm war vertraut. Vertrauter noch als bei Wolf. Während sie heute Stroh und Dreck aus der Halle hinausgeschäffelt hatte, hatte sie genug Zeit gehabt, sich über ihre Gefühle und Empfindungen klar zu werden. Er schmeckte ihr nicht, was dabei herauskam. Aber sie war ehrlich genug zu sich selbst, um sich damit auseinanderzusetzen. Er war sexy, aufregend und attraktiv. Und er würde ihr vermutlich das Gesicht nach hinten drehen, wenn sie Malissas Aufforderung nachkam und ihm offenbarte, dass sie alle mit ihrem Auftreten getäuscht hatte. Trotzdem, kein Mann hatte in ihrem alten Leben je diese Art von Gefühlen in ihr ausgelöst. Niemand hat ihren Puls so zum Rasen gebracht und ihr Herz so wild schlagen lassen. Sie fühlte sich fast schon auf unanständige Weise zu ihm hingezogen. Das Dümme war, dass sie sich damit angriffbar machte. Obgleich sie weniger seine Klinge fürchtete als seine Worte, wollte sie sich nicht verletzen lassen. Von ihm am allerwenigsten. Als sie die Arme sinken ließ, tanzten helle Punkte vor ihren Augen und sie konnte einen Moment lang gar nichts mehr um sich herum erkennen. Das alles war wie ein schlechter Traum und sie ertappte sich nicht zum ersten Mal dabei, dass sie sich wünschte, daraus zu erwachen. Aber weder schlief noch träumte sie. Stattdessen befand sie sich eine fremde Welt, die sie verwirrte und ängstigte, mit Menschen, die ihr mit Misstrauen begegneten, dein emotionales Chaos in ihr hervorriefen. Ganz gleich, wie sehr sie sich den Kopf zerbrechen mochte, es würde nichts ändern. Ihr blieb keine andere Wahl, als sich zu arrangieren und zu versuchen, hier irgendwie Fuß zu fassen. Lee wandte den Kopf, als sein Geräusch sie aus den Gedanken riss. Zwei der großen zotteligen Hunde, die sich am Tag noch um die Knochen gestritten hatten, trotteten durch die Dunkelheit auf sie zu. Sie schluckte nervös. Eine Erinnerung blitzte in ihrem Kopf auf. Sie hatte sich immer einen eigenen Hund gewünscht, aber nie einen bekommen. Nun, da zwei dieser riesen Geschöpfe auf sie zukamen, hätte sie ein bisschen mehr Erfahrung im Umgang mit diesen Tieren gebrauchen können. Das Beste war vermutlich, ruhig zu bleiben und nicht in Panik zu verfallen. Ihr Herz setzte trotzdem einen Schlag aus, als einer der beiden ihre Hand beschnüffelte und seine nassen Nase sich anschließend in ihr Haar drückte. Er gab ein kurzes Grunsen von sich, ehe er es sich laut stöhnt neben ihrer Matratze bequem machte und den Kopf auf den Boden ablegte. Ein erleichterndes Kichern stieg in Lee auf. Sie spürte, wie die Matratze unter dem Gewicht des zweiten Hundes durchdrückte. Verunsichert rutschte sie mit den Beinen bis zur Wand und konnte im nächsten Augenblick fühlen, wie er sich neben ihr bequem machte. Sein schwerer Schädel landete auf ihrem Bauch und er schnaufte zufrieden. Sie ließ ihre Finger zu seinem Kopf wandern und konnte das lange, raue Fell spüren. Als sie ihn streichelte, drückte er sich noch enger an sie. Plötzlich war Lee von einer tiefen Wärme erfüllt. Eine Hand gegen die Lippen gepresst, schloss sie die Augen und versuchte nicht länger gegen die Tränen anzukämpfen, die schon so lange nach einem Ventil suchten. Heiß und salzig liefen sie über die Wangen und benetzten das Stroh unter ihrem Kopf. So feuchteinflößend die gewaltigen Tiere auf den ersten Blick gewirkt hatten. So behütet und geborgen fühlte sie sich auf einmal in ihrer Nähe. Und dieses Gefühl von Zuneigung und der Ruhe, das sie in ihr weckten, löste eine letzte Sperre in ihr aus. Erinnerungen fluten über sie hinweg wie die Wellen, in die sie sich gestürzt hatte. Sie war ein stilles Kind gewesen, stets in sich gekehrt, auf den ersten Blick eher schüchtern. Ihr Vater hatte sie nicht gewollt. Sie war eine Enttäuschung für ihn, nicht der Sohn, den er sich erhofft hatte. Und nach ihrer Geburt war ihre Mutter unfähig, einem weiteren Kind das Leben zu schenken. Er hatte Lee immer spüren lassen, dass er sie dafür verantwortlich machte und wie sehr er ihren Anblick verabscheute. Jeden Tag. Trotzdem hatte sie jahrelang danach gestrebt, ihm zu gefallen. Sie war fleißig gewesen. Sie hatte die besten Noten heimgebracht und immer hart gearbeitet, nur um seine Anerkennung zu bekommen, seinen Stolz. Ein einziges Mal das Gefühl zu haben, von ihm geliebt zu werden. Es war vergebens gewesen. Ihre Mutter war ganz anders gewesen. Liebevoll und charmant. Sie hatten so oft gemeinsam gelacht, gemeinsam geweint. All die Liebe, die Lees Vater ihr verwehrt hatte, hatte sie ihr geschenkt. Christine. Das war ihr Name gewesen. Lee schlurzte leise. Sie erinnerte sich wieder. Die Augen so blau wie der Himmel an einem Sommertag und ihren dunklen Haaren hatte die Sonne immer rote Lichter gezaubert. So oft hatte Lee auf ihren Schoß gesessen und sich von ihr in Schlaf wiegen lassen. Sie hatte sich an sie geschmückt und ihre Wärmegenossen, ihre Liebe, ihre Zuneigung. Und ihr Vater hatte mit Eifersucht und Kälte reagiert. Er hatte verlangt, dass sie diese Art von Zuneigungsbekundung unterließen und Lees Mutter hatte sich irgendwann um der Ruhe willen gefügt. Dafür hatte Lee ihn gehasst. Ihre Kindheit war unspektakulär verlaufen und geprägt von dem ständigen Willen, sich zu beweisen. Irgendwann als Teenager hatte sie aufgegeben. Ihre Leistungen fielen ab und sie hatte nur noch mittelmäßige Noten heimgebracht. Vieren und Fünfen hatten ihn so wenig interessiert wie die Einsen in den Jahren zuvor. Sie hatten ihre Leben aneinander vorbeigeführt, obwohl sie unter dem gleichen Dach gelebt hatten. Es war ein einsames Leben für Lee gewesen. Sie hatte sich nie wirklich daheim gefühlt oder dazugehört. Es war immer gewesen, als Feder ein Stück von ihr, als wäre sie unvollständig gewesen. Wirklich echte Freunde waren schwer zu finden gewesen. Die meisten hatten sie nur für kurze Zeit begleitet, ehe sie sich wieder aus den Augen verloren hatten. So etwas wie eine beste Freundin hatte es für Lee nie gegeben. Dennoch war sie erwachsen geworden. Sie hat etwas gelernt, sich einen Job besorgt und versucht auf eigene Beine zu stehen. Als ihr Vater gestorben war, war Lee ebenso traurig wie erleichtert gewesen. Sie war zurück zu ihrer Mutter gezogen. Doch die Zeit, die dann folgte, war hart gewesen. Christine war krank geworden. Sehr schnell und sehr schwer. Darmkrebs. Der Diagnose war ein grässliches Leiden und ein qualvolles Sterben gefolgt. Lee hatte versucht, für sie stark zu sein und ihren Alltag irgendwie zu meistern. Zumindest eine Weile. Doch dann hatte sie die Asche ihrer Mutter beerdigt. So kurz, nachdem sie bereits den Vater verloren hatte. Sie hatte ihren Job nicht mehr richtig machen können und war von Tag zu Tag unglücklicher geworden. Ihr Boss hatte zu nörgeln begonnen. Die Kollegen hatten angefangen zu hetzen. Sie hatte irgendwann die Fassung verloren und alle angeschrien, was für mittelletzlose, kalte Zombies sie sein. Danach war die Königin gekommen. Kein Job bedeutete kein Geld und Lee hatte den Entschluss gefasst, dass es nichts mehr in dieser Welt gab, das für sie von Bedeutung war. Sie hatte kein Zuhause mehr besessen. Christine war ihr Zuhause gewesen. Doch sie war fort. Es hatte keine Verwandten gegeben. Keine wirklichen Freunde. Also hatte sie ihr Hab und Gut verkauft. Ihre Schulden bezahlt und sich mit nichts als dem, was sie am Leib getragen hatte, von ihrem alten Dasein verabschiedet. Es hatte keinerlei Abschiedsbrief gegeben. An wen auch? Und wozu? Sie war über das Brückengeländer gestiegen und gesprungen. Sie konnte nicht schwimmen. Es waren 50 Meter in die Tiefe. Es hätte ein schneller Tod sein sollen. Schnell und sicher. Dann hatte Wolf sie gefunden. Statt irgendwo im Jenseits zu hocken und friedlich auf einer Wolke herumzulungern, war sie in einer Welt angekommen, deren Geschichte und Menschen sie nicht kannte und deren Kultur ihr fremd war. Warum auch immer, aber offenbar bot das Schicksal ihr die Möglichkeit, es dieses Mal anders zu machen. Nun lag sie hier, mit zwei Hunden an ihrer Seite, von denen einer sich an sie drückte und vertrauensvoll seinen Kopf an ihrem Bauch schmickte. Zum ersten Mal führte sie sich daheim. Leises Kettengeklöre und der Klang vom Metall, das aufeinander schlug, rissen sie aus einem unruhigen Schlaf. Blinzend schlug sie die Augen auf und starrte auf grauen Steinen. Sie hatte geträumt. Zu ihrem Verdruss konnte sie sich nicht an Einzelheiten erinnern, aber es hatte sich wirklich gut angefühlt. Gähnend rieb sich Le die Augen und hatte für einen Moment Mühe, sich zu orientieren, ehe ihr wieder einfiel, wo sie war. Als sie sich auf den Rücken drehen wollte, gab der Hund hinter ihr ein protestierendes Brummen von sich. Sie verharrte kurz und erinnerte sich, dass sie in der vergangenen Nacht zwei Bettgenossen bekommen hatte. Einer davon war ziemlich schwer gewesen und hatte sie während der Nacht immer weiter Richtung Wand gedrängt. Allerdings hat ihr vierbeiniger Mitschläfer trotz seiner gewaltigen Ausmaße zumindest den Effekt gehabt, dass sie nicht mehr hatte frieren müssen. Ein Backofen war nichts dagegen. Lee schlug die Felldecke zur Seite und erdrückte einen Stöhnen. Die Arbeit des vergangenen Tages hat ihr einen heftigen Muskelkater beschert, der sich nun in Armen und Beinen bemerkbar machte und die wenig bequeme Position, in der sie die Nacht verbracht hatte, tat ihr Übriges dazu. Das konnte er heiter werden. Langsam setzte sie sich auf, kroch über den Hund Nummer eins hinweg, der immer noch unbeweglich auf ihrer Matratze lag und überquerte, mehr krabbelnd als aufrechtgehend, den vor dem Bett liegenden Hund Nummer zwei. Er hob nun kurz den Kopf, gähnte sie mit seinem riesigen Maul an und legte sich wieder hin. Belustig schüttelte sie den Kopf und sah sich um. Die Halle war bis auf sie und die Hunde leer. Nur spärlich drang das dürftige Licht des Morgens durch die schmalen Fenstern, die sich links und rechts der Eingangsforte befanden. Irritiert runzelte sie die Stirn. Offenbar war die Nacht noch gar nicht um und sie hatte sich zu früh von ihrem Laber erhoben. Unruhig blickte sie zurück zu ihrer Matratze. Ihr Beichschläfer hatte sie Gunst des Augenblicks genutzt und es sich gemütlich gemacht. Da würde sie heute jedenfalls keinen Platz mehr bekommen. Erneut schlug Metall gegen Metall. Neugierig sah sie zu der Eichentür hinüber, die ein Spalt offen stand. Der Lärm, der sie geweckt hatte, kam eindeutig von dort draußen. Was war da los um diese Zeit? Langsam schlich sie den Geräuschen entgegen, schob die schwere Tür etwas weiter auf und linste in den anbrechenden Tag hinaus. Ihre Augen brauchten einen Moment, um in Dämmerlicht etwas zu erkennen. Dann fiel ihr Blick auf einen riesigen Krieger, der mit dem Rücken zu ihrem Hof stand. Zwei Männer bewegten sich leichtfüßig vor ihm auf und ab, während sie ihn mit ihren Schwertern bedrohten. Sein Kild war zerrissen und auf seinem nackten Rücken sickerte Blut aus einer Schnittwunde. Liebe merkte das schweißnasse Haar in seinem Nacken und sein schweres Atmen. Er war deutlich angeschlagen. War das ein Übungskampf? Auf dem Boden neben ihm sah sie ein Kurzschwert liegen. Der rechte Arm des Kriegers hing nutzlos herab, während er mit der linken Hand einen gewaltigen Knüppel aus Holz umklammert hielt. Stirnrunzend trat sie einen Schritt näher an die Tür. Es war offensichtlich, dass er am Ende seine Kräfte war. Das mussten doch auch seine Trainingspartner sehen, oder? Sie musterte die beiden anderen Männer, die Hosen statt Kilds trugen. War das üblich? Jeder Mann, den sie gestern in der Halle oder im Hof gesehen hatte, hatte ein Kild getragen, und sie hatte den Eindruck gehabt, dass keiner von ihnen jemals freiwillig auf die traditionelle Kleidung verzichtete, ganz gleich wie kalt der Winter auch sein mochte. Als beide Männer gleichzeitig auf den Krieger losgingen, wich dieser zur Seite aus und setzte sich gegen die Angriffe zur Wehr. Obgleich er den rechten Arm offenbar nicht mehr bewegen konnte, gelang es ihm dennoch, die Hiebe abzublocken. Allerdings fragte sich Lee, wie lange das noch gut gehen würde. Sie sah, wie Holz splitterte, als eines der Schwerter in seinen Knüppel entlang glitt und eine tiefe Kerbe hineingrub. Das war keine faire Auseinandersetzung. Natürlich ging sie das hier eigentlich nichts an, aber war das wirklich gewollt? Sie blickte sich im Hof um, doch nirgends war auch nur eine Menschenseele zu sehen. Selbst aus den kleinen Hütten, die sie an der Außenmauer schmiegten, drang kein Laut und kein Leben. Die Männer umrundeten aneinander. Zwei gegen einen war einfach unfair und Lee wollte sich schon bemerkbar machen, als der Krieger plötzlich im Licht stand und sie erkannte, wer es war. Ihr Herz setzte einen Schlag aus. Wulff. Plötzlich war sie hellwach. Was war da los? Das konnten doch unmöglich seine eigenen Krieger sein, die ihn so zurichteten. Er war verletzt. Er benutzte nur noch einen Arm und war ihnen mit seinem Holzstab deutlich unterlegen. Alarmiert biss sie sich auf die Unterlippe, trat hektisch einen Schritt zurück und starrte in das Zwielicht, das in der dunklen Halle herrschte. Warum half ihm niemand? Sie konnte doch nicht die Einzige sein, die den Lärm ihres Kampfes hörte. Wo waren die anderen? Unruhig sah sie sich um. Da sie keine Ahnung hatte, wo Reus oder Melissa ihr Nachtquartier hatten. Wusste sie auch nicht, wen sie aufscheuchen konnte, um Hilfe zu holen. Hallo? Ihre Rufe halten von den Wänden zurück. Doch nirgendwo rührte sich etwas. Hallo? Nichts. Sekunden waren zu endlosen Augenblicken. Stille und Schweigen waren ihre einzigen Antworten und kein Mensch würde Wulff zur Hilfe eilen. Sie riskierte einen weiteren Blick durch den Türspalt. Das Herz hämmerte schmerzhaft in ihrer Brust, während sie erkannte, dass Wulff mehr und mehr an Boden verlor. Farig sah sie sich um und ihre Augen blieben an den unzähligen Waffen hängen, die demonstrativ neben der Pforte an der Wand lehnten. Es war ein buntes Sammelsurium aus Metall, Holz und Leder. Und den größten Teil dieser Waffenkollektion vermochte sie vermutlich nicht zu benennen. Da lagen Äxte, Beile, Schwerter und Dolche. Sie hatte keine Ahnung, wie man ein Schwert führte. Diese riesige, zweischneidige Axt, die an der Wand lehnte, war fast so groß wie sie selbst und Liebe zweifelte, dass sie dieses Monstrum von der Stelle bewegen konnte. Sie kratzte sich hektisch am Kopf. Wulff war ein großer, kräftiger Mann und sie schätzte ihn nicht als jemanden ein, der sich nicht gegen zwei Männer zu wehren wusste. Doch er war angeschlagen. Er blutete. Vielleicht war es das, was ihm die Kraft raubte. Er würde es nicht schaffen, in diesem Zustand zwei Männer zu überwältigen. Vielleicht konnte sie ihm Zeit verschaffen. Vielleicht konnte sie einen seiner Gegner ablenken. Wenn er einen nach dem anderen ausschalten konnte und sich nicht mehr gegen beide zur Wehr setzen musste. In den Filmen, die sie gesehen hatte, war ihr das alles gar nicht so kompliziert vorgekommen. Sie trat zu den Waffen, griff sich ein Schwert und versucht es anzuheben. Es war schwer. Viel schwerer, als sie erwartet hatte. Sie würde dieses Ding nicht länger als ein paar Sekunden hochheben können, geschweige denn, dass sie auch nur den Hauch einer Chance hatte, es zu bewegen. Mit einem leisen Stöhnen ließ sie es wieder zu Boden senken und glaubte kurzentschlossen zwei Deutsche auf. Die aufkeimende Furcht zurückdrängend lief sie wieder zur Tür. Ihr Puls raste und Lee spürte, wie das Adrenalin in sich hier auszubreiten begann, während sie die schwere Pforte aufschob. Was tust du da? Tief durchatmend starrte sie zu den Männern hinab. Sie hatte keinen Plan und nicht die geringste Ahnung, was sie sich eigentlich dabei dachte, aber sie wusste, das war Wolfs einzige Chance. Entschlossen setzte sie sich in Bewegung, der starrte im nächsten Moment zu einer unbeweglichen Statue, als sie von hinten eine Hand auf ihren Mund legte. Ein großer, warmer Körper drängte sich an sie. Er roch nach Stroh und Pferden und irgendwie männlich. Allerdings verdrängte das Gefühl der kalten Klinge an ihrem Hals jeden anderen Gedanken. Der erschrockene Aufschrei, der in ihrer Kehle emporkroch, blieb ungehört stecken und sekundenlang war sie wie gelähmt. Ihr Gehirn schien nur mit Verzögerung wieder seine Arbeit aufzunehmen und die Situation zu analysieren, während ihr Pulsschlag in einem wahnwitzigen Takt gegen ihre Schläfe hämmerte. Keine Angst brach ihr aus allen Poren und vermischte sich mit dem Adrenalin, was sie durchströmte. Ihr schwindelte. Was gedenkst du mit dem Messer in deiner Hand zu tun? Das dunkle Flüstern eines Mannes streifte warm ihr Ohr und sorgte dafür, dass die Herrchen auf ihren Armen sich aufstellten. Sie spürte, wie der Schweiß ausbrach. Melissa hatte von Söldnern gesprochen, Männern, denen sie nicht vertraute. Verdammt, sie war zur falschen Zeit am falschen Ort. Für eine Sekunde überlegte sie, ob sie die Chance hätte, mit den Deutschen zuzustechen, ehe die Klinge an ihren Hals tiefer schnitt. Doch der Druck, den der Mann auf ihrer Kehle ausübte, war sie kündlich stärker und bezweifelte, dass sie ihn überhaupt hätte treffen würde. Wahrscheinlicher war, dass er sie im gleichen Augenblick getötet hätte, indem sie ausholte. Lee schluckte schwer, die warmen Finger rutschten zu ihrem Kinn, um ihr die Möglichkeit zu geben, seine Frage zu beantworten und ihren Kopf weiter nach hinten zu strecken. In ihren Ohren rauschte das Blut so laut, dass ihre eigenen Worte kaum verstand. »Ich, ich wollte, ich, ich wollte hinausgehen und Wulf helfen.« »Du willst Wulf helfen?« Die Frage klang fast schon erstaunt und in ihr keimt ein Funken Hoffnung auf, dass es einer der heimischen Krieger war, der hinter ihr stand. »Ja, er wird angegriffen. Wenn ich eine Männer ablenke, dann kann er den anderen außer Gefecht setzen.« Sie hatte am liebsten noch etwas Patziges. »Warum kümmerst du dich nicht darum?« hinterhergeschoben. Aber sie wagte ohnehin kaum zu sprechen, während die Schneide des Messers an ihrem Hals lag. Im Grunde rechnete sie jeden Augenblick damit, dass die Klinge ihr Fleisch zerteilte. Eine falsche Bewegung und es war ihre letzte. Sie wagte kaum noch zu schlucken. »Du kannst kämpfen?« Er rückte näher. Seine Stimme bekam ein unheilvollen Unterton. Lies Haut brannte und etwas floss warm und klebrig an ihrem Hals herunter. Ihr stockte der Atem. Er würde ihr die Kehle durchschneiden. Sie spürte, wie heiße Tränen in ihre Augen schossen oder drückte nur mühsam den Drang, sich gegen ihren Peiniger zur Wehr zu setzen. »Nein, ich dachte, ich kann mir vielleicht Zeit verschaffen. Nur einen Augenblick.« »Warum du?« Die Stimme klang zornig und Glied zuckte zusammen. Sie spürte, wie das Messer tiefer schnitt. Der höllische Schmerz traf sie unverbreitet. Die Tränen liefen ihr haltlos über die Wangen und sie schlurzte leise auf. Zum ersten Mal begriff sie, was Todesangst bedeutete. »Weiß, wenn es niemand wach ist,« gab sie zurück. »Ihr war gleichgültig, dass er ihr Weinen hörte. Sie wollte nicht sterben. Ich weiß nicht, wo die anderen sind.« »Warum wir zu Wolf helfen? Du kennst sie nicht. Was sind deine Beweggründe?« »Was war das für eine seltsame Frage? Warum interessierte das diesem Kerl überhaupt, wenn er sie doch ohnehin töten würde?« Die Schneide bewegte sich an ihren Hals und das Blut floss viel zu schnell und zu heiß über ihre Haut. Ihrer Kehle entrang sich ein deutlich vernehmbares Aufheulen, als sie ihr mit wesentlich lauterer Stimme antwortete als gewollt. »Er hat mir das Leben gerettet. Ich kann doch nicht einfach zusehen, wie sie ihn töten!« Das Messer verschwand so plötzlich, wie es gekommen war, und das Klirren der Schwerter verstummte. Wolf und seine beiden Gegner standen im Hof und starrten irritiert zu ihnen hinauf. Lieber wie eingefroren. Während das Blut unaufhaltsam aus ihrem Hals zu sickern schien und sich mit den Tränen vermischte, die über ihr Kinn nach unten liefen, begannen sie am ganzen Körper zu zittern. Selbst ihre Zähne schlugen aufeinander. Neben ihr trat Reus aus der Dunkelheit. Sie starrte ihn aus weit aufgerissenen Augen an. In seinen Fingern lag ein unterarmlanger, schmaler Dolch, an dessen Klinge ihr Blut klebte, und in seinen funkenden Augen lag eine Mischung aus tiefstem Misstrauen und verhohlenem Zorn. Unfähig, den Blick von ihm zu wenden oder sich zu rühren, stand sie da und spürte deutlicher denn je seine Verachtung. Ihr Hals brannte wie die Hölle, und die Furcht, die sie gestern schon vor ihm verspürt hatte, verdichtete sich zu purer Angst. Sie hatte geahnt, dass er gefährlich war, aber sie war sich nicht bewusst gewesen, wie leicht es sie für ihn wäre, ihrem Leben ein Ende zu bereiten. Wie hatte sie sich in irgendwelche romantischen Fantastereien verstricken können? Er war kein Gentleman. Er würde sie ohne zu zögern umbringen. Übelkeit machte sich in ihr breit. Niemand wird ihn töten. Das ist ein morgendlicher Übungskampf, stellte Reuss fest. Zögern zwang sie ihren Blick zu Wulf, der durchgeschwitzt, aber bis auf den Schnitt auf seinem Rücken offenbar unversehrt zwischen den beiden Kriegern stand. Mit dem rechten Arm langte er nach dem Kortschwert und kam ein paar Schritte auf sie zu. Das war alles nur Show gewesen? Liebe merkte, dass seine Gegner mit blauen Flecken und Tratzen besät waren und der Jüngere der beiden einen nicht minderblutigen Schnitt an seinem rechten Oberarm davon getragen hatte. Heiländer waren offensichtlich ein wenig schroffer in ihrem Umgang und blutende Verletzungen während des Trainings gewohnt. Wulfs Stirn legte sich in Falten und als er mit weiteren raumengreifenden Schritten auf sie zukam, hielt ihn Reuss mit seiner abgehackten Geste auf. Der Clanherr wandte sich zu ihr um und musterte sie von oben bis unten. Die Abscheu in seinem Blick war kaum zu ertragen. Du wirst niemanden retten, indem du dich selbst zum Opfer machst. Reuss' Blick bohrte sich in ihre Augen und er trat einen Schritt näher. Ich werde dich lehren zu kämpfen, Lee. Aber wenn du in meiner Nähe noch einmal heulst wie ein verwöhntes Weib, werde ich dir mein Schwert in die Brust rammen und dein elendem Dasein ein Ende bereiten. Sie knirschte lautlos mit den Zähnen. Wenn der wüsste! Erneut wollten die Tränen sie übermannen, aber die Blöße wollte sie sich vor ihm nicht noch einmal geben. Die Nase hochziehend, wüschte sie sich möglichst jungenhaft mit den Ärmel ihres Pullovers übers Gesicht und versuchte das peinigende Pochen an ihrer malträtrierten Kehle zu ignorieren. Ja, Sir, kretzte sie mit heiserer Stimme. Seine Augen huschten über ihren Hals. Sie wollte gar nicht wissen, wie es ihr aussah. Allerdings hatte sie für einen Moment das Gefühl, so etwas wie den Anflug eines schlechten Gewissens in seinem Blick zu erkennen. Komm mit. Schlecht gelaunt ging er an ihr vorbei und betrat hinter Lee die Halle. Sie bemerkte noch Wolfs besorgtes Kopfschütteln, ehe sie sich hastig umdrehte und den Clan herfolgte. Nachdem sie die Messer wieder zu den anderen Waffen in der Halle gelegt hatte, eilte sie hinter Reus die Treppe hinauf und folgte ihm in die dunkle Nische, in der er verschwand. Dort öffnete er eine massive Eichentür und Lee trat ihn in die hinterliegende Kammer. Sie fand sich in einem geräumigen Schlafzimmer wieder, das von einem riesigen Himmelbett dominiert wurde. Sein Schlafzimmer. Schlagartig wurde ihr heiß. Unbehagen machte sich in ihr bereit. Für den Bruchteil einer Sekunde war sie überzeugt, er hätte die Wahrheit herausgefunden und würde sie nun auf sein Bett werfen, um ihr zu zeigen, was er von Lügnern hält. Stattdessen ging er daran vorbei und trat durch eine weitere Tür. Sie folgte ihm zögernd in den Badezimmer. Ein Zuber stand mittig darin, flankiert von einem Wandschirm, hinter dem sich in seiner Nische der Außenwand gelassene, eine zwar vorsinnflutliche, aber auf den ersten Blick offenbar funktionsfähige Toilette verbarg. Sie war irritiert von so viel unerwarteter Fortschrittlichkeit. Das war kein Vergleich zu dem wenig appetitlich aussehenden Nachttopf, den Melissa ihrem Vorabend angeboten hatte. Zumindest schien es doch noch Hoffnung auf ein bisschen Komfort zu geben, wenn bereits Glasscheiben in dem Fenster nischen und altertümliche Cosettes existierten. Sie selbst hatte am Vorabend am Rand der Klippen hinter einem Busch gesessen, weil sie diese tönerne, stinkende Ungetüm nicht hatte benutzen wollen, das Melissa ihr gezeigt hatte. Das Ding hatte so widerlich ausgesehen, dass sie es lieber riskiert hatte, sich den nackten Hintern zu verkühlen. Reus deutete auf den Schirm neben dem Fenster und befahl ihr wortlos, sich zu setzen. Während er in einen kleinen Schrank trat und dort herumkramte, ließ sie sich auf den Hocker sinken und kämpfte unvermutigt gegen die Vorstellung in ihrem Kopf, wie sein gut geformter Körper wohl in warmem Wasser aussah, wenn er badete, oder wie sich seine Haut unter ihren Fingern anfühlen mochte. Betreten kniff sie die Augen zusammen und wäre am liebsten im Erdboden versunken. Eine beschämende Hitze breitete sich auf ihren Wangen aus. War sie denn des Wahnsinns? Hast du Schmerzen? Sein Atem streifte ihre Lippen, als er die Frage viel zu dicht an ihrem Gesicht stellte. Sie schlug die Augen auf und begegnete seinem Blick. Sein Mund war nur Zentimeter von ihrem eigenen entfernt. Das Herz schlug ihr bis zur Kehle. Sekundenlang starrten sie einander wortlos an, ehe ihr Verstand wieder einsetzte. Blinzeln schüttelte sie den Kopf und sah rasch auf ihre Hände hinunter. Die Schamesröte brannte sich bis in ihre Ohren. Es ist nicht so schlimm. Er gab nur ein unwilliges Knurren von sich, ehe er ihren Kopf unsanft an den Haaren nach hinten zog und einen nassen Lappen auf ihren Hals drückte. Scharf zog sie Luft zwischen den zusammengebissenen Zähnen durch und kämpfte gegen das Verlangen, Reus mit Wucht vor Schienbein zu treten. Verflucht tat das weh. Dennoch verharrte sie bewegungslos in dieser Position, bis sie das Tuch wegnahm und damit begann die Wunde zu säubern. Das war noch schlimmer, als sie sich vorgestellt hatte. Sie starrte mit brennenden Augen die Decke über sich an, darum bemüht nicht erneut in Tränen auszubrechen. Der Blick, mit dem er sie zwischendurch musterte, behagte ihr ebenso wenig wie die unangenehme Behandlung. Doch was auch immer er da tat, es wurde nach einer Weile besser und der Schmerz von irgendetwas betäubt, dass er ihr zum Schluss auf die Kehle schmierte. Es wird heilen, bemerkte er schließlich nach einer gefühlten Ewigkeit und langte nach einer sauberen Binde, die er um ihr den Hals legte. Sie gab keinen Mucks von sich, obwohl er den Verband so eng zog, dass sie für einen Moment sicher war, er wollte sie damit erdrosseln. In ein paar Tagen wirst du nichts mehr spüren. Mit grimmiger Miene entfernte er sich raschen Schrittes von ihr, als wäre ihre Anwesenheit ihm zuwider. Sie spürte, wie sie auf den Hocker und sich zusammensackte und benannte sich in Gedanken mit diversen Schimpfworten, während sie ihm auf den Hintern starrte, der unter seinen Kild nur zu erahnen war. Mit hochroten Wangen stierte sie ihre Hände an. Gib Melissa Bescheid, sobald sie auf ist. Sie soll Proviant packen. Wir machen uns auf den Weg, wenn die Sonne aufgegangen ist. Lee hob den Blick und musste seinen breiten Rücken. Auf welchem Weg? Über die Schulter warf er ihren undefinierbaren Blick zu. Seine Augenbrauen zogen sich zusammen und nicht zum ersten Mal fühlte sie sich in seiner Nähe klein und wertlos. Allerdings verspürte sie plötzlich auch so etwas wie bockigen Trotz. Ohne den Blick abzuwenden, sah sie ihn an. Ihr Kind schob sich vor. Reus Augen wurden schmal. Als er sprach, klang er jedoch ruhig und gelassen. Ich gab mein Wort, dass ich dich lehren werde zu kämpfen, aber nicht hier. Ich muss zur Jagd und du wirst mich begleiten. Nach meinen Dafürhalten wird es auch für dich angenehmer sein, wenn meine Kriege oder ein Training nicht zum Anlass nehmen, ihre Späße zu treiben. Wenn du gelernt hast, ein Schwert zu führen, werde ich dich prüfen. Du wirst dich beweisen müssen, Lee. Es wird sich erst noch zeigen, ob du würdig bist, unserem Clan anzugehören. Das monotone Schaukeln machte sie schläfrig. Lee blinzelte. Sie konnte sich nicht erinnern, je allein auf einem Pferd gesessen zu haben. Und so, wie ihr Hintern sich anfühlt, der auch nicht. Beim Aufsteigen war sie fast auf der anderen Seite von dem Gaul wieder heruntergestürzt. Roy's Hand hatte ihr Bein mit einem eisernen Griff umklammert und sie gehalten, wo sie war. Der Blick, den ihr dabei zugeworfen hatte, hätte eigentlich ihr Blut in den Adern gefrieren lassen müssen. Stattdessen war sie von einer Hitzewelle überrollt worden, die jeden Gletscher zum Schmelzen gebracht hätte. Ihre Wangen hatten geglüht und ihre Finger gezittert, als sie sich zurechtgesetzt hatte. Sie war frustriert. Je mehr sie versuchte, ihre Gefühle in der Kontrolle zu bringen, desto weniger gelang es ihr. Wenn er ihr zu nahe kam, versuchte sie, ihn zu ignorieren, aber genauso gut hätte sie versuchen können, das Atmen einzustellen. Es war einfach unmöglich, sich auf irgendetwas anderes zu konzentrieren. Und das Schlimmste war, dass es ihm offensichtlich nicht entging und seine ohnehin schon miese Laune sich dadurch noch weiter verschlechterte. Ausgestattet mit zwei Taschen, in die Malissa ihn Proviant gepackt hatte, und zwei Fellbündeln, die ihn als Nachtlager dienen sollten, hatten sie sich mit ihren Pferden und einem Lastenpony auf den Weg gemacht. Der Tag war noch nicht ansatzweise hell gewesen, als bereits hunderte Meter zwischen ihm und den wenigen Hütten gelegen hatten, die vor der Mauer von Callahan Castle die Landschaft besiedelten. Vom Sonnenaufgang, den Reus als Aufbruchzeit genannt hatte, hatte Lee jedenfalls nicht zu sehen bekommen. Allerdings hing der Himmel auch voller grauer Wolken, aus denen es schon seit einer gefühlten Ewigkeit auf sie herabschneite. Was sie am Ende dieser Reise erwartete, war Lee schleierhaft, und sie wagte es nicht, eine entsprechende Frage in Reus' Richtung zu stellen. Vermutlich würde sie ohnehin keine Antwort erhalten. Während die karge Landschaft ungesehen an ihr vorüberglitt, grübelte sie fortwährend übernach, was er möglicherweise alles tun würde, wenn sie ihm irgendwann eröffnete, dass sie gar kein Bursche war. Leider spuckte ihr Verstand dabei jede Menge unangenehmer und ziemlich schmerzhafter Todesarten aus, denen eine aufwendige Folter voranging. Vielleicht war es besser, die Maskerade aufrecht zu erhalten und irgendwann das Weite zu suchen. Gesünder war es ganz sicher. Schaudern zog sie den Fellmantel, den Reus, die auf Weisantritt zugeworfen hatte, enger über die Schultern. Vor ihrem Gesicht verwandelten sich die Atemwürkchen langsam in dichten Nebel und schienen als Eiskristalle zu Boden zu schweben. Lee unterdrückte einen Seufzer. Das anhaltende Schweigen und die schneidende Kälte zerrten ebenso an ihre Nerven wie das pausenlose Schneegestöber. Wie Reus in diesem Wirrwarr aus wild durcheinanderwürmeln Flocken überhaupt noch etwas sehen und sich orientieren konnte, war ihr ein Rätsel. Sie selbst erkannte allenfalls noch die Umrisse einiger Baumreihen, die sich irgendwo in der Ferne abzuzeichnen schienen. Allerdings verfinsterte sich die grießgrämige Stimmung ihres Begleiters unübersehbar mit jedem weiteren Meter. Als wäre ihre Anwesenheit ihnen zunehmend lästig. Sie konnte es ihm nicht einmal verübeln. Er hielt sie für einen Kerl und vermutlich war ihm der Gedanke nicht gerade recht, dass eben dieser Bursche auf ihn abfuhr. Wenn in ihrer Welt Intoleranz schon ein Problem darstellte, wer wusste dann, wie konservativ und verbohrt die Menschen hier so waren? Aber warum schickte er sie nicht einfach zurück? Sie würde ihm bei der Jagd ohnehin keine Hilfe sein. Und es war fraglich, ob ihr das, woran er sie trainieren wollte, tatsächlich lag. Möglicherweise stellte sie es sich so ungeschickt an, dass sie sich eher einen Finger abhackte, als ein Schwert zu führen. Gereizt raffte sie den Fellmantel enger um sich. Die Chancen, sich irgendwelche Körperteile abzuschneiden, schwanden mit jedem weiteren Minusgrad und wichen zunehmend der wesentlich wahrscheinlichen Möglichkeit, diverse Gliedmaßen durch Erfrierungen zu verlieren. Im Augenblick war sie nicht einmal sicher, ob sie an ihrem Ziel überhaupt noch in der Lage sein würde, von dem Grauel herunterzusteigen. Unruhig betrachtete sie Reus' breiten Rücken. Vielleicht brachte er sie auch einfach nur hinaus in die Wildnis, um ihr irgendwo ungestört den Hals durchzuschneiden, ohne dabei Zeugen zu haben. Sie zog eine Grimasse und schüttelte den Kopf. Die Fantasie ging mit ihr durch. Nicht gerade fröhliche für ihren ohnehin schon überreizten Zustand. Wenn sie ehrlich war, bezweifelte sie doch sehr, dass es irgendjemand interessiert hätte, wenn er ihr tatsächlich sein Deutsch ins Herz gestoßen würde. Sie war nur irgendeine Fremde, jemand, den niemand kannte und niemand vermisste. Im Grunde konnte er mit ihr machen, was er wollte. Drittes Kapitel Das Jagdgebiet der McCallaghan-Ländereien, Serewan, im Nebelung, Anno 1585. Die Mittagszeit lag lange hinter ihnen, als sie die ersten Bäume erreichten. Vor ihnen erhob sich ein dichter werdendes Waldstück, das sich an den Fuß eines Ausläufers der kargen und wenig einladenden Rogue Hills schmiegte. Weithinterm Horizont sei die höchsten Spitzen der Bergkette in den Wolken verschwinden. Wir sind gleich da, stellte Reuss fest. Über die Schulter warf er Lee einen prüfenden Blick zu. Es war offensichtlich, dass Herr Borschers Reiten nicht gewohnt war und ihm alles wehtat. Reuss hielt ihm allerdings zugute, dass er sich während der ganzen Reise nicht einmal beklagt oder um eine Pause gebeten hatte. Selbst den eisigen Temperaturen versuchte er tapfer zu trotzen. Als wollte er seine offen gezeigte Schwäche vom Morgen wieder wettmachen, indem er Storch alles ertrug, was ihm widerfuhr. Reuss verknifft sich in schadenfrohes Grinsen. Der Ritt hierher war noch der leichteste Teil dieses Ausflugs. In den nächsten Tagen würde er Lee das letzte abverlangen und der Borsche würde sich noch wünschen, nicht in dieser Schneewehe von Wulf aufgelesen worden zu sein. Der Blick nach vorn gewandt schüttelte er den Kopf. Wulf. Ehe er mit Lee aufgebrochen war, hat er noch einen Streit mit seinem alten Freund gehabt. Der Krieger war besorgt gewesen, dass Reuss den Borschen überforderte. Er hatte ihn getadelt, weil seine Klinge den Hals des Jungen verletzt und das Blut den Kragen seines Pullovers durchdrängt hatte. Bei all der Freundschaft und trotz der Jahre, die sie einander kannten und vertrauten, hatte die plötzliche Fürsorge seines Waffenbruders ein sehr unangenehmes Gefühl in Reuss erzeugt. Er war eifersüchtig gewesen. Er hatte noch nie zuvor Eifersucht empfunden und das Schlimme war, er wußte nicht einmal, warum er eifersüchtig war. Entsprechend unwirschbar war seine Antwort gegenüber Wulf ausgefallen. Die Schuldgefühle tobten in ihm, aber Schuld bedeutete Schwäche und als Clanherr stand ihm keine Schwäche zu. So wenig, wie Reuss diese verwirrende Empfindung zustanden, die Lee seit seiner Ankunft auf Kellern Castle in ihm heraufbeschwor. Er wußte nicht, woran es lag, dass dieser Borsche auch in ihm diesen Drang weckte, ihn beschützen zu wollen. Ein Teil von Reuss hatte versucht, sich mit dem Schnitt in Lees Kehle davon zu befreien, aber es war nur ein Kratzer. Hätte er der Wut frei hinaufgelassen, die er am frühen Morgen empfunden hatte, wäre der Borsche nun auf einem Lager aus Strohn 30 gebettet und würde dem Feuer ein Heim gegeben. Es hatte ihn viel Kraft gekostet, nichts zu tun, wonach es ihn für einen endlos wehrenden Augenblick verlangt hatte. Stattdessen hat der Wulf vorgeworfen, weich und alt zu werden. Und er hatte seinen Waffenbruder voller Hohn gefragt, worin sein Interesse einen Jung begründe. Der Blick, mit dem Wulf ihn angesehen hatte, war bitter gewesen. Natürlich wußte Reuss, dass er ihm seine Worten verletzt hatte. Natürlich wußte er, dass Wulfs Interesse nicht körperlicher Natur war. Reuss ahnte, was er in Lees sah, welche Erinnerung der Borsche auslöste. Aber der Clanherr war voll dunkler Wut. Sie waren im Zorn auseinandergegangen und in Reuss war ein schales Gefühl der Unzufriedenheit geblieben. Spätestens in dem Moment, als er Liebe im Aufsteigen geholfen hatte und merkte, dass der Borsche ihn auf so seltsame Weise ansah, hatte seine Laune den Tiefpunkt erreicht. Er war wütend, wirklich wütend. Es war, als könnte der Borsche in ihn hineinblicken und etwas von dem Chaos erkennen, das in Reuss herrschte. Nichts wollte er weniger, als für einen Fremden wie ein offenes Buch zu sein. Während Wulf stellvertretend für Reuss in der Feste blieb und über die Borg und den Clan wachte, hatte er selbst den Borschen angetrieben und durch die Kälte reiten lassen. Er hatte ihnen keine Rast zugestanden und stattdessen darüber gegrübelt, ob es nicht sinnvoller war, ließ Leben einfach zu beenden. Er konnte keine Männer und seinen Clan gebrauchen, die unfähig waren, ein Schwert zu führen. Verweichtlicht und schwach. Wäre es nicht schier unmöglich gewesen, hätte er alle Frauen seines Clans gelehrt, sich zu verteidigen. Doch die wenigsten von ihnen ahnten auch nur, wie sie ein Messer zu führen hatten. Wer nicht kämpfen konnte, war ein leichtes Ziel. Jede Frau und jedes Kind war durch diese Schwäche dazu verdammt, durch den Feind zu fallen. Seinem eigenen Weib war diese Bestimmtheit zum Verhängnis geworden und nur die Götter wussten, welche Schmähungen sie vor ihrem Tod hat erfahren müssen. Mühsam dringte die Erinnerung an Arianna und seinen Sohn zurück. Gerade in dieser Jahreszeit fühlte er sich von den Mauern seines Heims geradezu erstickt. Er war froh, ihnen für eine Weile entkommen zu sein. Die Gedanken an seine Familie verfinsterten die Welt um ihn herum. Die Aussicht auf die Jagd war für ihn nicht nur Mittel zum Zweck, sondern bot auch Ablenkung. Hier draußen konnte er wieder atmen und sich frei fühlen. Frei von der Schuld, die er seit Jahren mit sich trug. Tief durchatmend sog er den Kruch der ersten Baumreihen, die sie passierten, in sich auf. Ganz gleich, wer Lee war, Reus würde ihn lehren zu kämpfen. Er würde einen Kriege aus diesem Jungen machen. Koste es, was es wolle. Die dicht an dicht stehenden Bäume verdunkelten langsam aber sicher den Himmel über ihn und Lee hatte den Eindruck, die düstere Stimmung ihrer Umgebung würde sich auch auf Reus übertragen, der schweigend und mit grimmigem Blick vor ihn herritt. Sie hätte zu gern gewusst, woran er dachte. Aber so wenig wie zuvor die Frage nach ihrem Ziel stand ihr nun die nach seinen persönlichen Gedanken zu. Seinem grießgrämigen Gesichtsausdruck nach zu beurteilen, war es nichts wirklich Gutes und sie hoffte nach wie vor, dass es nicht mit ihr zusammenhing. Sie setzte sich im Sattel zurecht. Wenn er immer noch wütend gewesen wäre, hätte er schon lange die Möglichkeit gehabt, sie einfach zu beseitigen. Die letzten Stunden hatte ihr genug Zeit zum Grübeln gelassen und es wäre unlogisch, wenn er sie jetzt noch würde umbringen wollen. Dass er sie bislang nicht irgendwo im Wald verscharrt hatte, ließ nur darauf schließen, dass er ihr noch eine Chance gab. Allerdings hatte sie sich vorgenommen, sich ihm gegenüber so neutral wie möglich zu verhalten. Sie war entschlossen, den vermeintlichen jungen Mann so lange zu mimen, wie es nötig war und diese Menschen hinter sich zu lassen, sobald sie wusste, welche Arbeit sie hier ohne Hilfe nachgehen konnte. Das Schicksal hat ihr eine zweite Chance gegeben und die würde sie nutzen, wenn auch so weit entfernt von Reus, wie sie ihre Mittel zuließen. Es gab immer einen Weg. Blieb nur zu hoffen, dass Melissa sie nicht verriet. Das Dickicht um sie herum wuchs weiter und schaffte zunehmend Platz für eine unangenehme Düsternis, während der Tag sich dem Ende neigte. Reus gab ein stummes Zeichen. Zum Glück reagierte die Stute von selbst, denn Lie war schleierhaft, wie sie das Tier dazu hätte bringen sollen, anzuhalten. Schwungvoll und elegant sprang Reus aus dem Sattel und bedeutete ihr, es ihm nachzutun. Sie schluckte kurz und hart. Dann beugte sie sich vor, hob mühsam das rechte Bein über den Pferderücken und gab sich für einen Moment der widersinnigen Hoffnung hin, das Kunststück mit annehmbarer Anmut zu schaffen. Im nächsten Augenblick verlor sie den Halt und landete rücklinks im Schnee. Leise stöhnt setzte sie sich auf. Der zweite Sturz innerhalb von zwei Tagen, aber immerhin war der Untergrund diesmal weich genug und sie musste nicht mit weiteren blauen Flecken rechnen. Das würde definitiv nicht ihr Lieblingssport werden. Daran solltest du noch arbeiten, stellte Reus unverblieben fest. Er trat neben sie, packte ihren Arm und zog sie auf die Füße. Nach dem langen Ritt fiel es ihr schwer, ihr Gleichgewicht wiederzufinden. Sie schwankte und stolperte versehentlich gegen ihn. Als sie endlich einigermaßen sicher auf ihrem Bein stand, starrte er sie durchdringend an. Wir müssen zu Fuß weiter. Bist du bereit? Seine Stimme klang rau. Er war ihr viel zu nah. Eine Gänsehaut überzog ihre Arme und die Härchen stellten sich auf. Zähne knirschend, die Lippen fest aufeinandergepresst, nickte sie knapp. Mit möglichst gelassener Miene rückte sie von ihm ab. Gewiss. Reus ließ sie los, lief zurück zu seinem Hengst und band das Lastenpony am Sattel des Tieres fest. Dann griff er nach den Zügeln und ging voran. Sie folgte ihnen stumm und mit schweren Beinen, während die Stute gemächlich hinter ihr hertrottete. Mit malendem Kiefer versuchte Lee den Aufruhr in ihrem Inneren nicht weiter zu beachten. Sie wusste, was mit ihr los war. Er gefiel ihr. Er gefiel ihr viel zu gut. War das ein Wunder? Ein großer, attraktiver Mann mit einer Stimme, die in ihrem Kopf wiederhallte und ein Gefühl verursachte, als würde Samt übernackte Haut streichen. Seit dem ersten Treffen mit ihm kämpfte sie ganz und gar nicht jugendfreie Bilder in ihrem Kopf nieder. Zum ersten Mal fiel sie schwer, vor einem anderen Mann ihre Gefühle zu verbergen. So war sie normalerweise nicht. Sie zeigte nicht, wenn sie traurig oder aufgewühlt war. Sie blieb kühl und distanziert. Sie blieb auf Abstand. Doch genau diese emotionale Mauer, die sie so sorgsam um sich errichtet hatte und die niemand außer ihrer Mutter hat überwinden können. Diese Mauer, hinter der sie sich schon so lange versteckte, war in seiner Nähe wirkungslos. Wäre sie in ihrer Welt gewesen, wäre alles einfacher gewesen. Sie hätte ausweichen können oder heimfahren und eine Eiskette Dusche nehmen. Hier gab es nichts. Keinen Rückzugsort, keine Distanz, keine Fluchtmöglichkeit. Kopfschütteln stampfte sie hinter ihm durch den Schnee. Sie hatte schon genug Probleme. Sie konnte keine weiteren gebrauchen, indem sie ihren hormonfreien Lauf ließ und sich einem Kerl in den Hals warf. Erst recht nicht hier, wo gewisse Dinge unerreichbar waren. Dinge wie Antibabypillen, Kondome, medizinische Versorgung oder eine Papiertüte, die man sich über den Kopf ziehen konnte. Lee unterdrückte einen Seufzen und versuchte, ihre Gedanken wieder auf die Gegenwart zu lenken. Es musste irgendeinen Grund geben, warum sie hier gelandet war. Warum sie in dieser Welt erwacht war, mit einem neuen Leben, vielleicht sogar einer Zukunft und sich trotzdem an ihre Vergangenheit erinnern konnte. Doch für den Moment blieb ihr keine andere Wahl, als sich mit der Situation zu arrangieren, ganz gleich, wie bezahl sie ihr erschien. Wortlos und mit steigender Frustration wanderte sie weiter in Reus' Fußabdrücke. Ihr Gegrübel brachte gar nichts, vor allem keine Antworten. Sie musste endlich lernen, von einem Augenblick auf den anderen zu leben, auch wenn es eine völlig neue Erfahrung war. Die Anzahl der Bäume wurde innerhalb kürzester Zeit so hoch und sie standen so dicht beieinander, dass kein Durchkommen mehr möglich zu sein schien. Tatsächlich hatte Lee sekundenlang den Eindruck, als versuchten die ineinander verschlungenen Äste, sie daran zu hindern, sich weiter vorwärts zu bewegen. Blätter strichen ihr fast schon unangenehm übers Gesicht und Hals, wie Finger, die eine entlang tasteten. Selbst die Stute, die ihr bislang wie ein Lamm gefolgt war, schien einen Moment lang irritiert und zögerte merklich. Das Unwohlsein zurückdrängend zog Lee sie weiter. Dann traten sie plötzlich auf eine kleine, runde Lichtung, die aussah, als wäre sie künstlich in diese undurchdringlichen Wälder hineingestampft worden. Sie befanden sich am Fuß der Hügelkette, die von hier unten wesentlich gewaltiger aussah als aus der Ferne. Links von ihnen lag ein Weiher, in dem das Wasser leiser hinplätscherte und von dessen Oberfläche Dampf aufstieg. Sie vermutete eine heiße Quelle, die den kleinen Tümpel speiste. Das erklärte vermutlich auch, warum im Umkreis von gut zehn Metern um den Weiher kein Schnee lag und das Gras jetzt zwar eine braun-grüne Farbe besaß, aber in kräftigen Bücheln den Boden bedeckte. Erleichtert atmete Lee auf. Ganz gleich, wo sie hier waren, sie war dankbar, den Wald endlich hinter sich gelassen zu haben. Auf den letzten Metern war es ihr dort drinnen ganz schön mulmig zumute gewesen und aus den Augenwinkeln hatte sie ständige Bewegungen bemerkt, die bei genauerem Hinsehen verschwunden waren. Mit der Lichtung kam nicht nur das Tageslicht zurück, sondern auch das Gefühl, wieder atmen zu können. Sie sah zu dem grauen Himmel hinauf, der sich über den Baumwümpfeln öffnete. Offenbar war es doch erst später Nachmittag und nicht bereits abends, wie sie im Wald gemutmaßt hatte. Zwar dämmerte es langsam, aber es war nicht vergleichsweise so dunkel wie zwischen den Bäumen. Wir sind da, bemerkte Reus und sah sich zu ihr um. Mit dem Kinn deutete er auf die Stute. Sattel Osla ab und lass sie grasen. Tief durchatmen kam sie Reus Beispiel nach und zäumte ihre Stute mit ungeschickten Fingern ab, bevor sie die Gorte des Sattels löste. Er sie es verhindern konnte, trottete die Stute los, um von dem harten Gras zu kosten. Im gleichen Moment knallte der riesige Sattel gegen Lees Brust. Sie keuchte leise. Für eine endlosscheine Sekunde fürchtete sie, mit den ledernen Ungetümen in ihrem Arm einfach umzufallen. Sie hatte nicht geahnt, wie schwer dieses Ding war und eine Welle aus Mitgefühl für ihre tierischen Reisebegleiter überschwemmte sie. Den Reizsitz und einen erwachsenen Menschen auf ihren Rücken zu tragen, musste wirklich anstrengend sein. Sie betrachtete das Pferd vor sich. Arme Osla. Ihre Stute war deutlich kleiner als Reus Hengst und hatte dennoch den ganzen Tag dieses monströse Ding geschleppt, plus ihre Reiterin. Osla hob den Kopf und sah zu Leigh hinüber, als spürte sie ihren Blick auf sich. Hübsch war sie, kräftig gebaut, mit hellbraunem Fell und die beiden weißen Vorderbeinen. Vorne an ihren dicken, weichen Lippen war ein weißer Fleck, als hätte sie am Milchstopf genippt. Leigh zog die Nase kraus. Zugegeben, sie hatte nicht viel Ahnung von Pferden. Vermutlich waren die Tiere zäher, als sie ihr bewusst war. Dennoch empfand sie das Gewicht des Sattels als enorme Belastung. Mühsam den Sitz an sich drückend, wandte sie sich schließlich zu Reus um und stützte. Er war weg. Irritiert drehte sie sich einmal um sich selbst. Doch alles, was sie sah, waren die Pferde, die friedlich auf der Lichtung grasten und das Gepäck, das in wenigen Metern Entfernung auf dem Boden lag. Er konnte sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Fröstin zog sie die Schultern hoch, als ein kalter Windhauch ihr in den Kragen fuhr. Mit einem unangenehmen Gefühl im Magen sah sie zu den Baumreinen hinüber, die die Lichtung zur Hälfte umschlossen. Sie schluckte. Dieses Gefühl, beobachtet zu werden, verspürte sie heute nicht zum ersten Mal. Allerdings war es noch nie zuvor so intensiv gewesen. Angestrengt starrte sie in das undurchdringliche dunkle Dickicht. Es war unmöglich, irgendetwas zu erkennen. Und dennoch, für einen Moment hatte sie den flüchtigen Eindruck von zwei dunklen Augen, die sie zurückstarrten. Gebannt und irgendwie vertraut. Wir schlagen unsere Lage in der Höhle auf. Reus' Stimme ließ sie erschrocken zusammenfahren. Fast wäre ihr der Sattel aus den Fingern geglitten. Sie konnte ihn gerade noch festhalten und sah alarmiert zu ihrem Reisebegleiter hinüber, der wie aus dem Nichts aufgetaucht war. Verdammt! Wo kam der plötzlich her? Ohne ihr Beachtung zu schenken, ging er zu den Bündeln, die noch am Boden lagen, und hob einen Teil davon auf. Erst dann sah er sie an. Ein flüchtiges Stirnrunzeln legte sich auf sein Gesicht. Dann deute er Aufforderung mit dem Kopf auf die Felsen hinter sich. Komm, oder willst du den Sattel den ganzen Tag tragen? Sie zog die Schultern hoch, ehe sie ihm folgte. Ein letzter Blick zurück zeigte nichts weiter als das friedliche Bild der grasenden Pferde und eine schier undurchdringliche Wand aus Bäumen, denen lediglich die Schatten lauerten und ihren überreizten Sinn etwas vorgaukelten. Da war niemand. Vermutlich war es irgendein Tier gewesen, das sie aus der Dunkelheit des Waldes heraus beobachtet hatte. Sich Reus zuwendend sah sie ihn unbehörd auf eine Felswand zusteuern und stützte, als er im nächsten Moment hinter einem kaum sichtbaren Vorsprung verschwand. Als sie näher kam, erkannte sie eine Art natürlichen Sichtschutz aus Fels, der den Eingang einer Höhle verdeckte. Sie trat an der Kante vorbei und starrte in die Dunkelheit, die dahinter lag. Die Unterkunft war nicht nur gut versteckt, sondern auch windgeschützt. Es dauerte einen Moment, ehe sich ihre Augen an das Dämmerlicht im Inneren der Grotte gewöhnt hatten. Sie erfasste einen großen, natürlichen Hohlraum, der sich weit in den Fels hinein öffnete und in dessen vorderen Abschnitt sie eine kalte Feuerstelle erkannte. Irgendwo im Halbdunkel hörte sie Reus Rumoren. Er schien sich weitaus problemloser in diesem Zwielicht zurechtzufinden. »Setzt den Sattel ab«, hörte sie ihn sagen. »Ich will das Lager bereiten, ehe wir mit dem Training beginnen.« Fast hätte sie laut aufgestöhnt. So froh sie auch war, dass sie ihr Ziel endlich erreicht hatten, so widerstrebte ihr der Gedanke an das bevorstehende Training. Es war schon fast dunkel. Sie war völlig verkrampft von dem langen Ritt und wollte nichts mehr, als sich hinzulegen, die schmerzenden Glieder im Moment ausruhen zu lassen. Stattdessen würde sie mit Waffen herumhantieren, von deren Gebrauch sie keine Ahnung hatte. Sie könnte von Glück reden, wenn Reus ihr nicht irgendwelche Körperteile abhacken würde. Wie lange würde es wohl dauern, bis sie aufflog? Ihr fehlten die körperliche Kraft und das Geschick, das er vermutlich von einem Mann erwartete. Es war nicht so einfach, sich als jemand auszugeben, der man nicht war, und ihre eingeschnürten Brüste waren doch noch das kleinste Problem. Dennoch nickte sie stumm und ging mit schlaufenem Schritt zu ihrem Platz nahe der Feuerstelle. Sie fühlte sich entsetzlich müde. Nach der wenig erholsamen Nacht und dem Schreck in der Morgendämmung forderten der ausgedehnte Ritt und die Kälte nun langsam aber sichere ihren Tribut. Wie sie in diesem Zustand noch ein Schwert führen sollte, war ihr schleierhaft. Sie ließ den Sattel zu Boden sinken. Erschöpft kratzte sie sich am Ohr und spürte den Dreck unter ihren Fingernägeln. Was hätte sie nicht für ein langes, ausgiebiges Bad gegeben? Am Vorabend hatte sie versucht, sich mit kaltem Wasser notdürftig zu waschen, aber das war kein Vergleich zu einer ordentlichen Dusche. Sie blieb hocken und schloss für einen Moment die Augen. Wie sehr sie den Komfort ihrer Welt vermisste. Schäumendes Duschgel, duftendes Shampoo, frische Zahnpasta, ein Rasierer für die Beine. Sie vermied es seit dem Vorabend tunlich, die Haare auf ihren Kopf zu berühren, die ebenfalls völlig verdreckt waren und sich anfühlten, als wären sie schon ewig nicht mehr Teil von ihr. Zwar brökelte nicht mehr bei jeder Bewegung der getrocknete Lehm von ihr herunter, aber von so etwas wie Wohlgefühl war Lee meilenweit entfernt. Blinzeln sah sie zu Reus hinüber, der die Bündel aufschnürte und begann, Feldecken auf dem Boden auszubreiten. Ihr Blick fiel auf das zusammengeschnürte Gestänge, das wenige Meter neben ihm lag. Lange, stabile Äste, die gemeinsam mit ein paar grob gewebten Tüchern einer Art Trage bildeten. Die Lippen gekräuselt dachte sie an das Begleitpferd, das Reus mit sich geführt hatte. Ein mittelgroßes, stämmiges Pony mit struppigem, braunem Fell. Genügsam und nett und sehr kräftig. Der Gedanke, dass sie bei ihrer Rückreise mit seiner Hilfe ein totes Tier auf der Trage transportieren würde, behagte Lee nicht besonders. Allerdings war ihr durchaus bewusst, dass die Uhren dieser Welt anders tickten. Hier ging man nicht in den Supermarkt, um einzukaufen. Hier gab es keine Milch im Tetra-Pack, keine Sojasprossen und kein Tofu. Sie hatte noch nie etwas getötet. Okay, vor ein paar Fliegen und Spinnen vielleicht abgesehen. Aber auf die Jagd zu gehen und das, was man dabei erlegte, dann zu essen, das war eine ganz andere Hausnummer. Reus trat schweigend neben sie, nahm den Sattel an sich und musterte sie von oben bis unten. Hör auf, Maulaffenfeil zu halten. Wir müssen uns für die Nacht einrichten und ein Feuer schüren. Lee nickte wortlos und wäre fast über ihre eigenen Füße gestolpert. Ihr entging weder der düstere Blick, noch das tiefe Stornrunzeln, mit dem er sie bedachte. Sein Blick war deutlich abzulesen, dass er sie für den absoluten Verlierer hielt, aber im Augenblick war ihr das herzlich egal. Jeder Muskel in ihrem Körper protestierte, wenn sie sich bewegte. Sie wünschte sich nichts mehr als ein bisschen Ruhe und Schlaf. Er konnte getrost spüren, dass seine Pläne ihr nicht zusagten, selbst wenn das nichts änderte. Sie sah, wie sein Blick zu den verkohlten Flecken der Mitte ihrer Unterkunft wanderte. Holz und Stroh lagen daneben. Lee runzelte die Stirn. Entweder war diese Stelle so frequentiert, dass hier deshalb immer Vorrat lagerte, oder die Kälte hatte alles konserviert. Als Reus nach dem Beutel an seinem Gürtel griff und ihn an Lee weiterreichte, schaute sie ihn verständnislos an. Mach das Feuer an, während ich den Rest hole. Ehe sie reagieren konnte, war er schon wieder in die Kälte hinausgeeilt. Sekundenlang stierte sie den Beutel in ihrer Hand an, bevor sie sich neben der Feuerstelle hockte. Feuer machen. Sie öffnete den Beutel, schüttelte den Inhalt in ihrer Hand und betrachtete unschlüssig die fremden Utensilien. Sie hatte noch nie ein Feuer entzündet. In der Welt, in der sie eigentlich zu Hause war, gab es weitaus komfortablere Möglichkeiten. Allerdings war wohl kaum zu erwarten, dass sie hier an eine Packung Streichhützer kam oder ein Feuerzeug. Sie schnaubte genervt. Seit der Steinzeit war ihre Mensch in der Lage, Feuer zu machen, und nun saß sie hier und hatte keine Ahnung. Die Zeit, aus der sie stammte, brachte zwar viele Annehmlichkeiten, aber bereiteten niemanden auf das nackte Überleben und existenzielle Notwendigkeiten vor. Wenn in ihrer Welt irgendwelche Katastrophen geschahen, dann kamen Feuerwehr und Polizei und, wenn nötig, ein Krankenwagen. Sie durfte gar nicht darüber grübeln, was passierte, wenn sie hier krank würde. Tief durchatmend versuchte sie, die unangenehmen Gedanken zu verdrängen und sich ins Gedächtnis zu rufen, was aus dem Geschichts- und Biologieunterricht in der Schule hängengeblieben war. Vorsichtig schlug sie die Steinchen gegeneinander. Okay, immerhin, ein paar Funken schaffte sie schon. Vielleicht stellte sie sich gar nicht so ungeschickt an. Als sie sich zweimal schmerzhaft gegen die Finger schlug, verflog ihre erste Euphorie. Wie sie auf diese Weise ein Feuer entfachen sollte, war ihr ein Rätsel. Reus blieb im Höheneingang stehen und sah dem Borchen einen Moment lang stumm zu. Nachdem er sich ein paar Mal mit den scharfen Feuersteinen Striemen in die Hände geschlagen hatte, statt den Funkenstein zu treffen, trat Reus neben ihn, legte die Tasche mit dem Proviant ab und nahm ihm die Steine weg. Nach zwei gekonnten Treffern begann das Stroh zu qualmen und schließlich loderten die ersten Flammen auf. Leg Holz nach, damit es nicht wieder ausgeht. Wortlos tat Lee, was Reus gesagt hatte. Der Gesichtsausdruck des Jungen sprach Bände. Dass er nicht einmal in der Lage war, ein Feuer zu entzünden, nagte mit offensichtlichem Missmut an ihm. Reus nur drückte einen Seufzer, mit diesem Kind lag noch ein hartes Stück Arbeit vor ihm. Für einen Augenblick überlegte er, ob er ihm ein paar Mal aufmunternde Worte schenken sollte. Er schied sich aber doch dagegen. Das würde es nicht besser machen. Der Junge musste lernen. Er musste mehr lernen, als Reus bislang geahnt hatte. Kopfschüttelnd sichtete er das Bündel, das Melissa ihnen geschnürt hatte. Brot und gepökeltes Fleisch. Ein wenig Trockenobst. Für ein paar Tage würde es reichen, aber sie mussten dringend Beute machen. Er sah zu Lee hinüber, der Holz auf das Feuer gelegt hatte und nun mit einem Ast vorsichtig in die Glut herumstocherte. Irgendwie bezweifelte Reus, dass der Bursche sich bei der Jagd oder im Training viel besser anstellen würde, als mit den Feuersteinen. Wenn er ehrlich war, wurde er nicht schlau aus ihm. Obwohl Lee sich zu benehmen und auszudrücken wusste, schien er die einfachsten Dinge nicht zu beherrschen. Vermutlich der uneheliche Sprössling irgendeines Adeligen aus der Hauptstadt den Lowlands. Ein Bursche, der nie wirklich für das hatte arbeiten müssen, was er brauchte. Vielleicht tat es ihm ganz gut, auf diese Weise endlich zum Mann zu werden. Nachdem sie das Lager aufgeschlagen hatten, richteten sie ihre Schlafstätten aus den Fällen und aßen etwas von dem getrockneten Obst, das Melissa ihnen als Wegzerum mitgegeben hatte. Schließlich stand Reus auf und gab Lee ein Zeichen, ihm zu folgen. Nur mühsam kam der Junge auf die Beine. Man sah ihm die Erschöpfung deutlich an. Dennoch schlurfte er hinter Reus her und trat in die kühle Nachtluft hinaus. Es war dunkel geworden, das Licht des Feuers reichte kaum fünf Fuß weit in die verschneite Landschaft. Irgendwo in der Nähe schnaubten die Pferde und Reus trat neben das letzte Bündel, das er vorhin hier draußen zurückgelassen hatte. Als er sich erhob und zu Lee umwandte, drückte er dem Bursche ein schmales Schwert aus Holz in die Finger. Lees Augen wirkten riesig in dem schmutzigen Oval seines Gesichts und nicht zum ersten Mal kämpfte Reus einen Moment lang mit den sehr widersprüchlichen Gefühlen, die dieser Mensch in ihm auslöste. Er hatte sich noch nie so merkwürdig gefühlt. Ständig kämpfte er gegen den Wunsch, Lee beschützen zu wollen und alles Schlechte dieser Welt von ihm fernzuhalten. Je mehr Reus allerdings versuchte, diesem Verlangen entgegenzuwirken, desto stärker schien es sich in ihm einzunisten. Seit der Bursche am Tag zuvor auf der Burg eingetroffen war, hatte er etwas in Reus geweckt, das er lange in sich begraben hatte. Etwas, das er noch nie für einen anderen Mann empfunden hatte und ihn in kein sehr angenehmes Gefühlschaos stürzte. Nach dem Tod seiner Frau Arianna hat er sich niemand mehr auf diese Weise hingezogen geführt. Es war nicht so, dass ihre Ehe von Leidenschaft geprägt gewesen war. Sie war ein strategischer Schachzug, der seinen Clan einen mächtigen Verbündeten hat schenken sollen. Er hatte sie besitzen wollen und dennoch war das, was ihnen Lee's Nähe überkam, anders, ungleich intensiver. Als seine Frau Arianna guter Hoffnung gewesen war, war die wenig körperliche Anziehung zwischen ihnen völlig zum Erliegen gekommen. Reus hat es als gegeben hingenommen und sich seine Zerstreuung auf andere Wege gesucht. Es gab weit willigere Frauen als seine Eheweib. Frauen, die nicht so prüde und kalt waren. Als Vitas Truppen in die Burg während seiner Abwesenheit gestürmt hatten, waren Arianna und ihr gemeinsamer Sohn ums Leben gekommen. Sie waren gestorben, während er sich mit seinen Männern auf Patrouille befunden und andere Frauen das Lager mit ihm geteilt hatten. Die Vorwürfe, die Ariannas Familie ihm danach machten, war nichts im Vergleich zu seinen eigenen. Wäre er seinen Verpflichtungen nachgekommen, wie er es bei ihrer Hochzeit gelobt hatte, wäre nicht all das Unglück über sie hereingebrochen. Es war seine Schuld. Er hatte sie in seinen Clan geholt und damit ihr Ende besiegelt. Im Nachhinein war ihm klar geworden, dass ihn Ariannas Tod viel mehr gekostet hatte als befürchtet. Sie hatte nicht nur ihren größten Verbündeten verloren. Sie hat mit jedem Jahr und jedem Kampf mehr Verluste zu beklagen gehabt als je zuvor. Es war, als hätte ein Fluch sie alle getroffen. Wütend auf sich selbst hatte Reus seinem alten Leben abgeschworen und somit auch jeglichen Vergnügungen. Er wollte Buße tun für die Schuld, die er sich selbst am Tod der beiden Menschen zuschrieb, die er hätte beschützen müssen. Dass dieser Fremde nun ein Instinkt in ihm ansprach, dem er lange kein Gehör geschenkt hatte, war mehr als beunruhigend, zumal auch der Borsche seine Verunsicherung zu spüren schien. Eine Tatsache, die Reus angreifbar machte und ihn zutiefst verärgerte. Weder besaß er irgendein Recht darauf, sich zu amüsieren, noch wollte er dieses Versprechen gegenüber sich selbst brechen, und ganz sicher war er nicht interessiert an einem anderen Mann. Er musste Lee einen Moment lang nachdenklich, sein Gegenüber erwiderte den Blick mit deutlicher Irritation. Reus holte tief Luft. Wulf hätte den Borschen einfach im Schnee liegen lassen sollen. Es war ein Fehler gewesen, ihn mitzubringen. Sein Gespür sagte ihm eines mit absoluter Gewissheit. Lee bedeutete Ärger. Vielleicht hätte er ihm heute Morgen doch einfach die Kehle durchschneiden sollen. Sich zur Ruhe zwingend, versuchte Reus, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. »Ehe ich dich lehre zu kämpfen, musst du lernen, dich zu verteidigen«, erklärte er. »Ehe du lernst, dich zu verteidigen, musst du lernen, auszuweichen. Bevor du deine Finger in unserem ersten Kampf verlierst, trainieren wir mit Holzern und Übungsschwertern.« Seine Augen verengten sich. »Hoffe nicht, ich will dich aus diesem Grund schonen.« Mit der linken bedeutete er auf den Schnee. »Roll dich ab.« Die Augenbrauen hochgezogen, starrte Lee ihn verständnislos an. »War der Junge wirklich so dumm, oder wollte er einfach nur nicht gehorchen?« Reus nahm sich das zweite Holzschwert, das in dem Bündel lag, und warf Lee einen langen Blick zu. Als er dem Jungen wieder gegenüber trat, wich dieser unmerklich einen Schritt zurück und ging in eine Haltung über, die ihm vermutlich selbst nicht einmal bewusst war. Reus legte den Kopf schief. Lee's linker Fuß trug das Hauptgewicht, und der rechte war ein Stück nach hinten versetzt. Diese Position war ebenso gut für ein Ausweichmanöver für einen Angriff geeignet. Das war interessant. Er betrachtete Lee's Miene und erkannte Verwirrung in seinem Blick. Vielleicht waren noch ein paar Instinkte in dem Burschen, die er ebenso vergessen hatte wie den Rest seines Lebens. Als Reus plötzlich mit hochgerissenem Schwert vorwärts stürmte und dabei losbrüllte, riss der Junge die Augen auf, wich zur Seite aus und warf sich in den Schnee. Er rollte einmal durch das kalte Weiß, er geschmeidigt auf die Füße kam und sich mit fassungslosem Gesichtsausdruck umsah. Was zum... Reus gab ihr keine Zeit, sich über sich selbst zu wundern. Stattdessen stürmte er abermals auf sie zu und schwang das Holzschwert, als wollte er sie damit in zwei Teile zerschneiden. Mit einem Anflug von Panik riss sie den eigenen Arm hoch, und Reus rannte in sie hinein. Sie konnte spüren, wie sie den Boden und den Füßen verlor und durch die Luft katapultiert wurde. Dann schlug sie so heftig mit dem Rücken auf den Boden, dass ihr ganzer Körper in purem Schmerz aufzuschreien schien. Unfähig zu atmen lag sie da und starrte in den sternlosen Nachthimmel hinauf. Für einen Moment war sie sicher, dass sie hier sterben würde. Ebenso plötzlich, wie sie nicht mehr hatte atmen können, strömte die Luft wieder in ihre Lungen und die Schockstarre, in die sie sekundenlang verfallen war, löste sich. Ihr schwindelte. Nie hatte sie sich lebendiger gefühlt als in dieser Sekunde, und nie hatte sie sich gefühlt, als wäre sie vor einem Dampfhammer getroffen worden. Lees Augenlider flatterten, und die Welt um sie herum drehte sich einen Moment lang. Als Reus' Schatten sich über sie erhob und auch das letzte bisschen Licht auslöschte, sah sie zu ihm hoch. Da er mit dem Rücken zur Höhle stand, konnte sie nichts von seinem Gesicht erkennen. Ein Teil von dir erinnert sich offenbar noch sehr gut daran, was nötig ist, um zu überleben, bemerkte er mit fast sanftem Ton. Das Holzschwert lag locker in seiner Hand, während er breitbeinig über ihm vorragte. Lee schluckte trocken. Die Position, in der sie vor ihm lag, machte sie angreifbar und verschaffte ihm einen Vorteil. Sie stutzte. Was ging ihr da durch den Kopf? Sie hatte keine Ahnung vom Kämpfen, und trotzdem schien ein Teil von ihr gerade genau zu wissen, was sie zu tun hatte. Als es ein gewaltiges Knorren von sich gab und das Schwert mit beiden Händen auf sie hinabsausen ließ, klemmte sie blitzschnell ihre Beine um seine rechte Wade, rollte sich mit einem Ruck nach links und kippte Reus wie einen ungeknickten Grashalm aus seinem festen Stand. Sein Holzschwert verfehlte ihr Gesicht um wenige Zentimeter, bohrte sich in den Schnee, und die Reisebegleiter ging mit einem fast schon erstaunten Laut zu Boden. Erschrocken rappelte sich Lee ein Stück auf und kroch auf allen Vieren von Reus weg. Was zur Hölle? Wie konnte das sein? Was hatte sie sich dabei gedacht? Wie hatte sie das gemacht? Entgeistert startete sie zu dem Clanführer hinüber, der sich aufsetzte und den Schnee aus seinem Haar wischte. Sein Gesicht lag immer noch im Dunkeln. Ihr Herz pumpte das Blutrauschen durch ihre Schläfen, und für einen Moment war sich Lee sicher, sie würde gleich ohnmächtig werden. Sie hatte Reus angegriffen. Sie hatte einen serevanischen Krieger zu Fall gebracht. Er würde ihr den Schädel einschlagen. Ganz sicher. Sie war erledigt. Ich habe dich unterschätzt, stellte er fest. Auf das Holzschwert gestützt erhob er sich und Lee tat es ihm gleich. Ihre Hände zitterten, und sie spürte, wie die Angst sich erneut in die Breit machte. In ihrem Kopf hämmerte ihr Puls gegen die Schädeldecke, und die Welt um sie herum schien plötzlich viel heller zu sein. Übelkeit stieg in ihr auf. Mit weit aufgerissen Augen starrte sie Reus an, der sich langsam auf sie zubewegte. Beschwichtigend hob sie die Hände. Es tut mir leid, ich weiß nicht, ich verstehe nicht, was mit mir passiert. Kopfschüttelnd brach sie ab und schloss die Augen. Welchen Sinn hatte es alles noch? Wozu hatte sie diese zweite Chance bekommen, wenn sie hier nun doch sterben würde? Ungeweinte Tränen brannten und ihren Lidern, und sie wollte nichts mehr, als dieser Situation zu entkommen. Aber es gab kein Entkommen. Ihre Schultern sackten nach unten. Als sie die Augen ein Spaltbreit öffnete, sah sie Reus dunkle Gestalt vor sich stehen, unbeweglich und bedrohlich. Die Verzweiflung in ihr wich einen unerwarteten Anflug von Trotz. Er hatte doch gesagt, sie sollte lernen, sich zu verteidigen. Genau genommen machte sie ja nur, was er befohlen hatte. Er hatte gar kein Recht dazu, sich zu beschweren oder ihr eine Lektion zu erteilen. Das Kind vorgereckt starrte sie in die Schatten, die über seinem Gesicht lagen. Sie fühlte sich nicht halb so mutig, wie sie sich einzureden versuchte. Allerdings wollte sie auch nicht schon wieder aufgeben. Sie hat ihr altes Leben beendet, weil sie voller Angst und Verzweiflung gewesen war. Sie hatte alles hingeworfen, statt Rückgrat zu zeigen und sich dem zu stellen, was sie erwartet hatte. Das Schicksal oder was auch immer hat ihr eine zweite Chance gegeben, indem sie in diese Welt geschickt worden war. Das musste doch einen Grund haben. Und wäre es nur der, dass sie endlich lernte, für sich selbst einzustehen. Als Roy sich bewegte, zuckte sie erschrocken zusammen. Doch er griff sie weder an, noch kam er näher. Stattdessen wandte er sich halb der Höhle zu und der schwache Lichtschein erhellte sein Teil seines Gesichts. Er wirkte amüsiert. Genug für heute, bemerkte er leise. Wir setzen unseren Übungskampf morgen fort. Widerstrebend öffnete Lee die Augen und fühlte sich ein Moment lang von morgen nicht geblendet, dass durch den Höhengang hineinfiel. Als sie den Kopf ein wenig hob, sah sie Roys kräftige Gestalt ein paar Meter entfernt neben dem Feuer liegen. Sein ruhiger Atem erfüllte die Höhle. Ein Seufzer unterdrückend legte sie sich zurück auf den Sattel und zog die Decke aus Fällen ein Stückchen höher. Sie fühlte sich erschöpft, wenn auch auf angenehme Art. Möglicherweise war der kleine Kampf gestern gar nicht sofort kehrt gewesen. Zu ihrem Erstaunen war Roys danach in keiner Weise vererrt gewesen, wie sie zuerst befürchtet hatte. Tatsächlich ging er eher belustig gewesen zu sein. Allerdings hatten sie auch nicht weiter darüber gesprochen. Für Lee war das nichts als Anfängerglück gewesen. Noch einmal würde er die Chance nicht einräumen, ihn auf diese Weise zu überrumpeln. Sie gähnte. Die Blessuren vom Vortag waren vermutlich nicht zu vergleichen mit dem, was sie heute erwartete. Wenn sie mit blauen Flecken davon kam, konnte sie wahrscheinlich dankbar sein. Allerdings hatte er, kurz bevor Lee weggenickt war, auch gemeint, sie würden heute erst einmal auf die Jagd gehen. Kleine süße Hasen mit Schlingen zu fangen und mit Pfeilen zu durchbohren, entsprach nicht gerade Lees Vorstellung vom Beginn eines perfekten Tages. Allerdings würde es schwierig werden, Roys zu erklären, dass sie normalerweise kaum Fleisch aß. Die Aussicht hier draußen ersatzweise ein paar Bären zu finden oder etwas anderes Essbares, das nicht atmete, war zu dieser Jahreszeit wohl relativ schlecht. Der Gedanke daran, dass sie ihre Essgewohnheiten grundsätzlich würde überdenken müssen, bereitet ihr ein flaues Gefühl im Magen. Sicherlich waren diese Menschen weit genügsamer als in ihrer Zeit und einen fetten Sonntagsbraten gab es hier voraussichtlich auch nur zu besonderen Anlässen. Aber ihr würden noch ganz andere Dinge fehlen. Schokolade zum Beispiel oder Gummibärchen. Ein herber Verlust. Sie konnte hören, wie Roys munter wurde und sich auf seinem Lager bewegte. Zeit aufzustehen. Ehe er überhaupt die Decke von sich geworfen hatte, verlieh schon auf den Beinen und versuchte den Muskelkater zu ignorieren, der unerwartet über sie herfiel. Sie musste sich in die Büsche schlagen, bevor Roys es tat. Eilig hastete sie die Kälte hinaus und verschwand ins Dickicht des Waldes. Während er den Knochen des Rehbhuhns abnagte, beobachtete Roys durch die Flammen des Feuers hindurch den Knaben, der ihm gegenüber saß. Lee hockte mit gekreuzten Beinen auf seinem Platz und fummelte mit spitzen Fingern an den gebratenen Fleisch herum, als würde der Anblick ihm Ekel bereiten. »Warum isst du nichts?« wollte Roys wissen. Der Borsche hob den Kopf und sein Blick wirkte geradezu ertappt. Leichte Röte breitete sich auf dem schmutzigen Wangen aus. Sich Reusbund zuckte er hilflos mit den Schultern. »Ich esse nicht so viel Fleisch«, erwiderte Lee. Stirnrunzelnd musterte Roys den Jungen. »War das ein Ernst?« Dieses Rehbhuhn machte kaum einen Mann wirklich satt, von zweien ganz zu schweigen. »Worauf wartete dieser Borsche? Dass ihm Milch und Honig in die Rachen flossen?« Reus schüttelte den Kopf. »Wie auch immer, ihm könnte gleich sein, wie Lee seinen Hunger stillte. Wenn er das Fleisch nicht wollte, dann würde Roys es für sich beanspruchen. Entschlossen stand er auf, ging zu Lee und nahm ihm kurzerhand das Brett mit dem halben Rehbhuhn aus der Hand. Der Blick, den der Junge seiner unberührten Mahlzeit hinterher sandte, wirkte nicht mehr so ganz überzeugt. Roys musterte ihn von oben herab. »Willst du das Fleisch oder nicht?« Für einen Moment tritten die widersprüchlichsten Gefühle in Lees Gesicht. Dann schüttelte er mit dem energischen Roys bei den Kopf. »Nein, kein Fleisch für mich«, entschied er. Schulterzuckend packte Roys eine Keule und biss herzhaft hinein, während er zu seinem Platz zurückging. »Umso mehr bleibt mir«, meinte er mit vollem Mund. Er hatte keine Ahnung, was mit Lee war, aber wenn der Junge glaubte, ohne Essen auszukommen, dann sollte er es versuchen. Spätestens in zwei Tagen würde sie seine Meinung ändern. Als sie heute Morgen zur Jagd aufgebrochen waren, hatte Roys schon ein merkwürdiges Gefühl verspürt, was sein Begleiter betraf. Der Widerwille, mit dem der Borsche ihm gefolgt war, hätte kaum offensichtlicher sein können. Sie hatten Fallen aufgestellt. Um genau zu sein, hatte er die Fallen aufgestellt, und Lee hatte neben ihm gestanden mit einer Miene, die voller Abscheu war. Roys hatte ihn ignoriert. Hier draußen gab es nicht viel. Um diese Jahreszeit waren weder Beeren noch Pilze zu finden, und Roys war dankbar für jedes Stück Wild, das er erlegen konnte. Die Kornspeicher seines Clans waren über diesen Winter nicht halb so gut gefüllt wie in den Jahren zuvor. Die Ernten waren mager gewesen, auch dank der immer wieder aufkommenden Scharmützel mit Vita und seinen Männern. Der Vorfall im Sommer hatte ihn allen zugesetzt. Viele Landbesteller waren in die Lowlands abgewandert. Je länger der Winter andauerte, desto schwieriger würde es werden, all die Menschen, die Keller in Castle bewohnten, mit Nahrung zu versorgen. Wenn er einige Kaninchen und Eichhörnchen mit seinen Fallen fingen, dann wäre das schon ein Anfang. Dass er mit Lee an seiner Seite jedoch ein Wildschwein oder etwas Rotwild würde aufscheuchen können, bezweifelte er. Der Bursche schien trotz eines durchaus passabenden Talents im Kampf nicht wirklich geeignet zu sein, mit einer Waffe umzugehen. Wenn er schon nicht in der Lage war, ein Tier kurz und schmerzlos zu töten, wie wollte er eines Tages dem Feind gegenübertreten und sein Leben gegen dessen Angriffe verteidigen? Hier draußen in der Wildnis gab es eine einzige Regel. Der stärkste überlebt. Daran hatten die Heiländer sich immer gehalten. Sie nahmen sich, was sie brauchten, nicht mehr und nicht weniger. Schon ein Kratzer konnte über Leben und Tod entscheiden. Die Natur war unbarmherzig. Das war der Lauf der Dinge. Doch auf dem Schlachtfeld ging es um weit mehr. Man kämpfte nicht nur, um sein eigenes Leben zu schützen. Man kämpfte gemeinsam mit seinen Männern, Seite an Seite. Lee würde nicht lang genug leben, wenn er seine Einstellung nicht überdachte. Viertes Kapitel. Die Lichtung in den Wäldern. Sirewan. Im Nebelung. Anno 1585. Den Schwertgriff in beiden Händen umklammert, richtete Reus die Schneide zum Himmel und hielt die Waffe auf Brusthöhe fest. Auffordernden hickte er Lee zu. Sie musterte ihn konzentriert und armte seiner Haltung nach, so gut sie konnte. Obwohl das Holzschwert nicht so viel wog wie eines aus Eisen, spürte sie dennoch längst das Gewicht in ihren Armen. Ihre Schultern schmerzten heftig und der ganze Körper fühlte sich an, als wäre er ein einziger blauer Fleck. Es gab keine Stelle, die in den letzten paar Stunden nicht auf den Boden geknallt und von einem schweren Stück Holz getroffen worden war. Sie hatte keine Ahnung, seit wie vielen Stunden sie bereits trainierten, aber es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Abrollen, wie auf die Beine kommen, abrollen. Immer wieder wies er sie auf, einen sicheren Stand und die korrekte Haltung hin. Jedes Mal protestierten sämtliche Muskeln in ihrem Körper, wenn Reus auf sie eindrosch. Mehrfach hatte er ihre Oberarme mit einem Holzschwert getroffen und die Wucht, die in den Schlägen steckte, brannte sich stets aufs Neue durch ihre maltrittierten Sehnen. Er selbst zeigte nicht die geringsten Ermüdungserscheinungen. Zu ihrem eigenen Erstaunen stellte sie sich tatsächlich geschickter als erwartet. Wenn sie ehrlich war, und das fiel ihr im Moment besonders schwer, schenkte es ihr sogar ein Gefühl von Vertrautheit und, sie wollte es kaum glauben, Spaß. Obwohl sie müde und erschöpft war und ihre Kräfte deutlich nachließen, empfand sie allen Ernstes ein gewisses mobiles Vergnügen. Sie korrigierte automatisch die Stellung ihrer Füße, als Reus zu ihr trat. Er schob ihre Schultern eine Winzigkeit zurück, hob ihren Ellenbogen ein wenig an und platzierte ihre Hände korrekt am Griff des Schwertes. Sie spürte, wie ihre Ohren warm wurden. Während er ihr noch erklärte, was sie tun sollte, starrte sie ihn einen Moment lang verwundert an, ohne wirklich zu verstehen, was er da eigentlich schwatzte. Er hatte eine wirklich schöne Nase, ebenmäßig und gut geformt, aber besonders beeindruckend waren seine Augen, umrahmt von einem Kranz schwarzer Wimpern und unzähligen feinen Fältchen konnte sie nicht entscheiden, ob sie mehr grau oder doch eher grün waren. Als er sie ansah, tauchten ihre Blicke für einen Moment ineinander und sekundenlang hatte sie das gleiche Gefühl wie bei ihrem Sprung von der Brücke. Sie schwebte schwerelos in der Luft. Dann breitete sich die Hitze so rasant in ihren Wangen aus und kroch durch jede Ader ihres Körpers, dass sie spüren konnte, wie kleine Schweißperlen ihr auf der Stirn traten. Verwirrt senkte sie das Kinn auf die Brust und konzentrierte sich darauf, ihren Blick auf das Schwert zu richten, das sie in den Fingern hielt. War sie denn von allen guten Geistern verlassen? Was tust du da? Sie konnte ihn doch nicht anlötzen wie ein verliebter Teenager. Seine Räuspern klang unnatürlich laut in ihren Ohren und sie spürte, dass er sich von ihr entfernte. Nicht zum ersten Mal kämpfte sie gegen das Verlangen, ihm zu folgen und sich an ihm zu drücken. Ihre Haut brannte immer noch dort, wo er ihre Finger berührt hatte. Still verfluchte sie die vertragte Situation, in der sie sich befand, während ein unangenehmes Bedauern über sie hinwegschwappte. Malissas Worte kamen in den Sinn, dass sie Räus nicht zu fürchten brauchte, ob er eine Lüge nicht billigen würde. Frustration machte sich in ihr breit. In Wirklichkeit fürchtete sich Lee mehr vor dem, was passieren würde, wenn sie sich ihm offenbarte. Ihr war nicht entgangen, wie er sie zwischendurch ansah. Wieder bildete sie sich ein, dass da etwas zwischen ihnen war, noch, dass er es nicht auch spürte. Bislang stand allerdings die Tatsache zwischen ihnen, dass er sie für einen Mann hielt. Und ob er wirklich bereit war, es einfach hinzunehmen, wenn sie ihm die Wahrheit offenbarte, war in ihren Augen gar nicht gesichert. Vielleicht hat er sich schon viel zu lange gewartet. Vielleicht würde er sie wütend an den nächsten Baum binden, um sie irgendwelchen wilden Tieren zu überlassen. Tief durchatmend schüttelte sie den Kopf. Es vermüßte sich, darüber Gedanken zu machen. Sie hatte diese Diskussion in ihrem Kopf schon einmal geführt. Der einzige Ausweg, der ihr letztendlich blieb, war der, sich als vermeintlicher Mann ein Leben an einem anderen Ort aufzubauen. Das war definitiv sicherer, als irgendeinen Übergriff zu riskieren. Malissa mochte als Clanmitglied nicht zu befürchten haben, aber Lee war fremd. Ob nun als Mann oder Frau. Sie war in einer Welt voller Krieger gelandet. Testosterongeladene Männer, die mit Schwertern aufeinander einschlugen und vermutlich ihr erlegtes Wirt auch roh verspeist, wenn es sein musste. Hier gab es keine Emanzipation, keinen Feminismus. Hier hatten Frauen sich in die ihnen zugedachten Rollen zu fügen und waren nichts weiter als Menschen zweiter Wahl. Wenn Reuss herausbekam, dass sie ihn belog und ihn nicht davon abgehalten hatte, sie auszubilden, würde er vermutlich eigenhändig den Kopf abschlagen. Lee schluckte. In ihrem alten Leben hatte sie nach dem Tod ihrer Mutter jeglichen Mut verlassen. Sie hatte sich ängstlich, ohne einen Sinn in ihrem Dasein zu erkennen, von der Brücke gestürzt. Sie war feige gewesen. Aber hier war sie anders. So fremd und seltsam die Situation war, sie hatte sich nie lebendiger und stärker gefühlt. Sie hatte sich noch nie so zu Hause gefühlt. Reuss kam unvermittelt auf sie zugestürmt. Sein ohrenbetäubendes Brüllen ließ sie eingeschüchtert zurücktaumeln. Er folgte ihrem Ausweichversuch mit einem gewaltigen Ausfallschritt und sein Schwert beschrieb einen perfekten Kreis in der Luft. Sie sah die Holzklinge auf sich zurasen. Auch wenn sie wusste, dass es nicht ihr Fleisch zerteilen würde, wäre die Kraft, die in dem Hieb lag, trotzdem nicht weniger schmerzhaft. Sie riss die eigene Waffe hoch und bewegte sich instinktiv einen Schritt auf ihren Trainingspartner zu. Als die Klinge aufeinanderschlugen, klang es dumpf und schwer. Ein lähmendes Zittern durchströmte Lies' Arme und sie spürte, dass die Kraft ausgewicht wie Luft aus einem Ballon. Der Schwert entglitt fast ihren Fingern und sie stöhnte vor Schmerz auf. Sie war so gut wie am Ende. Jede Chance, die sich auch nur ansatzweise ausgemalt hatte, sich gegen ihn zu Wert zu setzen, verpuffte einfach im Nichts. Sie würde niemals um die Stärke verfügen, ihn zu überwältigen. Statt sich ihm weiterhin entgegenzustellen, stolperte sie zwei Schritte zurück. Der Reus, der seinen eigenen Schwung offenbar überschätzt hatte, wurde von der Hiebbewegung nach vorn und auf Lee zugetragen. Er kam ihr bedrohlich nah. Sie handelte instinktiv und ohne nachzudenken. Hastig ließ sie sich zu Boden fallen und reute sich zur Seite. Tatsächlich schien ihr einen Moment leichtfüßig über sie hinweg zu schweben. Dann blieb er mit einem Fellstief in ihrem Knöchel hängen und stürzte. Lee stöhnte gequält auf, als seine Ellbogen sich in ihre Seite bohrte und sein Knie ihren Oberschenkel traf. Er mochte zwar keine empfindlichen Weichteile getroffen haben, aber halb von ihm begraben waren ihr die nächsten blauen Flecken und Prellungen sicher. Als er sich endlich von ihr herunterrollte, drang ein leises, kehliges Lachen an ihr Ohr. Sie hob den Kopf und musterte ihn überrascht. Das vergnügte Lächeln auf seinem Gesicht berührte etwas in ihr und für Sekunden fühlte sie sich ertappt. Doch da war etwas anderes in seinem Blick. Sie starrte ihn an, als würde sie ihn zum ersten Mal sehen und gleichzeitig fühlte er es sich an, als würde sie diese Menschen schon ein ganzes Leben lang kennen. Jede Linie, jedes Fältchen, jedes Haar, alles war ihr so vertraut wie ihr eigenes Spiegelbild. Sie wusste mit absoluter Gewissheit, dass sie ihn bis zum gestrigen Tag noch nie gesehen hatte und mit der gleichen Gewissheit wurde ihr klar, dass sie diesen Mann schon ihr Leben lang kannte. Wärme durchflutete sie von den Zähnen bis zu den Haarwurzeln. Ein beängstigender Gedanke formte sich in ihren Kopf und während sie aufstand, klopfte sie sich nervös den Schnee von der Kleidung. Du hast ihn gesucht. Unmöglich. Sie hätte doch gar nicht von ihm gewusst. Das durfte einfach nicht sein. Du hast ihn gefunden. Ja, aber das machte alles nur komplizierter. Deine Parade war gar nicht schlecht, bemerkte Reuss gut gelaunt. Er schien ihrer Verlegenheit nicht die geringste Beachtung zu schenken. Aus dem Augenwinkel sah sie, wer aufstand. Sein Holzschwert klopfte schwungvoll gegen das ihre. Los, lass uns weitermachen. Du bist gewandt. Du liebst ihn. Sie war verschwitzt, hungrig und unendlich müde, als Reuss endlich davon sprach, die Fallen auf Beute zu kontrollieren. Sie hatte nur erleichtert geknickt, als in das Dickicht des Waldes verschwunden war. In den letzten Stunden hatte sie nichts anderes getan, als zu fallen, zu schlagen und seine Hieben auszuweichen. Es hatte sie abgelenkt von den verrückten Gedanken in ihrem Kopf und jede Schramme, die sie davon trug, lenkte sie von weiteren Grübeleien ab. So erschöpft sie sich nun fühlte, so erfüllt war sie von einer unbeschreiblichen Freude. Vollgepumpt mit Endorphien sozusagen. Auch wenn ihre armen Schmerzen von den ganzen Schlägen, die sie abbekommen hatten, hatte sie noch nie so viel Spaß gehabt. An den Muskelkater, der sich mit zunehmender Geschwindigkeit in jeder Phase ihres Körpers breit machte, verschwendete sie lieber keine weiteren Gedanken. Nachdem sie tief in die Büsche verschwunden war, um sich zu erleichtern, hatte sie sich am Wasser kurz Gesicht und Hände im lauwarmen Weiher gewaschen. Für einen winzigen Augenblick war sie versucht gewesen, die Zeit zu nutzen, in der Reuss-Fort-Warum zu baden. Aber dann hatte sie der Mut verlassen und sie war in die Höhle zurückgekehrt. Während sie Holz auf das heruntergebrannte Feuer schichtete, hockte sie im Beginnenden halbdunkel und starrte in ihr Glut. Sie fror. Vorsichtig rückte sie näher an die Flammen und rieb sich über die Arme. Sie versuchte immer noch zu verdrängen, was ihr Unterbewusstsein ihr einzureden versuchte. So seltsam all das hier war, unmöglich waren die Überlegung, die ihr verwirrtes Hirn ausspuckte. Gefühle für jemanden zu empfinden, der einem im Grunde fremd war, konnte nun die Folge ihres Sturzes sein. Vermutlich hatte sie sich doch irgendwo den Schädel angeschlagen und war sich dessen noch nicht bewusst. Vielleicht war dies alles nur das Ergebnis einer Gehirnerschütterung und sie lag irgendwo in einem sterilen, unpersönlichen Krankenhausbett. Li rutschte näher an das Feuer. Okay, wem machte sie etwas vor? Im Traum würde sie weder die Hitze der Flammen spüren, noch würde ihr der Geruch ihres eigenen trockenen Schweißes in die Nase stechen. Ihr Nasenrücken kräuselte sich. Was hätte sie für eine Dusche gegeben? Sie hätte in den Weiher steigen sollen. Allerdings befürchtete sie, dass Reus sie beim Bad überraschen könnte. Nichts wollte sie weniger, als ihre Tarnung aufliegen zu lassen und einer Lüge überführt zu werden. Erschöpft schloss sie für einen Moment die Augen. Aufgebracht trat Reus in die Höhle und musterte den Burschen, der neben dem Feuer hockte. Li hatte seine Arme um die Knie geschlungen, den Kopf darauf abgelegt und die Augen geschlossen. Während er eine Wärme der Flamme Nickerschen hielt, hatte Reus in der Kälte der Beginn der Nacht feststellen müssen, dass er betrogen wurde. Er trat neben seinem Begleiter, betrachtet ihn einen Moment lang und gab Li schließlich einen kräftigen Stoß mit dem Fuß. Sich einmal überschlagend rollte der Bursche quer durch die Höhle und rappelte sich da mit verwirrtem Gesichtsausdruck auf. »Hast du mir nichts zu sagen?« wollte Reus wissen. Seine Stimme grölte vor Wut. Li starrte ihn nur verständnislos an. Dann zuckte der Hauch einer Erkenntnis über sein Gesicht und seine Wangen färbten sich rot. Der Zorn in Reus erhielt neue Nahrung und es kostete ihn einige Mühe, nicht sein Deutsch zu ziehen, um Li's Leben ein Ende zu bereiten. »Ich weiß nicht, was ihr meint, Sir«, erwiderte der Bursche mit brüchiger Stimme. Das war genug. Wutentbrannt warf Reus die zwei Kaninchen-Gredaver neben dem Feuer zu Boden, war mit wenigen Schritten bei Li und zog ihn im Kragen des Pullovers auf die Füße. Die blauen Augen wurden groß und starrten Reus an. Er zückte sein Messer und hielt das Li an den Hals, knapp oberhalb des Verbandes, der immer noch die erste Wunde verdeckte, die er Reus zu verdanken hatte. »Du hast meine Fallen sabotiert!« Reus knirrschte mit den Zähnen. »Weißt du, was man mit Männern wie dir macht? Man hackt ihnen die Hände ab, entmannt sie, um sie ausbluten zu lassen.« Lies heftiges Kopfschütteln, erhagte Reus nur noch mehr. Er sollte ihm den Deutsch in die Brust rammen. »Aber ich habe nichts getan«, bedeutete der Junge mit heller Stimme. Nicht zum ersten Mal klang er wie ein Mädchen, wenn er in Panik war. »Ich war den ganzen Tag hier. Ich war bei euch. Ich habe doch keine Ahnung vom Fallen stellen.« In dem Punkt log er vermutlich nicht einmal. Der Bursche hatte von ziemlich wenig wirklich eine Ahnung. Reus Kiefer malten. Wenn er es genau betrachtete, hatte Li recht. Er war tatsächlich den ganzen Tag in seiner Nähe gewesen. Die wenigen Momente, in denen er ausgetreten und sich in den Büchern erleichtert hatte, waren zu kurz, um die Fallen zu erreichen und zu zerstören. Aber da waren keine Spuren gewesen. Der sachte Schneefalter letzten Stunden hatte alles unter einer Decke aus unschuldigem Weiß begraben. Wenn Li es also nicht gewesen war, wer dann? Das ergab alles keinen Sinn. Erneut gruben sich seine Finger in den Stoff von Li's Pullover, und die Spitze seines Deutsches drückte sich gegen die Kehle des Jungen. Er starrte ihm in die Augen und brachte sein Gesicht nah an Li's. »Wenn ich herausfinde, dass du mich belügst, werden nicht einmal die Götter dir noch eine Hilfe seien?« Ein feiner Geruch stieg ihm zu Kopf, der auf eine angenehme Weise unangenehm und gleichzeitig verwirrend war. Reus rümpfte die Nase. »Geh und wasch dich, du stinkst wie ein toter Iltis.« Das Feuer bereitete wohlige Wärme. Reus teilte ein kleinlai Brot auf, dem Malissa ihn eingepackt hatte. Zusammen mit dem wenigen Kaninchenfleisch, das auf zwei Spießen über den Feuer schmorte, würden sie nicht wirklich satt werden. Es sei denn, Li bevorzugte nur das Brot zu essen, weil er abermals meinte, das Fleisch nicht zu brauchen. Dann bestand zumindest für Reus die Chance, sich ohne Knurrenmagen zur Nacht zu betten. Er wandte den Kopf und sah zu Li hinaus, der am Rand des Weihers hockte. Mit dem Händen schöpfte er Wasser empor und versuchte, sich unbeholfen zu waschen. Reus schüttelte den Kopf. Was sollte das? Auf diese Weise würde ein Gestank nicht loswerden, den er verbreitete, ganz davon zu schweigen, dass der Schweiß auch in seiner Kleidung klebte. Entschlossen stand Reus auf, verließ die Höhle und trat geräuschlos hinter Li. Für einen Moment betrachte er dessen krampfhafte Ansätze, sich nicht mehr als nötig zu waschen. War er einfach nur wasserscheu oder tatsächlich unfähig zu allem? Er konnte nicht jagen, kein Feuer machen, besaß keine Kraft. Reus war es so leid, dass dieser Bursche alles, abgesehen vom Training, nur halbherzig vollzog und er ihm ständig behilflich sein musste. Nur einmal wollte er den Auslaub des Trainings ebenso verbissen und voller Elan erleben wie mit dem Schwert. Vor Ergert hob Reus den Fuß und stieß Li mit Schwung gegen das verlängerte Rückgrat. Mit einem überraschten Laut auf den Lippen verschwand der Bursche im warmen Nass. Für einen Augenblick war er wie vom Erdboden verschluckt. Schließlich tauchte er in fünf Schritt Entfernung Prusten und Husten wieder auf. Während das Wasser ihm bis zur Hüfte reichte, lief ihm der Schlamm, der sich plötzlich löste, und Rinn sein über den Nacken. Reus lachte laut und herzhaft. Das hatte ihm gefehlt. Nach der Anspannung des ganzen Tages brauchte er ein Ventil, um seine Frustration Platz zu machen. Und Li, der mit einem Grund für seinen Zustand war, hatte dieses Bad mehr als verdient. »Du hast es nötig«, stellte Reus fest. »Wasch dich endlich richtig!« Er musterte den Hinterkopf des Burschen. Unter all dem Dreck war zum ersten Mal die Farbe seines Haares zu erkennen. »Ein Nordmann, was? Dein Haar ist so hell wie der Weizen im Sommer!« Gut gelaunt sah er dabei zu, wie Lise sich erschrocken an den Schädel griff und mit deutlicher Verblüffung zu Reus umdrehte. Auch das Gesicht des Burschen war von Bächen aus nassem Schlamm bedeckt. Reus musste den erheitert und spürte dann, wie das Lachen auf seinem Lippen langsam gefror. Träumte er? Sie konnte fühlen, wie der Dreck ihren regelmäßigen Bächen bis Gesicht lief und im Ausschnitt des nassen Pullovers verschwand. Sich das Wasser aus den Augen wischend, warf sie Reus einen vorwurfsvollen Blick zu. In ihren Klamotten hatte sie eigentlich nicht baden wollen. Sie konnte von Glück reden, dass dieser Tümpel nicht so tief war und ihr das Wasser nur bis den Hüften reichte. Irgendwie hatte sie ihre Zweifel, dass er ihr hinterhergesprungen wäre, um sie zu retten, wenn sie nach Luft japsend um sich geschlagen hätte. Sein dröhndes Lachen verstummte so plötzlich, wie seine gute Laune zu verschwinden schien. Er blinzelte ein paar Mal irritiert. Dann zog er sein Deutsch aus dem Gürtel und kam mit ausgreifenden Schritten ins Wasser gelaufen. Lee spürte Panik in sich aufsteigen. Was nun? Was nun? Sie hatte sich nicht zuschulden kommen lassen. Als er mit dem Messer auf sie zustürmte, huschte ihr Blick hektisch über die Umgebung. Sie würde es niemals schaffen, ein Ufer zu warten und ihm zu entkommen. Und irgendwie bezweifelte sie, dass sie plötzlich schwimmen konnte. Sie konnte ihm nicht ausweichen, also blieb sie resigniert stehen, wo sie war und sah ihm entgegen. Wenn er sie jetzt doch umbringen wollte, dann sollte er es endlich tun. Sie war es leid, ständig Angst vor ihm haben zu müssen. Er blieb vor ihr stehen und starrte einen Augenblick mit undefinierbarem Gesichtsausdruck auf sie herunter. Dann verkreit er seine Finger in ihrem Halsausschnitt und seine rechte Hand drückte die Messerspitze an ihre Kehle. Ihr wurde die Luft knapp. In ihrem Kopf schien sich ein Scheiter umzulegen. Zum ersten Mal in ihrem Leben möchte sich Wut und Trotz in ihre Angst. Ihre Arme zuckt nach oben und mit beiden Händen griffen sie nach Reus' Handgelenken. Sie würde sich nicht widerstandslos von ihm abstechen lassen. Sie spürte das Zittern, das in ihm rollte. Was war mit ihm los? Wer bist du? Was? Der Zorn in seiner Stimme jagte eine Gänsehaut über ihren ganzen Körper und der Ausdruck in seinem Gesicht. Die Wut und Enttäuschung, die sie darin las, steigerte ihre Furcht. Ihre Sinne schärften sich auf seltsame Weise. Sie starrte ihn wortlos an. Das Licht schien plötzlich heller, das Rauschen des Wassers halt in ihrem Kopf wieder. Wovon sprach er? Wer bist du? Er schrie sie an. Seine linke Hand umklammerte ihren Hals, drückte ihr die Luft ab. Lee schwindelte. Für einen Sekundenbruchteil war sie davon überzeugt, er hätte sie erwirkt, ehe er ihr den Deutsch ins Herz rammte. Sie spürte, wie ihre Muskeln erschlafften und ihre Hände nach unten fielen. Dann glitt die Klinge tiefer und hinterließ einen langen, brennenden Schnitt unterhalb ihrer Kehle. Sie zerteilte mühelos den Stoff ihres durchtränkten Pullovers und der darunter liegenden Bandage. Die Zeit blieb stehen. Reus riss die Stofffetzen auseinander und starrte den halbnackten Oberkörper an, als könnte er nicht fassen, was er da sah. Dieser Borsche hatte Brüste. Seine linke Hand ließ ihren Hals los und verharrte bewegungslos wenige Zentimeter vor ihrem rechten Busen. Er war versucht, sie zu berühren, wollte sicher sein, dass das, was er erblickte, auch tatsächlich echt war. Er wollte wissen, ob sie sich so perfekt in seiner Handfläche schmiegen würden, wie es ihrem Aussehen nach schien. Dann ließ er die Hand sinken und sah Lee ins Gesicht. Ein Mädchen. Er schluckte hart. Ihre Haut war aschfahl. Die Augen wirkten riesig in dem schmalen Gesicht und schwammen Tränen. Der Unterkiefer malte und die Lippen zitterten. Jetzt verstand er, warum dieser Borsche so weibig war, warum er keine Kraft hatte und die Schläge und Tritte ihm jedes Mal den Boden um die Füße verlieren ließen. Bei den Göttern. Er hat eine Frau geschlagen. Etwas schrieen Reus auf, erleichtert und gleichzeitig gequält. Er wollte Lee an sich ziehen, sie berühren und in den Arm halten, auch weil seine Triebe immer noch die Seinen waren. Aber wenn er sie jetzt anfasste, verlöre er seine mühsam aufrechterhaltende Selbstbeherrschung und würde über sie herfallen, hier und jetzt, ohne Rücksicht darauf, ob sie es auch wollte. Er war kein Mann, der einer Frau seinen Willen aufzwang. Er hatte sich nie mit Gewalt genommen, was ihm zustand. Tief durchatmet zwang er seinen Blick von ihr fort, wandte sich ab und wartete aus dem warmen Wasser hinaus. Am Ufer blieb er einen Moment lang unschlüssig stehen. Über die Schulter sah er zu ihr zurück. Wut und Schuld tobten in ihm. Warum hatte er es nicht früher erkannt? Warum hatte sie gelogen? Sie stand immer noch reglos an der gleichen Stelle. Der Pullover klaffte auseinander und gab nicht nur den Blick auf ihre schönen Brüste frei, sondern auch auf den langen, blutenden Schnitt, den sein Messer von der Vertiefung unterhalb ihrer Kehle bis fast zum Bauchnahm hinterlassen hatte. Das Abendessen ist fertig. Er war schon längst aus ihrem Sichtfeld verschwunden, als endlich wieder Leben in sie kam. Sie schlang die Arme um den halb entblößten Oberkörper und sank mit einem leisen Schlurzen in den Weiher hinein. Die Gefühle, die sich in den wenigen Tagen in ihr angestaut hatten, brachen mit einem erlösen Heulkampf aus ihr heraus. Minutenlang saß sie mit zuckenden Schultern im warmem Wasser, während sie endlich die Tränen freien Lauf ließ. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, ehe sie sich etwas beruhigt hatte und wieder einigermaßen klar denken konnte. Dieser Zwischenfall war in Peinlichkeit nicht mehr zu betreffen. Dass ihre Täuschung auf diese Weise aufgeflogen war, beschämte sie. Dennoch verspürte sie auch so etwas wie Erleichterung. Er hatte sie nicht umgebracht, obwohl er die Wahrheiten kannte. Sie musste sich nicht länger verstecken. Lee zog die Nase hoch. Melissa hatte gemeint, von Reus hätte sie nichts zu befürchten. Sie hatte gesehen, wie er sie angestaut hatte und die Erinnerung an den Moment, als er die Hand gesenkt hatte, seine Finger so dicht vor ihrer Brust geschwebt waren, trieb ihr immer noch die Schamesröte in die Wangen. Das Problem war vermutlich weniger er als sie. Ihr ganzer Körper hatte sich danach verzerrt, dass er sie berührte und sie war nur einen Wimpernschlag davon entfernt gewesen, sich ihm entgegenzulehnen, um seine Finger auf ihrer Haut zu spüren. Sie war so nicht. Sie war immer zurückhaltend gewesen, was Männer betraf. Sie hatte sich noch nie einem Mann an den Hals geworfen. Verflixt. Er warf ihr ganzes Denken über den Haufen. Mit einem Seufzer richtete sie sich auf und zwang sich, die ganze Situation so pragmatisch wie möglich zu sehen. Jetzt, da sie ohnehin schon völlig durchnässt war, konnte sie das unfreiwillige Bad auch nutzen. Sie streifte sich in halbdunkle ihre Kleidung ab, wusch die Hose und den zerfetzten Pullover und legte beides auf einen Stein am Ufer. Da befreite sie Haare und Körper von dem restlichen Schmutz, in dem sie sich in das warme Wasser sinken ließ. Sie schrubbte ihren Körper mit der Bandage ab, die ihre gequetschten Brüste bedeckt hatte. Irgendwann war ihr Haut rot vom Gerubbel ihres provisorischen Waschlappens, aber sie fühlte sich zum ersten Mal wieder wirklich sauber. Die erneute Konfrontation mit ihm ließ sich dennoch länger nicht aufschieben. Sie krabbelte ans Ufer, streifte sich die jetzt unangenehm kalten, nassen Kleider über und raffte den Pullover vor der Brust zusammen. Den brennenden Schnitt auf ihrer Haut ignorierte sie, ebenso wie die Kälte, die sich im Windeseil in ihr ausbreitete. Weglaufen war keine Alternative, also wollte sie wenigstens versuchen, sich zu erklären und vielleicht auch zu entschuldigen. Als sie in die Höhle trat, zerteilte Reus gerade den gebratenen Hasen und schob wortlos ein Brett mit Fleisch in ihre Richtung, ohne sie anzusehen. Daneben lag ein Stück Brot. Mit einem leisen Danke hockte sich Lee zu ihm und starrte einen Moment gedankenverloren auf ihre Mahlzeit hinab. Ihr Magen knurrte vornehmlich und der Duft des gebratenen Fleisches ließ ihr zum ersten Mal das Wasser im Mund zusammenlaufen. Dennoch brachte sie keinen Bissen herunter. Er saß da in seinen eigenen feuchten Kleidern und betrachtete sie nicht weiter. Doch sie konnte nicht so tun, als wäre nichts geschehen. Darf ich etwas sagen? fragte sie leise in die Stille hinein. Ich kann dich wohl kaum darin hindern, gab er beißend zurück. Seine offene Feindseligkeit ließ sie ein Stück in sich zusammensinken. Es tut mir leid. Du entschuldigst dich zu viel. Sie sah auf und erkannte deutlich die Verärgerung in seinem Gesicht. Aber immerhin schaute er nicht mehr aus, als wollte er ihr ein Messer in den Hals rammen. Wenn du dich als Mann ausgibst, musst du dir das abgewöhnen. Ich weiß, erwiderte sie zaghaft. Es tut mir leid, dass ich euch nicht die Wahrheit gesagt habe. Er hob abwehrend die Hand. Du musst dich nicht erklären. Doch, eindringlich sah sie ihm in die Augen und hielt seinem unversöhnlichen Blick stand. Bitte. Er gab ein grimmiges Morgen von sich, das mit einigem guten Willen nach einer Zustimmung klang. Sie wählte ihre nächsten Worte mit Bedacht. Trotzdem konnte sie nicht verhindern, dass ihre Stimme zitterte. Als Wolf mich gefunden hat, war ich zu verwirrt, um zu begreifen, was um mich herum vor sich ging. Liebe sich auf die Unterlippe. Als sie schließlich verstand, dass man mich für einen Burschen hielt, schien es mir am sichersten zu sein, alle in diesem Glauben zu lassen. Ich wusste nicht, wo ich war. Ich hatte keine Ahnung, woher ich kam oder wem ich vertrauen konnte. Sie senkte den Kopf und ihre Hand schloss sich noch fester um den Schnitt in ihrem Pullover. Melissa erzählte mir, dass sie seltener kommen werden. Sie sagte, dass sie ihr nicht traue und ich hoffte, mich auf diese Weise schützen zu können. Ich verstehe deine Beweggründe, warf er ein. Aber denkst du wirklich, dass ich dir noch vertraue? Wie kann ich dir glauben, dass du wirklich nicht weißt, wer du bist oder woher du kommst? Wie soll ich wissen, dass es nicht doch du warst, der meine Falle sabotierte und dass du mich nicht weiter anlügst? Sie spürte, wie ihr die Tränen in die Augen schossen und hielt den Blick gesenkt. Seine Stimme klang ruhig und gelassen und der warme Ton löste eine ungeahnte Sehnsucht in ihr aus. Noch nie hatte sie sich so elend gefühlt. Sie wollte keinen Streit mit ihm. Liebe hätte sie sich erneut während des Trainings verprügeln lassen. Wenn sie die Zeit doch nur hätte zurück derrennen können. Ich erwarte keinen Vertrauen von euch, das könnt ihr mir glauben, entgegnete Lee. Ich weiß nicht, wie ich herkam oder warum, aber die Dinge, an die ich mich erinnere, sind zu fremd, zu anders, als dass ihr mir Glauben schenken könntet. Für einen Moment war die Stille zwischen ihnen fast greifbar. Warum versuchst du es nicht einfach? Reuss Stirn hatte sich in Falten gelegt, als sie den Kopf hob. Denkst du, ich begreife es nicht? Sie sah ihm in die Augen und schüttelte den Kopf. Das ist es nicht, flüsterte sie. Ich fürchte nur, ihr würdet mich für etwas halten, das ich nicht bin. Ich dachte, du wärst ein Mann. Ist das nicht bereits genug? Er kam nicht umhin, ihr diesen Vorwurf zu machen. Doch obgleich sie ihn mehr als verdiente, verspürte ein Anflug von schlechtem Gewissen, als Lee zusammenzuckte und aussah, als habe er ihr die Faust ins Gesicht geschlagen. Reuss unterdrückte einen Säufzer. Diese ganze Situation war zu seltsam und neu. Er musste sich erst selbst damit arrangieren. Es war nicht gerade hilfreich zu wissen, dass sie sich unter dem mühsam von ihr zusammengehaltenem Pullover ihre nackten Brüste befanden. Bei den Göttern. Er war ein Mann und kein Heiliger. Es war lange her, dass eine Frau ihm so nah gewesen war. Und diese seltsame Manie, die er seit dem ersten Augenblick in ihrer Nähe empfunden hatte und bis zur Enthüllung der Wahrheit sorgfältig versucht hatte zu ignorieren, brannte sich wie flüssiges Feuer einen Weg durch seine Adern. Seine jahrelange Abstinenz hatte ihn weder zum Mönch werden lassen, noch war er einst ein Kostverächter gewesen. Nun, da er wusste, dass sich kein Männerkörper unter ihrer Kleidung verbarg, begriff er auch, warum er in solcher Intensität auf sie reagierte. Ganz offensichtlich funktionierten seine niederen Instinkte besser als sein Verstand. Mühsam versuchte Reuss in der Gedanken auf unverfängliche Themen zu konzentrieren und deutete auf ihr kurzes Haar. Allein die helle Farbe deines Schopfes spricht dafür, dass du kein Kind Serevans bist. Dein Haar hat die Farbe des Sommerweizens. Das habe ich zuletzt bei den Nordmännern gesehen, die in meiner Kindheit an unserer Küste landeten. Meine Talm, versuche dich in einer Erläuterung. Ob ich dir glaube, werden wir sehen. Was hast du zu verlieren? Der Blick, mit dem sie ihn ansah, ging ihm durch Mark und Bein. Hätte er ihr in diesem Moment sein Deutsch ins Herz gestoßen, hätte der Schmerz in ihren Augen kaum größer sein können. Für einen Moment war ihm Elend zumute. Warum bei allen Göttern war es sein Gewissen, das sich mir vehemenz meldete? Sie hatte ihn belogen, nicht umgekehrt. Unsicher erwiderte sie den aufforderen Blick, den er ihr zuwarf. Sie hatte eine zweite Chance bekommen und wollte diesmal nicht alles einfach hinwerfen. Sie wollte dieses Leben nicht auch noch verlieren. Zum ersten Mal hatte sie das Gefühl, dass sie etwas Sinnvolles tat und nicht nur eine Last war. Sie fühlte sich kostbar. Nachdenklich musterte sie Reuss. Sie schätzte ihn nicht als jemanden ein, der sofort nach der Inquisition schrie, wenn ihm jemand etwas Verrücktes erzählte. Bisher war er immer ehrlich zu ihr gewesen, auch wenn sein Handeln bisweilen unüberlegt und ziemlich rau war. Konnte sie es tatsächlich wagen? Seine warm, leuchtenden Augen musterten sie prüfend. Nicht zum ersten Mal fühlte Lee sich nackt und bloßgestellt, als könnte er bis in ihre Seele blicken. Doch war da auch etwas anderes, etwas, das so tief ging, dass sie verstanden, nicht in der Lage war, es zu erfassen. Wenn er es riskierte, erneut belogen zu werden, nachdem sie ihn schon einmal hintergangen hatte. Warum sollte es denn nicht riskieren, die Wahrheit zu sagen, ganz gleich, wie unglaublich es für ihn klingen mochte? Sie musste nicht alles erzählen, keine Details. Es wäre ohnehin schon unbegreiflich genug für ihn. Nervös straffte sie die Schulter und räusperte sich umständlich. Ich erinnere mich nur an Bruchstücke, daran, dass ich aus einer Welt komme, die fern von hier liegt. Das Leben dort ist ganz anders als hier. Dinge, die für euch selbstverständlich sind, waren mir dort fremd. Feuer zu machen, habe ich nie gelernt. Noch nie zuvor saß ich auf einem Pferd. Er nickte, als würde er begreifen, was sie da sagte. Wie bist du über weite Strecken gereist? Wie hast du dein Essen ohne Feuer bereitet? Ich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es gab Wagen, große Wagen, die keine Pferde benötigten, die sie zogen. Und es gab andere Wärmequellen, kein offenes Feuer mehr. Wagen ohne Pferde? Seine Stimme klang genauso ungläubig, wie sein Gesicht aussah. Reus schüttelte irritiert den Kopf und strich sich über den Bart. Erzähl weiter, bat er. Warum bist du fortgegangen? Alle, die ich geliebt hatte, waren gestorben und Menschen, von denen ich glaubte, sie wäre mir vertraut, ließ mich allein. Sie zuckte die Schultern. Ich wollte so nicht mehr leben. Also bist du fortgereist. Fahrig fuhr sie sich mit dem Finger durch das feuchte Haar. So kann man es nicht sagen. Lee schluckte hart an dem zählen Kloß in ihrem Hals. Er würde ihr niemals wieder ein Wort glauben, wenn sie mir jetzt auch noch den Rest erzählte. Sie konnte es ja selbst immer noch nicht begreifen. Doch ihn anzulügen kam einfach nicht in Frage. Nicht mehr. Sie sah ihm in die Augen. Ich, ich wollte mir das Leben nehmen. Er stützte sichtlich. Die selbst töten? Ja, keine Lügen mehr. Ich sprang. Ich sprang aus großer Höhe in einem Fluss und als ich wieder erwachte, war ich hier, mitten in der Schneewehe und Wulf hat mich geweckt. Sprachlos starrte Reuss sie an. Sie wusste, das, was sie ihm erzählte, klang einfach zu verrückt, um für ihn als Wahrheit akzeptiert zu werden. Wagen, die ohne Pferde fuhren, Hitze ohne Feuer und nun noch einen Sprung in den Fluss, der sie hierher katapultierte. Er würde sie für eine Wahnsinnige halten. Während er sie stumm anglotzte, versuchte sie, seinen bohrenden Blick standzuhalten. Ihr Kinn zitterte. Sie hätte ihn anlügen können, aber sie spürte, dass sie sich diesen Fehler nicht noch einmal erlauben durfte. Keine Lügen mehr. Ich weiß, dass sie mir nicht glaubt. Ich kann es aber nicht anders erklären, weil es das ist, woran ich mich erinnere und was für mich wahr ist. Er blieb stumm und sah sie nur an. Sein Schweigen war schlimmer, als wenn er sich angebrüllt hätte. Nach einer gefühlten Ewigkeit wandte er sich räuspert dem Feuer zu und schüttelte fast schon ein bisschen fassungslos den Kopf. Du hast recht. Das klingt alles sehr seltsam. Sie verzog die Lippen zu einem schiefen Lächeln. Ihr denkt, ich bin verrückt. Seine Schulterzucken war mehr zu erahnen, als zu sehen. Ich glaube, du hast dir den Kopf angeschlagen und du denkst, dass, an was du dich erinnerst, sei tatsächlich wahr. Es fällt mir schwer, es dir gleich zu tun. Lee ließ die Schultern sinken. Was hatte sie auch erwartet? Sie war ein aufgeklärter Mensch des 21. Jahrhunderts. Für sie war das schon alles mysteriös. Unmöglich, dass ein Mann seinerzeit ihr diese verrückte Geschichte abnahm. Sie konnte froh sein, dass er nur glaubte, sie wäre auf den Kopf gefallen und würde fantasieren und sie nicht direkt in den nächsten Baum banden, um sie bei lebendigem Leib anzuzünden. Reuss deutete auf das Brett mit ihrer Mahlzeit. Ist auf, Lee. Danach werde ich deinen Wams nähen und wir sollten schlafen. Morgen trainieren wir weiter. Ihr Herz machte einen Hüpfer und sie spürte, wie Erleichterung sich in ihr breit machte. Ihr wollt mich weiter in Lehren zu kämpfen? Er stocherte mit einem Ast in der Glut herum. Ich ermutige dich sogar, deine Verkleidung zu behalten, entgegnete er. Wulf werde ich darüber informieren, wenn du wirklich bist. Du hast von ihm nichts zu befürchten, auch wenn deine Enttäuschung ihn vermutlich erzürnt. Er hasst Unehrlichkeit. Dennoch halte ich es für sinnvoll, dass du lernst, wie man sein Leben schützt. Irgendwann wirst du es brauchen, gleichgültig ob Mann oder Frau. Und als Frau wirst du geschickter und wendiger sein müssen, um das auszugleichen, was dir an Kraft fehlt. Seine Entscheidung, sie auch künftig trainieren zu wollen, hatte Lee überrascht und erleichtert. Nach der ungeplanten Enthüllung der Wahrheit hatte sie nicht wirklich damit gerechnet, dass überhaupt nur ein Wort mit ihr wechseln würde. Tatsächlich war sie sogar ziemlich erstaunt, dass er sie ermutigte, ihre Maskerade aufrechtzuerhalten. So peinlich der Vorfall gewesen war, so befreit fühlte sie sich, weil das Versteckspiel vorüber war. Wenigstens hatten jetzt ihre Grübeleien ein Ende, ob und wie sie sich weiter als Mann in dieser Welt bewegen sollte. Reus hatte sie weder umgebracht, noch war über sie hergefallen. Genau genommen hatte sie einen unerwarteten Verbündeten bekommen, mit dem sie niemals gerechnet hätte. Lee atmete tief durch, betrachtete das fettige Brett auf ihren Knien. Es hatte Brot und gebratenes Kaninchen gegeben. In ihrer alten Welt hätte sie sich geweigert, Fleisch zu essen. Es war gegen ihre Überzeugung gewesen. Doch ihr Hunger war größer gewesen als ihre Skrupel. Tatsächlich saß sie satt und zufrieden auf ihrem Lager und wünschte sich im Anschluss an die schmackhafte Mahlzeit nichts mehr als im Moment der Ruhe. Die gereizte Stimmung zwischen Reus und ihr war einer angenehmen, entspannten Stille gewichen. Sie gähnte und sah überrascht auf, als sie ein Stück näher rückte und ihr die offene Hand hinhielt. Er schlürte den Kopf, als sie ihm das Brett reichen wollte. Nein, gib mir dein Wams, ich werde den Schnitt flicken. Unvermittelt schoss sie das Blut in die Wangen und sie blinzelte verblüfft. Plötzlich war sie wieder hellwach und Reus Gesichtsausdruck nach zu urteilen, ahnte er, was ihr durch den Kopf ging. Eine seiner dunklen Brauen hob sich spöttig und sie senkte verlegen das Kinn auf die Brust, ohne ihr aus den Augen zu lassen. »Denkst du nicht, ich habe schon alles gesehen, was du darunter verbirgst?« stellte er trocken fest. Eine Woge der Scham flutete über sie hinweg. Sie konnte sich nur zu genau erinnern, wie es gewesen war, ihm halb nach gegenüberzustehen und was sie, trotz des peinlichen Momentes, alles gewollt hatte. Er rollte mit den Augen und wandte sich halb ab. »Gib es mir. Ich schaue auch nicht hin. Ich will danach nur endlich schlafen.« Seine Hand streckte sich ihr immer noch auf oder entgegen. Natürlich hatte er recht, der Pullover musste genäht werden und sie konnte ihn nicht ständig vor der Brust zusammenraffen. Dennoch kostete es die große Überwindung, die kratzige Wolle von ihren Schultern zu streifen und in seine Hand fallen zu lassen, ob er ihn nun dabei zusah oder ihm nicht. Mit vor der Brust verschränkten Armen, den Oberkörper nach vorn gebeugt, hockte sie unbewirklich auf ihrem Platz. Ihre Augen verfolgten die Bewegung seiner Finger, während sie ihn dabei beobachtete, wie er mit einer Nadel aus Knochen und grobem Garn rasch und geschickt den Schnitt wieder zusammennähte. Das Knistern des Feuers und die Wärme lüllten sie ein. Sie war erschöpft und müde. Das Training und die Anstrengung des vergangenen Tages, die Aufregung über Reuss' Angriff und ihre Entblößung. Sie spürte, wie sie immer müder wurde. Unter schweren Liedern musterte sie dem Mann, der ihr gegenüber hockte, seine halbten nackten Arme und Beine. Ob er so groß und warm war, wie er aussah? Sie fühlte sich angenehm und entspannt in seiner Nähe. Seine Anwesenheit erfüllte sie mit wohliger Ruhe und leise Sehnsucht breitete sich in ihr aus. Lee seufzte. Das fröstelnd ignorierend, das kalt ihren Rücken heraufkroch, konzentrierte sie ihren Blick wieder auf seine Finger. Sie hätte niemals erwartet, dass er mit Nadel und Faden umgehen konnte. Wenn sie ehrlich war, hätte sie darauf gewettet, dass er eher der Typ fürs Grobe war. Ihre Augen schlößen sich bis auf einen schmalen Spalt. Während er noch nähte, konnte sie einen Moment dösen. Es würde gar nicht auffallen und sie hatte nichts zu befürchten. Er würde auf sie aufpassen. Sie war hier sicher. Verwirrt hob sie den Kopf und starrte Reuss an, der direkt vor ihr hockte. Offenbar war sie eingeschlafen. Er hielt ihr einen groben, braunen Wollfetzen hin, der sie erst nach einen gefühlten Ewigkeit als ihren Pullover erkannte. Warum hat er ihren Pullover? Wie schlimm ist deine Verletzung? Er fühlte sich schlaftrunken und fassermich benebelt. Als sie ihn ansah, nickte er mit dem Kopf in ihre Richtung und betrachte den Schnitt, der unterhalb ihrer Kehle begann. Sie ließ die Arme sinken, musterte die oberflächliche Wunde, die zwischen ihren Brüsten hindurchführte, und strich mit einem Finger die verkrustete Linie entlang. Nicht so schlimm, erwiderte sie achselzuckend. Es blutet nicht mal mehr. Als er nichts sagte, hob sie den Kopf und bemerkte, dass sie ihren unverhüllten Oberkörper anstarrte. Seine Augen waren dunkel. Den Ausdruck darin musste sie nicht hinterfragen, um instintiv zu wissen, was gerade in ihm vorging. Hitze überrollte sie ihn weg. Ihre Unterlippe zitterte. Die flackernde Wärme, die ihr in die Wangen schoss, breitete sich in Sekundenschnelle in ihren ganzen Körper aus. Sie spürte, wie er atemlich beschleunigte und ihre Haut zu prickeln begann. Von einem Moment auf den anderen hatte sich die Müdigkeit verflüchtigt. Reus hätte schon blind sein müssen, um nicht zu bemerken, wie die Knospen ihrer Brüste fest wurden und sich unter seinem durchdringenden Blick verführerisch aufrichteten. Seine Hand zitterte deutlich, als sie ihr zögerndes Pullover reichte. »Sieh dich an«, verlangte er. Seine Stimme klang brüchig und rau. Er rang offenbar um Fassung, konnte aber auch den Blick nicht von ihr wenden. Sein Starren machte sie nervös und steigerte sich zu einem intensiven Ziehen in ihrem Unterleib. Sie musste ihm einfach nur gehorchen und den Pullover nehmen. Lee streckte den Arm aus. Ihre Finger berührten seine Hand. Sie spürte, wie kochende Lava durch ihre Adern pumpte und der Funke, den die Berührung seiner Haut in ihr auslöste, sich als fauchendes Feuer einen Weg suchte. Er ließ den Pullover fallen und durchbrach in einer einzelnen fließenden Bewegung die kurze Distanz zwischen ihnen. Sie hätte vor Erleichterungen fast laut aufgestöhnt, als er sie an sich zog und ihre empfindlichen Brüste den Stoff seines Hemdes berührten. Warme, sinnliche Lippen, die sich auf ihre legten. Er raubte ihr den Atem und er steckte den euphorischen Säufzer, den seinen Kuss in ihr auslöste. Dem lustvollen Säufzer drängte sie sich an ihn und begegnete seiner gierigen, forschen Zunge mit nicht weniger Ungestüm. Ihre Finger strichen über sein Haar, wühlten sich in die weichen Locken und krallten sich fest. Sie spürte, wie sie seine Hände auf ihren nackten Rücken legten, wie sich seine Finger einen Weg zu ihren Brüsten suchten und sie sanft festhielten. Sie keuchte leise. Als wollte er ihr antworten, drang ein gräulendes Knorren aus seiner Brust. Er trieb sie rücklings auf die Felle, auf denen sie gesessen hatte und sie spürte, wie sie seine ungeduldige Hand in den Bund ihrer feuchten Hose schob. Scham und Lust tobten in ihr. Seine Lippen ließen von ihr ab, als er den Kopf hob. Sie spürte seine Finger, die über ihren Venushügel strichen. Zitternd starrte sie ihn an. Erwartungsvoll und ein wenig ängstlich. Ihre Blicke trafen sich und Lee schnappte keuchendach Luft, als Reus unvermittelt einen Finger in ihr versenkte. Ihr Körper bebte, sie war erfüllt von einem völlig fremden Gefühl. Instinktiv hob sie ihm das Becken entgegen. Es war so fremd, auf diese Weise berührt zu werden. Und dennoch, die Zähne in die Unterlippe gegraben, atmete sie flatternd aus. Es war so schön. Er seufzte enttäuscht, als er sich aus ihr zurückzog und begann, ihre Hose über ihre Hüften nach unten zu schieben. Ein letztes kurzes Aufflackern ihres Verstandes ließ sie halbherzig den Kopf schütteln, doch seine Lippen, die sich nun um ihre Brustwarze schlossen, ließen jeden Gedanken in ihrem Kopf verpuffen. Nie hatte sie sich so lebendig gefühlt. Sie war voller Hitze, voller Gier. Seine Finger hinterließen eine warme Spur an ihren Flanken, glitten über ihre nackte Haut. Er streichelte ihre Taille hinauf, legte seine Hände um ihre Brüste. Hingebungsvoll küßte er ihre harten Brustwarzen und die sanfte Nässe seiner Zunge steigerte das Ziehen in Lies Unterleib. Stöhnt drückte sie den Hinterkopf in die weichen Felle. Ihre Finger krallten sich erneut in seine dunklen Locken und sie presste seinen Kopf auf ihre Brust. Sie hatte nicht geahnt, wie gut es sich anfühlen würde. Ihr lautes Atmen erfüllte die Höhle, als seine Zunge die harte Knuspe umspielte. Wie ein Maler ließ er seine Finger eine unsichtbare Linie über ihren Leib zeichnen. Er streichelte ihre Brüste, strich mit den Daumen über ihren Bauch und umkreiste ihren Nabel. Zärtlich bahnten sie seine Finger einen Weg über ihre Haut. Als er das goldene Dreieck zwischen ihren Beinen berührte, der neut mit zwei Fingern über die feuchte Hautfalten strich, öffnete sie instinktiv ihre Schenkel. Sie glühte vor Lust. Alles in ihr schrie danach, ihn ganz zu fühlen und sich diesem Mann hinzugeben. Berauscht von ihrer eigenen Erregung, dauerte es einen Moment, bis sie den kühlen Luftzug bemerkte, der ihre Haut beruhigte. Reuss hatte sich aufgerichtet. Er hockte zwischen ihrem Bein und sah auf sie hinab. Scham und Wollust waren eine seltsame Kombination. Sie fühlte sich ihm preisgegeben, während er sich hastig sein Hemd über den Kopf streifte und fühlte sich gleichzeitig so stark und unbesiegbar wie noch nie in ihrem Leben. Sein breiter Brustkorb war von einer feinen Schicht dunkler Haare bedeckt, die sich nach unten hin verjungte. Als er die Hose von seinen Hüften schob, sandte der Anblick seines erregten Korpers ungeahnte Wellen durch ihren Leib. Muskeln, von deren Existenz sie nicht einmal etwas geahnt hatte, kontrahierten zwischen ihren Schenkeln. Als er noch das letzte Stück Stoff von sich warf, setzte sie sich auf und griff nach ihm. Er erstarrte und blickte fast ungläubig auf sie herab, als sie begann, sein Fleisch zu streicheln. Unter halb gesenkten Lidern beobachtete sie seine Reaktion. Er sah merkwürdig aus, verwirrt irgendwie. Sie hatte es noch nie getan. Mochte er es? Lee war irritiert. Vielleicht gefällt es ihm nicht. Sie wusste nicht, ob das, was sie sich herausnahm, wirklich wünschenswert war. Sie kannte sich nur eine Theorie aus. Soll ich aufhören? fragte sie verunsichert. Wortlos schüttelte er den Kopf und warf ihr einen geradezu auffordernden Blick zu. Offenbar gefiel es ihm doch. Mutig geworden durch seine erregten Gesichtsausdruck begann sie ihn zu massieren und zu streicheln. Sie sah seine Bauchmuskeln, die sich anspannten und spürte das warme Pulsieren zwischen ihren Fingern. Die Augen geschlossen, kniete er vor ihr und ließe gewähren, als ihre Finger sein Glied umschlossen. Forsch burgte sie sich vor und leckte sanft mit ihrer Zunge über die Spitze, auf der ein glitzernder Tropfen thronte. Sie war überrascht. Seine Haut war so zart. Ganz glatt an der Eichel und samtig weich der feste Schaft zwischen ihren Fingern. Er schmeckte salzig, ein wenig bitter, aber nicht unangenehm. Neugierig betrachtete sie ihn. Die dunkelrote Spitze, der Wulstigranz seiner Vorhaut, die sich unter der Eichel aufgerollt hatte, der Schaft mit den hervortretenden Adern. Er war wirklich schön. Und er gehörte ihr. Reus keuchte hörbar auf, als sie Lippen um die warme Spitze schloss. Hitze erfasste sie, während sein Fleisch ihren Mund füllte. Fast schon grob griffen seine Finger in ihr kurzes Haar und kreilten sich darin fest. Seine Nasenflügel bebten, als sie zu ihm aufschaute. Er sah fast schon wütend aus, aber seine Bewegungen waren nicht schmerzhaft, nur bestimmt. Leih! Seine Stimme war tonlos, nur ein heiseres Flüstern. Er zog ihren Kopf zurück und widerwillig löste sie ihre Lippen von ihm. Er drückte sie in die Felle. Sein Blick huschte einen Moment forschend über ihren nackten Körper und sie fühlte sich ihm auf eine angenehme Weise ausgeliefert. Dann senkte sie seinen Körper auf ihren. Ein überwältigendes Gefühl, endlich seine heiße Haut an ihrer zu spüren, zu fühlen, wie sein Gewicht sie in die Felle drückte und seine Erektion sich schwer an ihre feuchten, weichen Lippen schmiegte. Instinktiv spreizte sie ihre Schenkel und drückte ihre Schambeine gegen seines. Mit leicht geöffneten Lippen starrte sie ihn an. In ihrem Kopf war kein Platz mehr für Vernunft oder Scham. Nie war ihr so bewusst gewesen wie jetzt, dass sie vom ersten Moment an nur diesen Mann gewollt hatte. Sie war der Erfüllung ihrer Träume näher denn je. Ihre Hände wanderten über seine Schultern und ihre Augen folgten ihm. Er hatte eine schöne glatte Haut, die hier und da von Nahem durchbrochen war. Vielleicht würde er ihr irgendwann die Geschichten vielleicht würde er ihr irgendwann die Geschichten dazu erzählen. Sie lächelte verklärt. Ein sanfter Kuss ließ sich die letzten Gedanken in ihrem Kopf verflüchtigen. Gewaltig drängte er sich zwischen ihre Schenkel und sie spürte, wie seine Eiche sich sanft aber bestimmt zwischen ihren Schamlippen drückte. Das Ziehen in ihrem Unterleib vervielfachte sich und Hitze breitete sich in ihren ganzen Körper aus. Seine Hände legten sich auf ihre Brüste und er strich mit den Fingern über die harten Knospen. Quälend langsam drang er eine Winzigkeit in sie ein. Hitze strömte aus jeder Pore und schien ihren ganzen Körper zu verflüssigen. Lee stöhnte und hob ihm das Becken entgegen. Reus' Lippenlieb kosten ihren Mund, seine Zunge begann sinnlich ihre eigene zu umkreisen. Er verharrte in ihr nur für einen Augenblick und zog sie schließlich aus ihr zurück. Sie schnappte nach Luft. Die Muskeln in ihren Unterleib spielten verrückt und sie begann zu zittern. Er lächelte an ihren Lippen, hob den Kopf und sah sie an. Seine Finger glitten zwischen ihre Schenkel, streichelten zärtlich über die Nässe ihrer Hautfalten. Sie seufzte laut. Noch nicht, flüsterte er rau, küßte sie auf die Wange und ließ seine Lippen an ihrem Hals entlang gleiten. Als er eine Stelle unter ihrem Ohr berührte, zuckte sie zusammen. Es war, als würde ein Stromstoß durch ihren Körper jagen. Unter blinzelnden Lidern bemerkte sie, wie er sie forschend musterte und nach einem kurzen Blick in ihr erhitztes Gesicht mit seiner Zunge über die gleichen Stelle strich. Gänsehaut überzog ihren ganzen Körper. Bitte. Sie stöhnte laut auf. Was möchtest du? fragte er leise. Ihre Finger wanderten von seinen Schultern über seinen Rücken und blieben schließlich auf seinem gut geformten Hinterteil liegen. Vorsichtig vergrub sie die Fingernäge in seinem Fleisch und zog ihn an sich. Sag mir, was ich tun soll, raunte er heise an ihrem Ohr. Er schob sich wieder näher und sie spürte die dicke Spitze seines Gliedes, die sich verführerisch zwischen ihre Schamlippen presste und bewegungslos verharrte, ohne in sie einzudringen. Ihre Wangen brannten. Ich will dich in mir, hauchte sie kaum wahrnehmbar. Er hielt ihren Blick fest. Groß und fest drängte er sich zwischen ihre Lippen. Er füllte sie mit der Wärme seines Fleisches und glitt weiter in sie hinein. Nur eine Winzigkeit, die Lee hemmungslos aufstöhnen ließ. Es war ein ebenso fremdes wie vertrautes Gefühl, ihn zu spüren. Überrascht starrte sie ihn an, als ihre Muskeln sich um ihn schlossen und ihm am weiteren Vordringen zu hindern versuchten. Ein erregendes Kräftemessen, das die Hitze in ihr um ein Vielfaches steigerte. Ihre Beine zitterten und ihre Fingernägel krallten sich in seine Hinterbacken. Sie beobachtete ihn erregt und einem weiteren Grollen das Tief aus seiner Brust kranken Griffe nach ihren Schultern. Sein Blick hielt sie fest und sein Becken zuckte mit einem einzigen harten Stoß nach vorn. Sie zuckte kurz zusammen, als er auf dem winzigen Widerstand in ihrem Innern stieß und ihn durchbrach. Angstvoll presste sie die Augen nieder aufeinander. Es brannte und gleichzeitig füllte sie so vollständig aus, dass sie schwindelte. Keuchend klammerte sie sich an ihn, unschlüssig, ob sie vor Glück weinen oder vor Schmerz aufheulen sollte. Ihr Innerstes schmiegte sich eng um die erregende Härte seines Fleisches. Als sie die Augen aufschlug, sah die Bestürzung aus seinem Gesicht. Er verharrte bewegungslos über ihr und der kurze Schmerz verging so rasch, wie er gekommen war. Wärme breitete sich in ihr aus. Mit einem verlegenen Lächeln legte sie eine Hand auf seine Wange. Mach weiter, flüsterte sie atemlos. Seine Nasenflügel bebten, als er sich ein Stück aus ihr herauszog und erneut in sie eindrang. Seine Beine drückten sich gegen die Innenseite ihrer Schenkel. Sein Becken traf auf Iris und er war so tief in ihr, dass es fast schon unangenehm war. Schwer atmend versuchte sie, die unzähligen, verwirrenden Empfindungen zu erfassen, die auf sie niederprasselten. Der sanfte Schmerz, den sein langsames Vordringen in ihr auslöste. Die Lust, die es mit sich führte. Die Hitze, die sie von innen regelrecht zu verbrennen schien. Sie spürte seine Haut an ihrer, heiß und feucht. Feine Schweißtropfen bildeten sich auf seiner Stirn. Sein Blick war konzentriert auf ihr Gesicht gerichtet, während er sich abermals aus ihr zurückzog. Seine Arme zitterten und sie erkannte, dass er ihr zuliebe seine eigene Gier zügelte. Sie fühlte sich wie bei ihrem ersten Dring zu viel, berauscht und schwindelig. Nein, das war besser, intensiver und zu viel klarer. Mit einem Lächeln vergrub sie die Finger in seine Haare und zog seinen Kopf zu sich herunter. Als ihre Lippen sich berührten, schloss sie die Augen und ließ sich von der Welle aus Euphorie und Glück davon treiben. Sein Mund presste sich brennt auf ihren. Seine Hände schoben sich unter ihren Rücken und drückten sie an seinen großen, starken Körper. Lee fühlte sich schwerelos und leicht. Haut an Haut, Hitze und Feuer. In ihrem Unterleib entzündeten die Flammen ein wildes Inferno, während sein Atem im Rhythmus seiner tiefen Stöße ihre Haut streifte. Unanständige, schmatzende Geräusche und das nasse Klatschen ihrer aufeinandertreffenden Körper erfüllten den felsigen Raum um sie herum mit obszönen Echos. Seine Zungen strichen über ihre Lippen, ehe er sanft daran knabberte. Als sie die Augen aufschlug, begegnete sie seinem sinnlichen Blick. Sie starrten aneinander an, während seine Bewegungen sich steigerten, seine Stöße immer heftiger und schneller wurden. Eine unangenehme, brennende Hitze vermischte sich mit einem heftigen Ziehen in ihrem Unterleib. Ihre Fingernägel gruben sich in seine Pobacken. Sie zitterte. Etwas geschah mit ihr, das sie nicht verstand. Etwas, das ihren Verstand auslöschte und sie in zuckendes Fleisch verwandelte. Unartikulierte Laute von sich gebend, verkrampfte Reus sich plötzlich und drückte sie so fest zu Boden, dass es wehtat. Sein Körper spannte sich, seine Finger gruben sich in ihre Oberarme und sie konnte spüren, wie er in ihr anschwoll. Flüssige Wärme breitete sich in ihren Unterleib aus. Bebend klammerte sie sich an ihn. Für einen letzten Augenblick schien sie regelrecht zu zerreißen. Dann sackte Reus über ihr zusammen und blieb schwer atmend auf ihr liegen. Sie spürte, wie die Festigkeit seiner Erektion verschwand und warmer Nässe Platz machte. Seine Lippen strichen über ihre verschwitzte Haut. Lee atmete tief ein und starrte einen Moment an den Fels über sich. Sie fühlte sich warm und geborgen. Es war wunderschön gewesen. Doch sie spürte, dass sie nicht das gleiche Ziel erreicht hatte wie er. Nur langsam ließ der Rausch nach, der sie gefangen gehalten hatte und sie versank in dämmeriger Schläfrigkeit. Fünftes Kapitel Die Höhlen in den Rogue Hills Sirewan im Nebelung Anno 1585 Schweratmet vergrub er sein Gesicht in ihre Halsbeuge und kam nur langsam wieder zur Besinnung. Nach und nach sickerte in seinem Verstand, was seine Lust zuvor verdrängt hatte. Tief soog er ihren Gruch in sich auf, ehe er den Kopf hob und in ihr erschöpftes Gesicht sah. Aus großen, leuchtenden Augen erwiderte sie seinen Blick. Eine innige Vertrautheit lag darin, gepaart mit verlegener Scheu, die so gar nicht zu dem passte, was sie eben noch geteilt hatten. Ihre Hand hob sich und sie wollte ihm offenbar eine Strähne aus dem Gesicht streichen. Reus hielt ihre Finger fest. Stumm, den Kopf schüttelnd, zwang er sich dazu, sich hochzustemmen und ihren warm, weichen Körper zu verlassen. Als er sich ein Stück von ihr entfernt hatte, ließ sie irritiert die Hand senken. Imen ging nicht der verletzte Ausdruck in ihrem Gesicht, während er sich wortlos auf die Felle setzte. Er drehte ihr den Rücken zu und fuhr sich mit beiden Händen durch die Haare. Nach diesem wunderbaren Moment, den sie miteinander geteilt hatten, war sein Verhalten vermutlich wie ein unerwarteter Bottich voll kaltem Wasser für sie. Aber er verwirrt, zutiefst verwirrt. Er konnte hören, wie sie sich aufsetzte. Aus dem Augenwinkel sah er, wie sie die Knie anzog, mit den Armen umschlang und ihn unsicher musterte. Sie verzog nervös den Mund. Reus spürte, dass sie sich um Fassung bemühte und ihm gegenüber keine Schwäche zeigen wollte. Ein Reus-Bahn erklang, ehe sie ihre Stimme so weit unter Kontrolle gebracht hatte, dass sie die Frage stellen könnte, die erscheinbar auf der Zunge brannte. Habe ich etwas falsch gemacht? Reus' Kopf fuhr zu ihr herum und ein ärgerlicher Blick traf sie. Im gleichen Moment tat ihm sein Verhalten schon wieder leid. Sie sah so verletzlich aus, wie sie ihm da gegenüber saß. Seine Züge glätteten sich ein wenig und er wandte sich ihr ganz zu. Es fiel ihm schwer, ihr in die Augen zu sehen, wenn sie so nackt vor ihm saß. Sein Körper reagierte wie von selbst auf diese Nymphe und bei allem, was ihm heilig war. Er wollte nichts mehr, als sie noch einmal zu besitzen. Am Morgen noch hat er sie für einen Mann gehalten. Er hatte sie trainiert und war ja gegenüber alles andere als simperlich gewesen. Als würde das seinem Gewissen nicht schon genug zu schaffen machen, hat er nun auch noch die Kontrolle über sich selbst verloren. Nein, erwiderte er kopfschüttend. Dennoch hätte ich mir nicht nehmen dürfen, was mir nicht zusteht. Lee schüttelte sichtlich verwirrt den Kopf. Ich verstehe nicht. Seine dunklen Augenbrauen zogen sich zusammen und er runzelte die Stirn. Bei den Göttern war sie wirklich so naiv. Lee, du bist doch Jungfrau. Sie sah ihn nur verständnislos an und erwiderte seinen bohrenden Blick mit zusammengezogenen Brauen. Reus seufzte. Wie sollte er ihr erklären, welche Konsequenzen das mit sich führte, wenn sie sich offensichtlich nicht bewusst darüber war, welcher Schmach er über sie gebracht hatte? Warum nur war sie so anders? Sie hatte sich gegeben wie eine Frau voller Wissen und dann stellte sich heraus, dass sie unberührt gewesen war. Wenn er doch nur mehr über sie wüsste. Er brauchte endlich Klarheit, wer sie war und woher sie kam. Wie alt bist du? Ich bin nicht sicher. 24 oder so, glaube ich. 24? Das ist bemerkenswert, stellte er konsterniert fest. In diesem Alter sind die meisten Frauen schon verheiratet. Er holte tief Luft und straffte die Schultern. Sein Blick huschte über ihre nackte Gestalt. Er fühlte sich zerrissen. So sehr er sich für das, was er getan hatte, selbst verfluchte, so sehr wollte er sie an sich ziehen, um es zu wiederholen. Verärgert konzentrierte er seinen Blick auf ihr Gesicht. Ich bin 13 Jahre älter als du. Ich werde meiner Verantwortung dir gegenüber nachkommen. Sobald wir zurück sind, werde ich diese Angelegenheit in Ordnung bringen. Er räusperte sich umständlich. Es tut mir leid, was ich getan habe. Sie schluckte zwei oder drei Mal und er wollte schon aufstehen, als sie sich erneut räusperte. Mir nicht, flüsterte sie schließlich mit spröder Stimme. Ihre Wangen leuchteten hellrot und sie wich immer wieder verschämt seinen Blick aus. Es war sehr schön. Mit geblähten Nasenflügeln starrte er sie an. Was sagte sie denn da? Das Beben in seinen Länden wurde stärker. Habe ich dir nicht wehgetan? Wollte er leise wissen. Lee schüttelte den Kopf. Als er nichts weiter sagte, hob sie den Blick und sah ihn an. Seine Finger hoben sie wie von selbst zu ihrem Gesicht und zeichneten die Konturen ihrer Augenbrauen nach. Dann wanderte er mit dem Daumen über ihre Lippen, die sich unter dem sanften Druck leicht öffneten. Sie fuhr mit der Zungenspitze über die Unterlippe. Er hörte das Blut in seinen Ohren rauschen. Er hatte schon genug Schaden angerichtet. Frustriert seufzte er auf, schüttelte den Kopf und stand auf, um sich anzukleiden. Es war ein Fehler gewesen, sich auf diese Weise zu nähern, ganz gleich, wie sehr sie ihn ebenfalls gewollt hatte. Er hatte sie für einen Burschen gehalten. Er war im Grunde voller Erleichterung gewesen, als er feststellte, dass er auch nach jahrelanger Abstinenz immer noch Frauen bevorzugte. Aber sie war Jungfrau. Sie war rein gewesen. Die Tatsache, dass sie in diesem Alter noch nicht verheiratet war, konnte nur eine Bedeutung haben. Sie stammte aus guter Familie und er hatte sie entehrt. Zieh dich an, meinte er, als sie ihn mit einem kühlen Blick musterte, in dem kaum verhohlen Enttäuschung lag. Wir müssen unser Training fortsetzen. Eilig verließ er die Höhle und zog es vor, barfuß durch den kalten Schnee zu stapfen, um sich an dem Weiher das Gesicht zu waschen. In ihrer Anwesenheit traut er nicht einmal mehr sich selbst. Was eben geschehen war, sprach er eine deutliche Sprache dafür, dass er sich nicht im Griff hatte. Wenn er noch eine Sekunde länger in ihrer Nähe bliebe, würde er es wieder und wieder tun und sie nehmen, bis sie nicht einmal mehr in der Lage wäre, zu sitzen. Hastig grabschte Lee nach ihren Kleidern und bedeckte ihren rasch abkührenden Körper mit dem groben Wollstoff, der immer noch nicht richtig getrocknet war. Sie kämpfte mit den nagenden Enttäuschungen, die sich ihr breitmachte. Mit ihm zu schlafen war wunderschön gewesen. Kein anderer hätte ihr das gegeben und sie bereute nicht eine Sekunde lang, dass er es war, der sie zur Frau gemacht hatte. Verdammt, warum jetzt noch trainieren? Sie war müde und erschöpft. Sie wollte schlafen. Er hatte schlafen wollen. Aber angesichts der merkwürdigen Stimmung, in der er sie verlassen hatte, wollte sie ihm nicht widersprechen. Ihr war nicht entgangen, dass er wieder erregt gewesen war, als er aufstand und sich anzog. Sie begriff nur nicht, warum er sich lieber erneut mit Holzschwertern duellierte, statt das zu wiederholen, was ihm doch offenbar auch gefallen hatte. Natürlich war ihr bewusst, dass er gerade der erste Mann in ihrem Leben gewesen war. Sie hatte allerdings einen Moment benötigt, um zu begreifen, was dieser Umstand für ihn bedeuten mochte. In ihrer Zeit ging man wesentlich sorgloser mit der eigenen Jungfräulichkeit um. Es war kein kostbares Gut, dass es bis zur Hochzeit zu bewahren galt. Mit einem Lächeln zog sie sich den kratzigen Pullover über den Kopf. Sie hatte nur deshalb noch nie zuvor mit einem Mann geschlafen, weil ihr keiner so gefallen hatte wie er. Lieber war sie Single geblieben, als mit jemandem zusammen zu sein, der für sie nur ein guter Freund gewesen wäre. Sie hatte immer auf diesen besonderen Moment gewartet, in dem sie wusste, diesen oder keinen. Ihr Lächeln vertiefte sich. Sie schmeckte immer noch seine Lippen auf ihrem Mund und genoss die Erinnerung an das Gefühl, wie er in ihr gewesen war. Sie hatte nicht geahnt, wie schön es sein konnte und sie bezweifelte, dass ihr ein Mann ihrer Zeit dieses besondere Erlebnis hätte schenken können. Mit ihm zu schlafen war unglaublich und sie fühlte sich, als könnte sie Bäume ausreißen. Allerdings befürchtete sie, dass Reus es nicht so rasch auf eine Wiederholung würde ankommen lassen. Für sie hätte es kein schöneres erstes Mal geben können und sie hoffte, trotz seiner Verbohrtheit, dass es nicht bei diesem einen Mal blieb. Widerwillig warf sie sich eines der Fälle über, die sie warm halten sollte und nahm das Holzschwert an sich. Ihr blieb keine andere Wahl, als sich zu fügen. Zugegeben, sie war doch etwas peinlich berührt über ihr eigenes Verhalten, das sie an den Tag gelegt hatte. Aber wenn sie ehrlich war, hatte nichts davon leid. Sie hätte es wieder gewagt, doch der Knackpunkt war, ob Reus sie von sich stieß, wenn sie sich ihm aus eigenem Antrieb näherte. Sie wollte keine Zurückweisung. Als sie aus der Höhle in die dunkle Nacht hinaus trat, hatte Reus einen Kreis im Schnee gezogen. Er war immer noch barfuß, scharrte mit den Zähnen über den kalten Boden und gab ihr ein Zeichen, ihm gegenüber Stellung aufzunehmen. Ihren fragenden Blick auf seine bloßen Füße ließ er unbeantwortet. Stattdessen griff er sie unversehen an, kaum, dass sie ihren Platz erreicht hatte. Mit einer fließenden Bewegung wich sie ihm aus, drehte sich um die eigene Achse und schlug ihm das Schwert gegen den Rücken. Er wirbelte herum und flankte auf sie zu. Als sie versuchte, einen Haken zu schlagen, prallte er mit seinem vollen Gewicht gegen sie und riss sie von den Füßen. Sie schlug mit solcher Wucht rücklings auf den Boden auf, dass es ihr die Luft aus den Lungen presste. Sie keuchte und rang für einen Moment verzweifelt nach Sauerstoff, ohne wirklich atmen zu können. Unterdessen sprang er auf und sein Holzschwert legte sich über ihre Kehle. Ihr schwindelte und zwischen den bunten Lichtpunkten vor ihren Augen erkannte sie ein freches Grinsen, während er auf sie hinabsah. Obacht, Lee, das wäre dann tot. Unterschätze niemals deinen Gegner. Sie antwortete nicht, sondern schlug das Schwert von sich, rollte auf die Seite und hustete haltlos, als endlich wieder Luft in ihren Lungen strömte. Seine Miene wirkte fast ein wenig besorgt, als er sie prüfen musterte. Mit einem Ruck zog er sie vom Boden hoch und richtete sie auf. Lee rang noch immer nach Atem, doch es wurde merklich besser, nun, da sie stand. Sein Blick war grimmig und nicht zum ersten Mal verspürte sie so etwas wie trotzige Wut in sich aufsteigen. Vorsorglich senkte Lee das Kinn auf die Brust. Er musste nicht in ihrem Gesicht lesen, was sich in ihrem Kopf abspielte. Wäre dir das in der Gegenwart eines Gegners widerfahren, hätte er dir die Kehle durchgeschnitten, warf Reus ihr vor. Sie funkelte ihn zornig an, als sie den Kopf hob. Ihr war bewusst, dass ihre Reaktion ihn überraschte. Bislang war sie eher ruhig und zurückhaltend gewesen. Er war der Lehrer, sie die Schülerin. Was Reus sagte, war Gesetz. Aber sie hat die Nase voll von seinen Gesetzen. Er stutzte merklich und Lee spürte so etwas wie Befriedigung, ihn auf diese Weise zu irritieren. Nicht nur die letzten Tage hatten etwas in ihr verändert. Mit ihm zu schlafen, hatte Emotionen in ihr ausgelöst, die sie gern geteilt hätte. Sie fühlte sich überfordert und alleingelassen. Und das machte sie wütend, weil er so lieblos damit umging. Dann werde ich wohl weiterüben müssen, damit mir das nicht noch einmal passiert, gab sie zurück. In ihrer Stimme lag ein drohender Unterton. Dass sich plötzlich Belustigung in seinem Gesicht breitmachte, schürte ihren Ärger zusätzlich. Ohne ihr Zeit zum Erholen zu geben, griff er sie erneut an. Doch dieses Mal machte sich das vorausgehende Training trotz ihrer Erschöpfung endlich bezahlt. Sie parierte seinen Angriff und ging nun auf ihn los. Mochte sie unangeachtet ihrer hochgewachsenen Gestalt zwar kaum über die Kraft eines Mannes verfügen, so waren ihre Schläge dennoch hart und jeder Einzelne traf sein Ziel. Ihr blieb keine Zeit, sich über sich selbst zu wundern, denn nachdem sie minutenlang verbissen gekämpft hatten, war Reuss für einen Augenblick unaufmerksam. Während sein Schwert mit einem surrenden Geräusch über ihrem Kopf durch die Luft schnitt, ging sie in die Knie, streckte ein Bein vor und riss ihm beide Füße gleichzeitig weg. Der Länge nach schlug er neben ihr in den Schnee. Lee sprang im gleichen Augenblick schon auf seinen Brustkorb. Sie war am Ende ihrer Kräfte und wenn er ihr nur noch einen Schlag versetzte, würde sie einfach umfallen und nicht mehr aufstehen. Einen Fuß auf sein Schwert arm gestellt und ihn damit entwaffnend, legte sie ihm das eigene Schwert in die Kehle und sah ihn mit erhitzten Wangen an. Unterschätze niemals deinen Gegner, wiederholte sie seine großspurigen Worte von vorhin. Reuss grinste, ließ sein Schwert los und packte ihren Fuß. Zu spät begriff sie, was er plante. Mit einem zornigen Aufschrei landete sie rücklinks im kalten Nass und Reuss drückte sie mit seinem Gewicht auf den Boden. Sie fluchte wenig darmhaft und starrte ihn wütend an, während sie sich wie eine Schlange unter ihm wand, um seinen Griff zu entkommen. Schachmatt, bemerkte er rau. Seine Finger strichen über ihre Wange und sein Blick ließ sie von einem Moment auf den anderen vergessen, dass sie eben noch trainiert hatten. Ihr Herz raste. Als er den Kopf senkte, um ihren Mund mit seinen Lippen zu verschließen, entrang sich ihr ein erleichterter Seufzer. Reuss lachte leise. Sein Atem strömte warm in ihrem Mund und ihr Blut pulsierte aufgeregt durch jede Ader ihres Körpers. Flüssiges Glück breitete sich wohlig wärmend in ihr aus und ließ sie die Enttäuschung vergessen, die sich in der letzten halben Stunde in Wut verwandelt hatte. Er war immer noch bei ihr. Er wollte sie. Unbeachtet ließ sie ihr schwer zu Boden rutschen, fuhr mit den Händen in reuesten Nacken und hielt ihn fest. Unter ihnen schmolz der Schnee und Lee spürte, wie sich seine Erektion durch den dicken Stoff ihrer Kleidung gegen sie presste. Als er seine Lippen von ihr löste, um sich zu erheben, hätte sie vor Frustration fast aufgeschrien. Doch statt wie erwartet wieder Abstand zu ihr zu suchen, zog Reuss sie mit sich auf die Füße und folgte ihm in die Höhle. Er ließ ihre Finger los, ging zu der Feuerschale hinüber und war voll in die fast heruntergebrannte Glut. Vorlegen blieb sie stehen, wo sie war, trommelte mit ihren Fingern und beobachtete nervös sein Treiben. Schließlich drehte er sich zu ihr um und starrte sie im Halbdunkeln an. Ohne seinen Blick von ihr zu lösen, griff in den Ausschnitt seines Hemmnes und begann es, sich über den Kopf zu ziehen. Fasziniert beobachtete sie das Spiel seiner gewaltigen Muskeln und sah mit wachsender Neugier dabei zu, wie er den Gürtel seiner Hose löste. Der Stoff glitt über die schlanken Hüften nach unten. Was sie schon abgezeichnet und gegen sie gedrückt hatte, reckte sich ihr nun voller Verlangen entgegen. Lee spürte die Hitze, die sich in ihrem Schoß ausbreitete, während sie ihn betrachtete. Das lodernde Feuer warf einen warmen, goldenen Schein auf seine nackte Haut und zeichnete die Konturen seines Körpers nach. Sie konnte kaum glauben, dass er bereit war, all das erneut mit ihr zu teilen. Es war so unglaublich schön. Zieh dich aus, raunte er ihr zu. Sie schnappte hörbar nach Luft und begegnete seinem Blick. Verlangen lag in seinen Augen, und ein sinnliches Versprechen. Ohne ihn aus den Augen zu lassen, zog sie sich den Pullover über den Kopf und hörte ihn scharf einatmen, während er ihre nackten Oberkörper betrachtete. Den Kopf gesenkt, warf sie ihm unter schweren Lidern ein, wie sie hoffte, begehrlichem Blick zu, während sie die Kordel löste. Ihre Hose rutschte zu Boden und sie stieg heraus. Fast schon ein wenig erstaunt sah sie, wie sein Körper abermals auf ihren Anblick reagierte und spürte plötzlich die Macht, die sie über ihn hatte. Ihre Brustwarzen verhärteten sich und sie sah abwartend den Mann an, der zwei Schritte von ihr entfernt stand und sie wortlos musterte. Gänsehaut bildete sich auf ihren Arm, als der Wind in die Höhle einfuhr und über ihren Körper strich. Ganz langsam setzte Reuss sich in Bewegung, kam zu ihr herüber und blieb vorher stehen, ohne sie zu berühren. Aus dunklen Augen sah sie zu ihm auf und spürte, wie sie zu zittern begann. Hast du Angst? Wollte er mit leiser Stimme wissen. Sie schüttelte den Kopf. Warum zitterst du dann? Mir ist kalt, entgegnete sie heiser. Er nickte kaum wahrnehmbar und senkte den Kopf und begann sie zu küssen. Es war nicht so wild und ungestüm wie beim letzten Mal. Seine Zunge strich sanft über ihren Mund, schien ihren Geschmack kosten zu wollen und jeden Winkel zu erkunden. Sie spürte, wie seine Finger nach ihren kalten Händen griffen und sie auf seine Brust legten. Das Haar kitzelte und sie strich über seinen breiten Brustkorb. Seine Haut war warm und weich. Seine Lippen lösten sich von ihren Mund. Der sanfte Druck seiner Finger ließ sie den Kopf zur Seite legen und abermals begann er, die Stelle unter ihren Ohren zu liebkosen. Lächelnd schloss Lee die Augen. Ganz gleich, was er mit ihr tat. Hauptsache, er hört nie wieder damit auf. Reus hob den Kopf und betrachtete sie stumm, während seine Finger über ihre nackte Haut strichen. Im Gegensatz zu den anderen Frauen von Sirewan war Lee sehr groß. Schmal gebaut zwar, doch mit einladenden Hüften und wohlgeformten Proportionen. Ihre Brüste waren weich und fest, die passende Größe für seine Hände und nicht länger eingequetscht unter einem Tuch. Ihre Knospen reckten sich ihm begehrlich entgegen und vor Sonnen strich er mit beiden Daumen darüber. Es erregte ihn zu sehen, wie ihr Brustkorb sich beim Atmen hob und ihr Körper von sanfter Röte überzogen wurde. Reus zog sie näher. Er wollte ihre nackte Haut spüren, ihren Duft riechen und die Hitze fühlen, die sich in ihr ausbreitete. Sie bewegte sich deutlich erregt, als sein warmer Körper sich an ihren kalten, nackten Leib drückte und seine harte Erektion gegen ihren Bauch drängte. Ihre Hand rutschte nach unten und ihre Finger schloss nicht fast schon begierig um sein pochendes Glied. Für einen Moment rang er nach Luft. Eine Frau wie sie hat er noch nicht erlebt. Als sie ihn zu massieren begann, schoss ihm das Blut in die Lenden, sein Becken zuckte nach vorn. Er wollte sie so sehr, dass er schmerzte. Wie konnte eine junge Frau so leidenschaftlich und strebsam sein? Woher wusste sie ihm solche Wunden zu bereiten? Lieber anders, als die Frauen seiner Welt es sonst waren. Nicht schüchtern und zurückhaltend, nicht pikiert über etwaige Wünsche, die er noch nicht einmal geäußert hatte. Zumindest nicht, was diesen Teil ihres Lebens betraf. Er fühlte sich beglückt, dass er der erste Mann zwischen ihren Schenkeln war. Kein wertvolleres Geschenk hätte sie ihm übergeben können. Ihre Lieder hoben sich flatternd und sie blickte ihn geradezu ermutigend an, als wollte sie ihn auffordern, sich ganz ihrer weichen Händen hinzugeben. Reuss verkniff sich ein Lächeln. Ja, sie war anders. Der Gedanke, sich rasch in der Erleichterung zu verschaffen, mehr als verlockend. Aber er wollte alles von ihr. Ihr erstes Mal war schnell gewesen, voller Leidenschaft und Übermut. Dieses Mal sollte es für sie unvergesslich werden. Den Kopf gesenkt, fuhr mit der Zungenspitze über ihren Hals. Diese Stelle, die sie besonders zu stimulieren schien, wurde ihm zunehmend vertrauter. Ein Zittern überlief ihren Körper, der bemerkte, wie sich die Herrchen auf ihren Armen aufrichteten. Reuss drehte sich mit ihr um, schob sie zum Feuer hinüber und drängte sie auf die Lagerstadt aus Fellien ab. Fast schon willenlos legte sie sich hin und warf ihr mit fieberigem Blick zu. Genüsslich machte er sich neben ihr bequem und zeichnete unsichtbare Kreise auf der hellen, weichen Haut ihrer Brüste. Langsam strich er mit zwei Fingern über den dunklen Hof ihrer Knospen und beobachtete aufmerksam, wie die Spitzen sich ihm erregt entgegenhoben. Liebe weckte sich voller Unruhe und Reuss verkniff sich ein Grinsen. Sacht beugte er sich über sie und umschloss eine der harten Brustwarzen mit seinen Lippen. Hingebungsvoll fuhr er mit der Zunge darüber, zog sie zwischen seine Zähne und saugte sanft daran. Ihr kehrliches Stöhnen klang eindeutig lüstern. Unter halbgesenkten Lidern sah sie ihn an, ihre Hände berührte sein Gesicht und ihre Finger legten sich auf seine Wange. Für einen Moment wurde Reuss von einer solchen Welle widersprüchlicher Gefühle überrollt, dass es ihm kurz den Atem verschlug. Er hatte jegliche Art von Zuneigung tief in sich vergraben, seit man damals seine Frau und seinen Sohn brutal erschlagen am Tor des Burgweils vorgefunden hatte. Er hatte es nicht verdient, glücklich zu sein. Doch nun durchbrach lieh diese Mauer im Augenblick eines Wimpernschlages und griff nach seinem Herzen. Widerstand regte sich in ihm. Reuss senkte den Kopf und legte die Stirn an ihre Brust, sorgsam darauf bedacht, ihr keinen Einblick in sich selbst zu gewähren. Seine Finger gruben sich in ihre Schultern und er presste sie wenig zärtlich mit seinem Gewicht auf den Boden. Plötzlich war er wütend. Es war so ungerecht. Er wollte sie nehmen und nie wieder loslassen und sie ganz und gar seiner Macht ausgeliefert sehen. Sie sollte ihm gehören, nicht umgekehrt. Wäre er noch der gleiche Mann wie vor zehn Jahren, hätte dem Ansturm an Gefühlen, den sie in ihm auslöste, nur zu gern nachgegeben. Aber er war nicht mehr der Reuss von einst. Er war nicht der naive Borsche, der das große Glück vertraut hatte. Er konnte sein Herz nicht mit einbeziehen. Er wollte ihren Körper. Er wollte sie besitzen und jederzeit Anspruch auf sie erheben, aber er wollte keine Gefühle. In seinem Leben gab es keinen Platz für Zuneigung. Lees Finger glitten in seinen Nacken. Liebevoll, suchend und fast schon beschwichtigend strich sie über seine Haut, als wartete sie auf eine Erklärung für seine plötzliche Anspannung. Sie spürte offenbar, dass etwas nicht stimmte, aber sie bedrängte ihn nicht. Reuss hob den Kopf und musterte sie. Ihr Blick war klar wie ein Bachlauf im Sommer und für einen Moment schien er sich regelrecht daran zu verlieren. Es wäre so einfach, diesem endlos scheinen Abgrund nachzugeben und loszulassen. Es wäre so einfach, das zu nehmen, was sie ihm so vorbehaltslos schenkte. Er schluckte. Sie war wunderschön und sie hatte so viel Besseres verdient, ganz gleich, wer sie war. Seine Augenbrauen zogen sich zusammen und gerade, als er sich hochstellen wollte, um diesen erneuten Treiben an Ende zu bereiten, griff sie mit beiden Händen sein Gesicht, zog seinen Kopf zu sich und berührte seinen Mund mit ihren Lippen. Seufzten Schlange ihr die Arme um den Leib und zog sie an sich. Er genoss es, wie sich ihr Busen an seine behaarte Brust schmiegte, wie ihre Zunge neugierig seinen Mund erforschte und ihr Becken sich ihm so bereitwillig entgegenhob. Sie ließ ihn vergessen, was er eigentlich nicht tun wollte. Mit ihr fühlte sich sein Leben plötzlich wieder gut an, vollständig und perfekt. Lieber weich und willig, sie war nicht abgestoßen von ihm. Sie zu berühren war neu und doch so vertraut. Eine Erfahrung, die ihn verwirrte und die er dennoch über alle Maßen genuss. Es war für ihn unfassbar, dass sie sich ihm mit der gleichen Leidenschaft hingab, die auch er empfand. Ihre Hände glitten über seinen Körper, strichen seinen Rücken hinab und umfassten seine Po-Backen. Für einen Moment pressten sich ihre Nägel in seine Haut und der leichte Schmerz schien seine Erregung noch zu steigern. Sie ließ ihre Finger über seine Hüften nach vorn gleiten, liebkoste ihn sanft und hob sich ihm seufzend entgegen. Mit einem deutlichen Knorren griff er nach ihren Händen, verschränkte ihre Finger mit seinen und drückte sie über ihren Kopf in die Felle. Dann spreizte er ihre Beine mit seinen Schenkeln und glitt widerstandslos in sie hinein. Liech stöhnt überrascht auf und Reus verharrte einen Moment regungslos. Er füllte sie mit samtener Härte aus und sie spürte das lockige Haar, das sich gegen ihre zarten, feuchten Schamlippen drückte. Schwer atmend löste er seinen Mund von ihrem und suchte ihren Blick. Sie fühlte sich wie hypnotisiert und als sie begann, sich langsam in die Nässe ihres Schoßes zu bewegen, zogen sich die Muskeln in ihren Unterleib heftig zusammen. Ohne den kurzen Schmerz, der sie beim letzten Mal hat zusammenzucken lassen, war sie augenblicklich entflammt. Sanft strich er ihr das Haar aus dem Gesicht, seine Augen schienen jede Regung in ihren Zügen zu verfolgen. Mit leicht geöffneten Lippen versuchte sie seinen Blick standzuhalten, aber es fiel ihr schwer, überhaupt bei Verstand zu bleiben. Sie zitterte, ihr Atem ging flacher und ihre Augen nieder flatterten. Sie zog die Beine an und schriech mit dem Fußsohn über seine Schenkel, um ihn noch tiefer in sich zu spüren. Reus gab einen unartikulierten laut von sich und seine Bewegungen wurden heftiger, schneller, die Stöße härter und tiefer. Die pure Lust zeichnete sich deutlich in seinem Gesicht ab. Sie schenkte ihm ein schamloses Lächeln, schloss die Augen und legte den Kopf in den Nacken, während ihre Hände seine Rücken entlang strichen und auf seinen Hüften liegen blieben. Reus senkte den Kopf und hinterließ eine Spur feuchter, heißer Küsse auf ihren Hals und zwischen ihren Brüsten. Er liebkoste die verheilenden Schnitte, die er ihr zugefügt hatte. Ohne sich aus ihr zurückzuziehen, hob er sie ein Stück hoch, schob seine Knie unter ihr Gesäß und richtete den Oberkörper auf. Ihre Schultern ruhten auf den Fellen und ihre Finger strichen über seine Oberschenkel, während sie mit verhangenem Blick vor ihm lag und er sich langsam vor- und zurückbewegte. Kleine, wohlige Laute entrangen sich ihrer Kehle, die seine Leidenschaft noch weiter anzutreiben schien. Er starrte sie an, als könnte er sich nicht satt sehen an dem Blick, das sie ihm bot. Wie sie bereitwillig vor ihm lag und sich ganz und gar der Freude hingab, die sie einander bereiteten. Das Tempo drosselnd ließ er seine Finger über die Vorderseite ihres Körpers gleiten und begann sanft die festen Brustwarzen zwischen Daumen und Zeigefinger zu reiben. Ihr ganzer Körper krampfte, sein drängender Penis bohrte sich tief in ihren Leib. Sie stöhnte qualvoll auf und zitterte. Ihr Kopf ruckte von einer Seite zur anderen. Was sie da fühlte, war noch intensiver als beim ersten Mal. Reus ließ seine Hände tiefer gleiten und Lee gab sich ganz im Gefühl seiner kühlen Finger auf ihre heißen Haut hin. Er strich über ihrem Bauch, umkreiste den Bauchnabel und wanderte hinab zu dem goldenen Dreieck zwischen ihren Beinen. Als er das Zentrum ihrer Lust berührte und die empfindliche Perle zwischen ihren Beinen sanft umkreiste, riss sie die Augen auf. Hitze schoss durch ihren ganzen Körper und jeder Muskel zog sich zusammen. Sie konnte fühlen, wie sein hartes Glied in ihr anschwoll und sie dehnte. Flüssige Wärme breitete sich in ihr aus. Schweißperlen strömten aus ihrer Haut und ein Beben überrollte sie mit unglaublicher Intensität. Sich aufbäumend warf Lee den Kopf nach hinten. Ihre Finger kreilten sich in die Unterlage aus Fällen. Dann explodierten helle Lichter in ihrem Kopf und ließen sie fast das Bewusstsein verlieren. Reus zog sie ein letztes Mal zurück und glitt fast aus ihr heraus. Dann stieß er quälend langsam und so tief in sie hinein, dass sie sicher war, er würde sie durchbohren. Ein ekstatisches Zucken rollte über sie hinweg und zitternd klammerte sich an seinen großen verschwitzten Körper. Sie schrie seinen Namen und die Umklammung ihrer Beine hätte ein Eber das Rückgrat brechen können. Eng und heiß umschloss sie ein erregtes Glied und ihr heftiges Liebestaumeln schenkte ihm ein Gefühl völliger Inbesitznarme. Knurren und grollen zog er sie auf seinen Schoß, schlang die Arme um sie und ergoss sich mit seinem letzten heftigen Stößen in die Tiefe ihres Leibes. Aneinander geklammert und immer noch miteinander verschmolzen verharrten sie bewegungslos in dieser Position. Ihr heftiges Atmen ging einen langsameren, gleichtünnen Rhythmus über. Nach einem endlos scheinenden Augenblick hob Lee vorsichtig den Kopf und sah Reus an, dessen Hände immer noch auf ihren Rücken lagen und sie an sie drückten. Nach einem endlos scheinenden Augenblick hob Lee vorsichtig den Kopf und sah Reus an, dessen Hände immer noch auf ihren Rücken lagen und sie an ihn drückten. Unglaublich den Kopf schüttelnd musterte Reus die Frau, die auf ihm saß. Er spürte, wie seine Lust eine angenehme, bleiernde Schwere wich und der Körper versucht, ihn zu halten. Hätte ich dich nicht selbst zur Frau gemacht, könnte ich nicht glauben, dass du vor mir noch keinen anderen Mann beigewohnt hast. Du bist die feurigste Sirene, die mir je begegnet ist. Offenbar von einem Gefühl der Scham ergriffen, überzog heiße Röte ihre Wangen. Seine Finger strichen genüsslich über ihre Kehrseite, wanderten den Rücken hinab und jede Hand blieb auf einer Backe ihres Hinters liegen. Er grub die Finger in ihr Fleisch. Die Muskeln in ihren Unterleib zogen sich zusammen und massierten kurz ein schlaffes Glied. Er hätte sie zu gern erneut genommen, aber er war keine 20 mehr und trotz der langen Enthaltsamkeit benötigte er nun doch eine Pause. Vorsichtig hob er sie von seinem Schoß, verließ die Wärme ihres Körpers und schob Lee auf das Lager zurück. Die Enttäuschung zeigte sich so deutlich in ihrem Gesicht, dass ihm ein lautes Lachen aus der Kehle drang. Reus strich mit der Hand über ihre Wange, zwang sie zurück in die Felle und legte sich neben sie. Ein Bein im Besitz ergreifend über ihre Schenkel gelegt, stützte er sich auf sein Elbow und musterte sie zufrieden. Schenk mir einen Moment der Erholung, raunte er. Zwinkern setzte er hinzu, ich kann mich ohnehin in deiner Gegenwart nicht lange genug beherrschen, um die Finger von dir zu lassen. Seine Worte zauberten ihr ein leuchtendes Lächeln ins Gesicht und Lee hob die Hand, um sie auf seine Brust zu legen. Ihr war deutlich anzusehen, was sie fühlte und es versetzte ihm einen unangenehmen Stich. So sehr es ihm widerstrebte, er musste dem von vornherein Einheit gebieten. Sein finsteres Störnerunzell ließ ihn in der Bewegung innehalten. Du wirst dich doch nicht in mich verlieben, wollte er unvermittelt wissen. Solcherlei Gefühlen solltest du dich nicht hingeben, ich tue es auch nicht. Hätte er ihr sein Holzschwert in Leib gerammt, wäre der brennende Schmerz kaum qualvoller gewesen. Dennoch versuchte sie sich nichts anmerken zu lassen und schüttelte stattdessen stumm den Kopf. Mühsam zwang sie sich zu einem unechten Lächeln. Mit einem zufriedenen Nicken machte Reuss es sich neben ihr bequem und schloss die Augen. Lees Mundwinkel sanken hinab und sie starrte wie versteinert an die Höhendecke. Von einer Sekunde auf der anderen war sie von ihrem himmelhohen Ross heruntergestürzt und unsanft auf den Boden der harten Realität gelandet. Tatsächlich hatte sie sich einen Moment lang ihrer romantischen Hoffnung hingegeben, dass das, was zwischen ihnen war, nicht nur sie mit einem besonderen Zauber erfüllte. Das Gefühl, ungewollt und verstoßen zu sein, kehrte mit aller Macht in sie zurück. Etwas, das ihr aus ihrem alten Leben nur allzu vertraut war. Nach diesem wunderschönen Zusammensein mit Reuss hatte sie sich in falsche Hoffnung gewiegt. Sie war überzeugt gewesen, er wäre von ihr ebenso fasziniert wie sie von ihm. Sie biss die Zähne zusammen und kämpfte in die Tränen, die heiß in ihren Augen brannten. Er durfte niemals erfahren, dass sie sich in ihr verliebt hatte. Verdammt! Es war dumm, von ihr zu glauben, dass sie der kalten Realität entkommen könnte. Es war dumm, von ihr zu denken, dass es in dieser Zeit und dieser Welt anders wäre, als dort, wo sie herkam. Dabei konnte sie von Glück reden. In ihrer Zeit wäre Reuss am nächsten Morgen aufgestanden, hätte sich angezogen und wäre auf Nimmer Wiedersehen verschwunden. Sie unterdrückte den Impuls, sich der Enttäuschung hinzugeben, die wie ein unbeweglicher, zäher Klump in ihrer Kehle saß und darauf wartete, dass sie ihren Widerstand aufgab. Vorsichtig setzte sie sich auf, warf Reuss einen prüfenden Blick zu und bemerkte seinen ruhigen, regelmäßigen Atem. Wie er dort lag, die Hände hinter den Kopf verschränkt und nackt auf den Fellen, zog er sie immer noch an wie in der Mutter das Licht. Sie wollte ihn so sehr, dass sie Sehnsucht sich viel körperlicher Entzug anfühlte. Dennoch war sie sich darüber bewusst, dass sie mehr sein wollte, als nur ein nettes Zwischenspiel. Die schiere Aussichtslosigkeit ihrer Situation ärgerte sie maßlos. Für einen Moment war sie tatsächlich so naiv gewesen zu glauben, dass er sich vielleicht in sie verlieben könnte. Mit einem Ruck stand sie auf und zog sich ihren Pullover an. Es war ein Fehler, Gefühle zu investieren. Das war in dieser Welt und dieser Zeit nicht anders als in ihrer eigenen. Männer und Frauen konnten nur in wenigsten Fällen Liebe füreinander empfinden. Einer war immer der Verlierer und in diesem Fall war sie es. Lie presste die Lippen aufeinander. Nein, sie würde das nicht zulassen. Sie würde ihm nicht zeigen, was sie empfand oder wie sehr er sie verletzte. Sie würde nehmen, was er ihr bot und ihr eigenes Leben führen. Das konnte hier genauso gut funktionieren wie in ihrer eigenen Welt. Die Tränen brannten wie Eis auf ihren Wangen und wütend wüschte sie das salzige Nass weg. Wie hatte sie nur so dämlich sein können? Reus öffnete die Augen und sah ihr einen Moment lang schweinend zu, wie sie sich anzog. Wo willst du hin? Sie zuckte sichtlich zusammen, als seine Stimme hinter ihr laut wurde und warf ihm einen flüchtigen Blick zu, den er nicht zu deuten wusste. Ich muss eine seiner Augenbrauen hob sich spöttig. Du weißt, wie man fallen legt? Ihr Unterkiefer malte. Sie war wütend, das war deutlich zu erkennen. Nein, aber ich habe gesehen, wie du sie angebracht hast. Wenn sie ausgelöst sind, werde ich das wohl erkennen. Außerdem will ich mich umsehen, ob ich irgendetwas Essbares finde. Beeren, Wurzeln, ein bisschen Arsen. Zwischen Reus Braun bildeten sich zwei steile Falten. Was ist ersehen? Sie zuckte wortlos die Schultern und blieb ihm die Antwort schuldig. Dann band sie mit übertriebener Heftigkeit die Schnüre ihrer Hose zusammen und zog sich die Fellstiefel über die Füße. Reus setzte sich auf und beobachtete sie prüfend. Lee? Was? Sie stieß das Wort einen solch patsigen Ton aus, dass er aufstand und einen Schritt auf sie zumachte. Langsam dämmerte ihm, was mit ihr los war. Er hob die Hand, um sie zu berühren, aber sie tat einen hassigen Schritt nach hinten und wisch ihm aus. Nachdenklich betrachtete er sie. Du bist wütend auf mich, stellte er fest, weil ich dir riet, dich nicht in mich zu verlieben. An ihrer Miene war deutlich abzulesen, dass er einen Schwarzer getroffen hatte. Dennoch schüttelte sie heftig den Kopf. Ihr Zähne knirschen war unüberhörbar und ihr Kinn schob sich trotzig vor. Sie war sich nicht einmal ansatzweise bewusst, wie anziehende sie in diesem Moment entgegen seines eigenen Aufkommen des Ärgers auf ihr wirkte. Ich will dich nicht verletzen, Lee. Es ist nur zu deinem Besten. Ich kann dir nicht geben, was du dir von mir erhoffen magst. Das bedeutet keinesfalls, dass ich nicht gleich früh meiner Verantwortung nachkomme. Ihre erhobenen Hände ließen ihn verstummen. Schon gut. In ihrer Stimme lag ein deutliches Zittern und plötzlich fühlte Reuss tief in sich verborgen ein schlechtes Gewissen aufflackern. Sie reussbotte sich und schüttelte wieder den Kopf. Du musst mir gar nichts erklären. Da wo ich herkomme, nehmen Männer sich gerne was sie wollen, ohne zu fragen. Er brauchte einen Moment, um zu begreifen, was sie da gesagt hatte. Mit zwei Schritten war er bei ihr, packte sie zornig an den Arm. Du unterstellst mir, ich hätte dich gebrannt magt. Seine Stimme war so laut und die Wut in seinem Blick offenbar so deutlich, dass sie blass wurde. Lee stemmte eine Hand gegen seine nackte Brust. Er konnte ihre Finger aus seiner Haut spüren. Erregung möchte sich in den Ärger, den er empfand. Das habe ich nicht gesagt, nur dass es Männer gibt, die niemanden Rechenschaft ablegen müssen. Niemand fragt danach. Reuss war außer sich verzoren und hörte ihre Worte gar nicht mehr. Sie bezichtigte ihn der Schändung. Wenn du mich schon mit ihnen auf einer Stufe stellst, dann sollst du auch deinen Grund dafür bekommen. Grob warf er sie auf das Lager zurück, packte sich den Dolch, der neben dem Feuer lag und schlitzte den Pullover an der Naht auf, die er vor wenigen Stunden noch selbst gepflegt hatte. Sie wehrte sich heftig und kaum weniger wütend als er. Er achtete nicht auf ihr Wutgeschrei, ihre Schläge und Tritte, sondern riss den Stoff auseinander und schob ihr gleichzeitig die Hose herunter. Grob schob er sich zwischen ihre Beine, senkte den Kopf und biss unsanft in ihre Brust. Li zuckte heftig zusammen und ihre Finger krallten sich in sein Haar. Doch schon im nächsten Augenblick alarmte ihr Widerstand und sie drückte stattdessen sein Gesicht an ihre Brust. Sie bebte. Trotz seiner groben Behandlung reagierte sie von selbst auf den Mann zwischen ihren Beinen. Eigentlich hatte er ihr eine Lektion erteilen wollen. Er war nicht gewalttätig. Er hatte in seinem ganzen Leben nie wissentlich eine Frau geschlagen oder sich einfach genommen was er wollte. Er hatte Li erschrecken wollen. Aber ihre Reaktion ließ ihr vergessen was seine Absicht gewesen war. Ihr lustvolles Stöhnen drang an sein Ohr. Während er intensiv an ihrer Brustwarze saugte spreizte er ihre Beine drängte sich zwischen ihre Schenkel und drang grob in sie ein. Einen Moment schien sie zu eng und er wusste er tat ihr weh dann war sie ganz bei ihm. Warm und einladend empfing sie ihn Als sie sich ihm entgegen bog zog er sie mit einem scharfen Knochen an sich ihre Beine legten sie wie von selbst um seine Hüften und sie konnte gar nicht anders als laut aufzustören Die Heftigkeit mit der sie bedrängt hatte hatte sie für einen winzigen Moment erschreckt dem nächsten in Flammen stehen lassen sie wollte nichts mehr als ihn zu spüren Als er sich so rücksichtslos und alles andere als sanft in ihren Körper drückte war sie sekundenlang schockiert von der unerwarteten Lust die er damit in ihr auslöste Er tat ihr nicht weh er brachte eine Seite in ihr zum klingen die ja völlig unbekannt gewesen war Reus Finger gruben sich in ihre Schultern während er immer schneller und heftiger an sie hineinstieß Lee stöhnte kehrlich auf sie würde zahllose blaue Flecken und Striemen auf ihrer Haut behalten weil sie so heftig an sich presste dass sie kaum noch Luft bekam das ziehen in ihrem unterleib wurde unerträglich und sie war auf den Kopf zurück extatisch trieben sie innerhalb weniger Augenblicke auf den Höhepunkt zu ungestimmt beendete er den Akt indem er beend auf ihr zusammen brach und sie mit einem letzten Stoß in ihr er er goss sekundenlang blieb und dieses Mal war er so schnell fertig geworden als dass sie ihm auf den Gipfel hätte folgen können die Stille zwischen ihnen wurde unangenehm und sie spürte wie sein ganzer körper sich unversehen anspannte wortlos zog er sich aus ihr zurück erhob sich und griff nach seiner Kleidung ohne ihr noch einen Blick zu gönnen stürmte aus der Höhle und ließ sie allein lieb liegen wo sie war sie fühlte sich plötzlich leer nur langsam setzte sie sich auf sammelte die Fetzen ihrer Kleidung zusammen und zog sich in eine dunkle Ecke der Höhle zurück es dauerte eine Weile ehe sie wieder klar denken konnte und sich mit zitternden Hennen die Hose anzog sie hatte ihn gewollt genauso grob und rücksichtslos wie er sie genommen hatte und sie hat es genossen dass er sie überwältigt hatte dennoch fühlte sie sich gedemütigt nicht von seiner körperlichen Überlegenheit oder dem Willen Sex mit dem er sie hatte bestrafen wollen aber die Lektion war dem Augenblick angekommen da er wortlos gegangen war er hatte sie gewollt und danach von sich gestoßen und Lee hatte sie selbst verraten wem machte sie hier etwas vor ihre Zeit unterschied sich nicht im geringsten von dieser wir packen morgen zusammen und reiten zurück es waren die ersten Worte die Reuss wieder an sie richtete seitdem er mit dem zwei frisch erlegten Kaninchen in die Höhle zurückgekehrt war während er seine Beute aufgespießt und zum Braten das Feuer gehalten hatte hat er still dabei zugesehen wie Lee sich ungeschickt daran machte mit den von ihm zurückgelassen in ihren zerfetzten Pullover zu flicken danach hatte sie die traurigen Reste aus brauner Wolle übergestreift das Fell um ihre Schultern gelegt und sich wieder in die Ecke verzogen in der sie nun immer noch saß sie reagierte jetzt genauso wenig auf sein geschwitz wie auf seine schweigsame Rückkehr vor einer halben Stunde nach einem letzten Seitenblick starrte er wieder stumm in die Flammen längst bereute er was er gestern Nacht getan hatte er war wütend über ihre Worte gewesen aber er hatte kein Recht gehabt so über sie herzufallen ganz gleich wie sehr sie ihm mit ihren Worten die Fassung geraubt hatte er hatte kein Recht tatsächlich das zu tun was ihm vorgeworfen hatte noch nie hat er so sehr die Kontrolle verloren Kopfschütteln versuchte er sich von den unangenehmen Gedanken freizumachen Reuss war aufgewühlt und zornig über sich selbst auf die Jagd gegangen auch um sein erhitztes Gemüt abzukühlen allerdings war die Wut rasch verraucht und hatte eine unangenehme Reue Platz gemacht er verabscheute zutiefst was er sich hatte zu Schulden kommen lassen und er war sich nur allzu bewusst darüber dass eine einfache Entschuldigung nichts wieder gut machen würde er mochte ihr vielleicht keinen körperlichen Schmerz zugefügt haben doch ihr Vertrauen hat er verloren das war ihm spätestens mit dem Blick klar geworden der ihn traf als er im Morgengrauen seine Beute in die Höhle getragen hatte Li hat in ihre Ecke gehockt das Fell um ihre Schultern gelegt und ihn angeschwiegen sie blieb auch jetzt dort sitzen so weit wie möglich von ihm entfernt von ihm und von dem wärmenden Feuer er stand auf legte den Fleischspieß auf ein Brett und trat damit einen Schritt auf Li zu es war nicht zu besehen wie ihr ganzer Körper sich anspannte und ihr Gesicht einen ruhelosen Ausdruck annahm auch wenn sie nach wie vor vermied ihn anzusehen vorsichtig und ohne sich ihr weiter zu nähern stellte die Mahlzeit zu ihren Füßen ab und hockte sich vor sie er fühlte sich elend fast so furchtbar wie damals als er Frau und Kind verloren hatte mit dem Unterschied dass es diesmal seine eigene Hand gewesen war die das Verbrechen an jemanden verübt hatte der ihm anvertraut war er musste irgendwas tun ich kann nicht wieder gut machen was geschehen ist murmelte er in die Stille hinein zum ersten einen weiteren Stich es tut mir leid auch wenn ich weiß dass es mit Worten allein nicht vergolden ist Lee nickte kaum wahrnehmbar blieb aber stumm er deutete zum Feuer meine Nähe ist dir unangenehm dessen bin ich mir bewusst dennoch bitte ich dich ans Feuer zu rücken es ist kalt hier sie schlang die Arme ein wenig fest um die Knie senkte den Blick und auch wenn er in ihrem Gesicht nicht mehr darauf hinweisen mochte nein Reuss verkniff sich jedes weitere Wort und nickte ihr zu er musste ihre Entscheidung akzeptieren und gestand ihr für den Moment zu hier draußen jedes Recht auf sie verwirkt zu haben er konnte ihr keine Vorschriften machen wenn sie morgen allerdings die feste erreichten würden sie seiner Anweisung wieder folgen müssen ob es ihr gefiel oder nicht und gefallen würde in der Zwischenzeit konnte sie sich andersweitig nützlich machen das würde sie beide auf andere Gedanken bringen mit dem Kinn deutete er auf die Mahlzeit ist auf nach dem Essen brechen wir zur Jagd auf wir brauchen Fleisch für den Clan Li rannte sie rannte wie sie noch nie gerannt war spürte wie ihr Herz hämmernd durch ihre Brust tobte eigentlich fehlt ihr schon längst der Atem um sich voranzubewegen doch die Angst trieb sie weiter die Angst und das Geräusch von trampelnden Hufen die sich ihr immer mehr näherten sie wagte es nicht sich umzusehen aus Furcht zu stolpern und zu fallen doch sie hörte das wütende Grünzen des zornigen Ebers drückter hinter sich ebenso wie sie das Gefühl hatte seinen fauligen Atem in ihrem Rücken zu spüren und die kurzes erstauntes quietschen dann folgte ein dumpfer Aufprall Schnee flog ihr gegen den Rücken und an ihr vorbei dann riss sie es plötzlich von den Füßen dass sie einen Moment schwere Lust in der Luft zu schweben schien im nächsten Augenblick landete sie im weichen Schnee und fühlte sich von wattigem kaltem weiß begraben das Geräusch der trampelnden Hufe und des geifenden Atems verstummte mit einem schleifenden Seufzer schweratmend setzte sie sich auf und sah den riesigen Keiler tot im Schnee liegen zwei Meter hinter ihr zwischen seinen Augen steckte ein Armbrustbolzen und der Blick des Tieres war gebrochen dessen unangeachtet zuckten seine Beine als würde er immer noch weiter rennen Lies Magen drehte sich einmal um sich selbst und sie kämpfte gegen die Übelkeit die von einer Sekunde auf die andere über Natürlich war sie dankbar dass dieses furcht einflösen Exemplar eines Wildschweins nicht länger hinter ihr her halzte Andererseits weckte der Anblick des toten Tieres ein unangenehmes Schuldgefühl in ihr Dass der Eber nun dort lag hatte er nur ihr zu verdanken Allerdings hatte sie gehofft der Bolzen würde ihn sofort töten Sie schloss einen Moment die Augen und wünschte sich sie hätte sich Es knackte vernehmlich im Unterholz vor ihr und als Lied die Lieder hob sah sie Reuss aus seiner Deckung treten Die Armbrust hing über seine Schulter und er zückte den Deutsch an seinem Gürtel Sein Blick streifte sie nur flüchtig als sie sich erhob Er ging zu dem toten Wildschwein hinüber Gut gemacht Das knappe Lob verlor jegliche positive Wirkung als er Augenblick schlitzte das Schwein von der Kehle bis zum Becken auf Blut und Eingeweide ergossen sich aus erklaffenden Wunden in weißen Schnee Wirkend wandte Lee sich ab stürzte zum nächsten Baum und erbrach ihr Frühstück Vor einer Stunde hatten sie den Keiler ausgemacht und seither beobachtet Während Lee sich schon nach wenigen Minuten zu langweilen begann schien Reuss das Tier regelrecht zu studieren Irgendwann hatte er sie gebeten näher zu schleichen und den Keiler aus einer Deckung zu locken Naiv wie sie war hatte sie getan was er sagte Natürlich war ihr klar gewesen dass er das Schwein erlegen würde Aber mit dem was danach passierte hatte sie nicht gerechnet Wenn sie vorher gewusst hätte welche Konsequenz das alles für sie hatte hätte sie sich nicht auf diesen Mist eingelassen Das und das Wettrennen lediglich deshalb nicht verloren weil der Eber sich kurzzeitig in dem Gestrüpp verfangen hatte über das sie hinweg geflankt war Es hätte alles auch anders ausgehen können und wenn sie ehrlich war verfluchte sie Reuss nicht zum ersten Mal an diesem Tag Sie seufzte leise Wäre es nach ihr gegangen wären sie noch heute aufgebrochen um zur Burg zurück zu kehren Sie wollte nichts mehr als ihm endlich aus dem Weg gehen zu können Sie sehnte sich nach der ruhigen Niche unter der Treppe in der er sie auf die Stromer dazu zusammenrollen und dem Schmerz in ihrer Brust mehr Raum geben konnte Sie wollte allein sein Wenn sie ehrlich war fühlte sie sich ganz ähnlich wie der tote Eber mit dem Bolzen zwischen den Augen und vom Bauch bis zur Kehle aufgeschlitzt Es war ein kurzer unruhiger Schlaf gewesen in den sie irgendwann gefallen war Sie träumte von totem Wildschwein und trampelnden Hufen in ihrem Rücken Das waren die Nachwirkungen des vergangenen Tages Tatsächlich hatte sie das schwere Tier gemeinsam mit Reuss zum Lager zurück geschleift wo er sie sorgfältig gehäutet und begonnen hatte die einzelne Teile in Beutel zu verstauen Ihr Magen hatte sich angefühlt als hätte jemand einen riesigen Knoten hineingemacht Obwohl längst nichts mehr vorhanden war das hätte sie von sich geben können war sie unfähig gewesen dem Bürgerreiz zu entkommen der sie den ganzen Tag über begleitet hatte Nachdem das tote Wildschwein in Teilen auf einer Holzbritsche verschnürt und in einer Ecke der Höhle vor möglichen tierischen Räubung gesichert worden war hatte Lidi Mahlzeit im Arm verweigert sie hatte keinen Bissen runter gebracht in ihrer eigenen Welt gab es Menschen die aus Überzeugung Helmfleisch aßen sie hatte nachvollziehen können warum jemand in einer so industrialisierten Welt die Massentierhaltung ablehnte wenn sie allerdings ehrlich war fühlte es sich im Moment auch nicht viel besser an natürlich war diese Zeit anders es wurde nicht wahllos abgeschlachtet was einem über den Weg lief um eine überbevölkerte Welt zu ernähren diese Menschen wussten was Hunger bedeutete und ihre Hauptnahrungsquelle war der Ackerbau allerdings hatte Lee auch begriffen dass die letzte Ernte mager gewesen war nicht nur mit ihrer eigenen Anwesenheit sondern auch den mehreren Söldner würden sich die Lage noch schneller lehren Reus hatte nur erlegt was sie wirklich gebraucht hatten und er nutzte alles an seiner Beute vom Fell bis zum Knochen trotzdem musste man wohl viel mehr Teil dieser Welt sein als sie es war um mit dieser Art des Tötens klar zu kommen bis auf die Jagd wurde der Tag ruhig verlaufen obwohl Reus am späten Nachmittag darauf bestanden hatte dass sie ihr Training fortsetzten hatten sie nicht viel geredet Lee hatte nur das nötigste an Worten mit Reus gewechselt und verbissen ihren Umgang mit dem Schwert geprobt sie hatte sich in sachlicher Höflichkeit geübt und getan als wäre nie etwas passiert das hatte ihr dabei geholfen ihre eigene Enttäuschung zu kompensieren sie hatte den ganzen Tag nichts zu sich genommen das Abendessen verweigert und vor kurz vor dem Schlaf schließlich ein Stück näher an das Feuer gerückt Reus selbst war auf seinem Platz am Vorabend zurückgekehrt und hat die Nacht dort verbracht Zwiegespalten und von einer stummen Trauer erfüllt hatte Lee lange wach gelegen der Morgen hatte bereits gegraut als sie schließlich eingenickt war abgesehen von den unangenehmen Träumen über ihn war da noch mehr gewesen doch das Gefühl des Verlustes in ihr war so unangenehm dass sie froh war sich mit anderen Eindrücken ablenken zu können Lee schaute sich um sein Platz war leer die Fälle fort und sie hörte die Pferde draußen schnauben offensichtlich war er dabei zu packen eilig erhob sie sich rollte ihre eigene Unterlage zusammen und band das Paket wieder mühselig so zu wie sie es vor fast vier Tagen in die Höhle getragen hatte einen Moment starrte sie gedanken verloren auf 30 Stunden hatten sich ihr Ereignisse regelrecht überschlagen im Augenblick fühlte sie sich kein Deut besser als an jenem Abend da sie auf der Brücke gestanden die Tiefe geblickt hatte die Chance auf die sie nach ihrer Ankunft gehofft hatte verwandelte sich in sinnlose Träumerei erneut machte sich eine betäubende Resignation in ihr bereit die ihr längst aus ihrem alten Leben vertraut war das war alles nicht fair als Reuss ihr Höhle betrat schreckte sie aus ihren Gedanken auf er blieb einen Moment unschlüssig stehen und sah zu ihr herüber wir können gleich aufbrechen bemerkte er ging zum Feuer hinüber und begann Erde über die loderne Blut zu verteilen die letzten kleinen Flammen erstickten und der Rauch verzog sich rasch ohne darauf zu achten nur zögern stand Lee auf und warf einen Moment versucht einfach hier zu bleiben der Gedanke sich nicht länger mit dieser unerträglichen Situation auseinandersetzen zu müssen war verlockend allerdings war ihr klar dass Reus ihr keine weiteren Freiheiten einräumen würde sie wunderte sich ohnehin dass er ihr trotziges Schweigen einfach hinnahm so kurz sie ihn erst kannte so schätzte sie ihn doch nicht als jemand ein der dieses verhalten lange tolerierte er war kein Mensch ihrer Zeit hier handelte man anders und irgendwann würde er gehorsam verlangen zumal sie im Grunde nichts weiter hier gab es kein taxi in das sie steigen und mit dem sie nach hause fahren konnte um sich dort tagelang die Augen aus dem Kopf zu weinen seufzend folgte sie ihm in die kälte hinaus sechstes kapitel callaghan castle siravan im nebelung anno 1585 ihr beute gemacht stellte Ulf mit einem blick auf das lastenpony fest er hatte im Hof gestanden seine axt geschliffen als Reus und Lee eingeritten waren nun landete eines der bündel die auf Reus fährt verschnürt gewesen waren schwer in seinen arm Reus wortloses nicken und Lees ausdruckslose Miene ließen keine Rückschlüsse darauf zu wie erfolgreich ihre Reise verlaufen war die Spannung die allerdings zwischen den beiden herrschte war fast greifbar Wulf war nicht entgangen dass Lee jeden Blick kontakt vermied dunkle Ringe lagen unter den Augen des Borschen nachdem Reus ihm gesagt hätte er solle sich bei Melissa melden war er stumm in die feste verschwunden seltsamerweise nahm Reus es ohne Tadel hin das Lee s Pferd beladen und aufgezäumt zurückblieb und der Borsche unbehelligt von dann zog genauso schweigsam begann Wulfsherr nun selbst die Stute abzuhalftern und sie sich eine steile Falte was ist geschehen Reus warf ihm einen kurzen Blick zu ihm war wohl bewusst dass der alte Heilander keine Ruhe geben würde bis er eine befriedigende Antwort auf seine Frage bekam es gab unerwartete Schwierigkeiten entgegnete Reus was für Schwierigkeiten hol den Ruin verblüfft starrte Wulfsherr gegenüber an vor einem Moment war er sprachlos etwas das ihm nur sehr selten widerfuhr wieso Reus unterbrach ihn mit einer energischen Geste und schüttelte den Kopf tu was ich dir gesagt habe her stell ihn an mit einem gleichmütigen Schulterzucken lagerte Wulf das Bündel Fälle neben dem Tor des Stalls schwangen sich auf den blanken Rücken seines eigenen Hengstes und machte sich ohne weitere Fragen auf den Weg er würde seine Antworten schon noch bekommen Reus verstaute Sättel und Saumzeug wieder an ihren vorgesehenen Plätzen wies zwei Knechte an das Fleisch zu Melissa zu bringen und ging mit den frühen Fällen unter den Armen langsam zur Feste hinüber seine Laune hatte sich auf dem Ritt hierher merklich verschlechtert und Lies Schweigen hatte nicht dazu beigetragen etwas an diesem Zustand zu ändern die Entscheidung die er in Bezug auf sie getroffen hatte würde die ohnehin schon angespannte Situation zwischen ihnen weiter verschärfen es war nur eine Frage der Zeit wann dieser Streit abermals eskalieren würde Mörich streifte sich den Mantel über den Kopf warf ihn über die Schulter und trat durch das große Tor in die Halle die bedrohliche Stimmung die ihm auf der Schwelle seines Heimes entgegenschlug ließ ihn alarmiert innehalten seine Hand wanderte unweigerlich zu dem Deutsch an seinem Gürtel doch das Messer war fort innerlich fluchend glitt Reus Blick über die versammelten Menschen die gute Melissa stand mit bleichen wangen in der Tür zur Küche während hinter ihr die beiden Küchenmärkte neugierig die Köpfe hervorreckten ein Teil der alten Kinder die die Feste bevölkerten und in der Halle saßen um Kleider zu flicken und andere kleine Arbeiten zu verrichten hatte sich verstört in einer Ecke des großen Raumes zusammen gerottet zwei Schritte rechts von ihm verharrten die beiden Knechte mit dem frischen Wildschwein Fleisch offenbar wussten sie nicht was sie tun sollten während eine große Gruppe fremder Söldner und heimischer Krieger sich an den schweren Eichen durch versammelt hatte Hölzerne Schüssel mit warmen Suppen dampften unbeachtet vor sich hin niemand aß stattdessen beobachteten sie grinsend und teilweise johlend was zwischen den beiden Streithänden passierte die sich in der Mitte der Halle gegenüber standen Lee starrte zitternd zu einem hochgewachsenen Mann mit schwarzem Haar und dunklen Augen hinauf der Söldner blutete aus einem schmalen Schnitt auf seiner linken Wange offensichtlich eine Wunde die er Lee zu verdanken hatte die in der rechten Hand den Deutsch fest umklammerte den Reuss an seinem Gürtel vermisst hatte auf ihrer Wange zeichnete sich im brennenden Rot der Abdruck einer ketten bewährten Hand ab ärger stieß in Reuss auf es war unverkennbar dass er einen Zusammenstoß zwischen ihr und dem jungen Söldner gegeben hatte der just in diesem Moment sein Schwert aus der Scheide zog dir werde ich manieren beibringen Borsche knurrte er das Kinn auf die Brust gesenkt taxierte Lee den vor ihr stehenden Mann und ihre Augen funkelten vor Wut auf ihrem Gesicht lag plötzlich ein Ausdruck der sie völlig fremd erscheinen ließ Reuss stieß die schwere Tür hinter sich ins Schloss ganz leicht was hier geschehen war innerhalb dieser Mauern würde kein Blut im Kampf vergossen werden dafür würde er Sorge tragen gerade als er sich in seiner Stellung Hunde die Reuss Männer oft in den Kampf begleiteten seine Augenbrauen zuckten überrascht nach oben Maggert der große schwarze Rüde trat einen winzigen Schritt weiter nach vorn dieser riesige Hund dessen Narben und Schmisse von alten Kämpfen zeugten fixierte Lee's Gegner mit halbgesenktem Schädel und seinen irritierenden gelben Augen Reuss schüttelte verblüfft den Kopf das verhalten der Tiere war typisch wenn sie ihr Rudel verteidigten oder wenn sie sich im Kampf befanden sie waren dazu ausgebildet ihre menschlichen Hundeführer und ihre Artgenossen zu schützen im Kampf funktionierten diese Hunde mit tödlicher Präzision allerdings hatte Reuss dieses Verhalten niemals in den Mauern dieser Burg beobachtet die Bewohner der Feste waren für sie normalerweise nicht Teil ihres Rudels und die Menschen hier gingen den Hunden in der Regel aus dem Weg unter anderem Umständen hätte Reuss darauf gewettet dass die Frau mit der er das Lager geteilt hatte in diesem ungleichen Streit gegen den Sölden nur verlieren konnte sie war noch nicht so weit gegen einen erfahrenen Kämpfer anzutreten flankiert von den Wolfshunden die sie aus welchen Gründen auch immer als eine der ihren betrachteten hatten sich die geringsten an seinem eigenen Unwillen dies war sein Heim und niemand würde hier die Klingen kreuzen Streitigkeiten wurden vor den schweren Eichentor bei den Übungskampf im Hof ausgetragen oder bei einem Kampf auf Leben und Tod auf den Feldern die Unschuldigen dieses Clans sollten nicht auch noch mit dem Blut der Fallenden besudelt werden indem sie einen Kampf beiwohnen mussten den sie nicht wünschten sie hatten in vergangenen Jahren schon genug gelitten was ist hier los seine Stimme heilte laut durch den hohen Raum und wurde vor den steinernen Wänden zurückgeworfen der Blick des Erdnungs löste sich unwillig von Lee und blieb an den klaren Herrn hängen Reus nahm die unhöfliche Musterung von Kopf bis Fuß gelassen hin dieser Knecht rannte mich hinein und erachtete es nicht für notwendig sich für sein Fehlverhalten zu entschuldigen nachdem ich es ihm mit der ihm zustehenden Ohrfeige vergolten habe zog er seinen Dolch und starr damit nach mir ein solches Verhalten toleriere ich nicht ich habe mich entschuldigt fauchte Lee leise der Söldner sah sie an und ein hämisches lächeln bereitete sich auf seinem Gesicht aus das war keine angemessen entschuldigung hunds fort wenn ich dir einen arm abhacke mag es angemessen sein Reus überwand die wenigen Meter mit langen Schritten und zwang sich zur Ruhe zwischen Lee sammelt ihrer Meute und dem jungen Söldner blieb er stehen er musterte den ihm gegenüberstehenden Mann mit nachdenklichem Blick dann gab er dem Hunden ein stilles Zeichen alle drei legten sich mit deutlichen Widerstreben nieder allerdings entfernten sie sich weder von Lee noch ließen ihren Gegner aus den Augen wer seid ihr wollte Reus an dem fremden gewand wissen der Söldner knifft die Augen zu Schlützen und richtete seine Feindseligkeit nun auf Reus der ihn zu seinem offensichtlichen Verdruss um Haupteslänge beragte wir sind Söldner aus Vollkor ich bin Galloway Hauptmann und Herrführer wir sind auf Geheiß von Sir Reus hier er strengte das Kind vor und bemühte sich offenbar darum größer zu wirken als er war Reus traf ein hochmütiger Blick was geht es euch an ich bin Sir Reus und es ist mein Clan dessen Gastfreundschaft ihr genießt entgegnete er mit stoischer Ruhe er wartete die aufkommende Überraschung in Gallowaynes Gesicht ab ehe er hinzusetzte zu dem ist es meine Braut die er bedroht sich zu einem Lächeln zwingt starrte den Hauptmann weiterhin an ihr könnt wählen ob ihr gegen mich kämpfen wollt oder die Angelegenheit auf sich beruhen lasst für mich stellt es sich dar als hättet ihr beide bekommen was ihr verdient habt aufmerksam musterte er Gallowayne seid ihr hier fertig gespenstliche Stille folgte seinen Worten der Söldner steckte seine Kiefer malten zitternd und Reuss war sich wohl bewusst dass der Mann vor Zorn tobte obwohl er äußerlich den Anschein bewahrte ruhig zu sein Gallowayne gab nur deshalb klein bei weil die Anzahl der heimischen Krieger in dieser Halle deutlich höher war als die seiner eigenen Söldner gewiss Sir verzeiht Lord Reuss vergib mir Milady ich bin untröstlich es fiel ihm sichtlich schwer die Worte auszusprechen und die Unehrlichkeit die darin lag war nicht zu überhören Reuss nickte ihm nur wortlos zu drehte sich um und entwand den Deutsch aus ließkalten Fingern sie starrte ihm mit großen Augen an Fassungslosigkeit zeichnete sich auf ihrem Gesicht ab seinem drohenden Blick gehorchend ließ sie sich von ihm die Treppe zum oberen Stockwerk hinauflenken ohne einen Ton von sich zu geben erst als sie vor der Tür zu seinem Gemächern stehen blieben kam wieder Leben in sie sie holte Luft um etwas zu sagen doch der Griff seiner Hand um ihren Arm ließ sie vor Schmerz zusammen zucken Reuss starrte sie eindringlich an du wirst mir keine Widerworte geben und keine Szene machen züchte er zwischen zusammengebissen Szenen hervor wir reden hinter dieser Tür nicht in anwesene Dritter ich bin nicht zu widersprechen sich zur Ruhe zwingend öffnete er langsam die Tür schob Lee hinein und legte mit einem Stoß Sölfzer den Riegel von innen vor Lee war mit ein paar Schritten in das Schlafzimmer gestolpert und stand nur mit starrem Rücken vor dem großen Bett mit einem Anflug von Panik vermielt sie es den Platz anzustarren der bei ihrem letzten Besuch hier bereits nervöse der Tür fortbewegt hatte sah er sie über der Schulter hinweg an du hast großes Talent dich selbst in Gefahr zu bringen stellte er fest als er sich ihr zuwandte hielt er ihr zur Überraschung sein Dolch hin ungläubig starrte sie auf Reus ausgestreckte Hand nimm ihn wieder an dich wenn du willst du hast jedes recht dazu dich zu verteidigen ihr Kinn zitterte einen Moment dann ballte sie die Hände zu Fäuste und schüttelte trotzig den Kopf Reus seufzte wandte sich ab und legte den Deutsch auf den kleinen Tisch der neben dem Bett stand na schön pack ihn später ein es ist deine Entscheidung obgleich du eigentlich keinen Schutz brauchst die Hunde betrachten dich offenbar als Teil ihres Rudels und sind bereit dich zu beschützen lie starrt auf seinen Rücken das war ihr nicht entgangen obgleich sie nicht verstand warum die Hunde sich so verhalten hatten hatte sie ein warmes Gefühl von Zuneigung geschenkt angenehmer als die Kälte die sich zwischen Reus und ihr breit gemacht hatte warum hast du es gesagt wollte sie wissen er ersparte ihnen die albernheiten zu fragen was sie wohl meinte weil es Wahrheit entspricht erwiderte er sah sie an wolf begleitet den druiden zur burg er wird mich heute noch mit die familien sie starrte ihn aus weit aufgerissen augen an der mund öffnete sich zu einer antwort dann schüttelte sie vor jedem in den kopf nein das ist nicht nötig stammelte sie du musst mich nicht heiraten vielleicht mag es für dich nicht notwendig erscheinen dennoch werde ich meiner Pflicht nachkommen gab reuss zurück und machte einen schritt in die her richtung zweimal habe ich mich dir gegenüber ehrlos verhalten ich werde das wieder gut zu machen wissen sie las in seinen blick dass ihm seine worte absolut ernst waren sprachlos betrachtete sie ihn und fragte sich wie sie ihn vom gegenteil überzeugen konnte sie wollte ihn nicht heiraten sie wollte keinen weiteren Mann in ihrem leben der sie kalt und herzlos behandelte reuss verstand ihr schweigen offenbar falsch du brauchst nicht zu fürchten ich wolle an meinen ehelichen Pflichten festhalten nichts liegt mir ferner es sei denn du wünschst meine nähe gern hätte ich dir noch ein paar tage zeit gegeben dich mit dem gedanken eines gemeinsamen lebens vertraut zu machen doch dein zusammenstoß mit dem jungen söldner hat mir gezeigt dass nur wahrhaftigkeit zählt er musterte sie von oben bis unten das versteckspiel ist vorbei lie war zu entsetzt um überhaupt nur einen klaren gedanken fassen zu können reuss atmete tief durch er mit seiner offenbar sorgsam durchdachten rede fortfuhr als meine gemahlen wirst du dich entsprechend kleiden und nicht längeren hosen herumsturzieren es sei denn du trainierst denn ich werde dich weiterhin lehren zu kämpfen und ein Schwert zu führen ich will nicht dass auch meine zweite frau eines tages mit einer durchgeschnittenen kelle dem tod begegnet sie starrte ihn an und spürte wie die wut in ihr immer größer wurde sie hatte geahnt dass frauen nicht viele rechte hatten aber er konnte sie doch nicht gegen ihren willen heiraten du wirst dein Haar wachsen lassen und mir zur er trat an ihr vorbei und griff nach dem türknauf als sie luft holte um lautstark ihr veto einzulegen warf er einen unnachgiebigen blick zu ich werde nicht darüber mit dir diskutieren lieh es ist mein fester entschluss und der einzige schutz den du von diesem augenblick an in diesen mauern hast du wirst dir den respekt der menschen hier erst verdienen müssen nachdem sie sich von dir zu lie hetzte hinter ihm her und hämmerte gegen das Holz ich heirate dich nicht freiwillig brüllte sie sie bezweifelte dass er sie noch hörte die nächsten stunden hatte lie wie in dichtem nebel gehüllt erlebt reuss war nach einer weile mit einer der mächt zurück gekehrt das mädchen kellain sollte dabei helfen sich zu waschen und anzukleiden woraufhin lie vehement protestiert verkündet hatte sie wäre durchaus in der lage sie selbst zu säubern statt der aufsicht über das bad hatte reuss die junge frau darauf hingewiesen für lie eines der kleider seiner ersten frau als braut tracht umzunähen während zwei knechte das warme wasser für den zube herauf geschleppt hatten hatte lie mit kellain in reuss schlafzimmer gestanden und war von dem mädchen sorgfältig vermessen worden zu clanes leidwesen hatte sich die arbeit als nicht so ganz einfach erwiesen lie war nicht nur ein ganz stück größer als reuss erste frau sie war trotz ihrer schmalen gestalt auch breitschültriger verfügte über stärkere hüften zum schluss waren sie beide frustriert gewesen kellain weil sie vor einer scheinbar unlösbaren aufgabe gestanden hatte genau das kleid das reuss völlig irrationalen eifersucht zu kämpfen hatte sie wollte nicht das abgelegte kleid seiner verflossenen tragen einer frau für die er vermutlich große gefühle gehegt hatte was war überhaupt mit dieser ersten frau geschehen warum war sie gestorben war sie einfach abgehauen weil sie es mit diesem tyrann nicht mehr aushielt und den falschen Leuten in die Hände gefallen wenn Lee ehrlich war ärgerte sie sich zum Teufel wieso hatte sie sich ausgerechnet in ihn verliebt in einen Kerl den sie kaum kannte nur weil er mit ihr geschlafen hatte das war so dämlich sie war so dämlich wenn er doch bloß nicht auf diese irrsinnige Idee gekommen wäre sie heiraten zu wollen das war völlig überholt und altmodisch okay diese ganze Welt hier war altmodisch hätte er ihr auch nur den Hauch von Zuneigung entgegen gebracht wie er Gedanke an eine Ehe mit ihm durchaus reizvoll gewesen wem machte sie etwas vor sie war verliebt in ihn natürlich wollte sie seine Frau werden sie hätte ihn in einem Kartoffelsack geheiratet wenn es nötig gewesen wäre aber er tat das alles nur aus Pflichtgefühl Pflichtgefühl eine solche Ehe wollte sie nicht führen sie wollte ihn nicht heiraten sie wollte keine Zeit mit ihm verbringen sie wollte einfach nur ihre Ruhe dass er ihr auch nur vor Augen führte wie schmal die teile die seine erste Frau gewesen war schürte ihren Zorn zusätzlich Klein hatte in der letzten Stunde so manch patzige Reaktion von ihr ertragen müssen obwohl das Mädchen die letzte war die irgendeine Schuld trug Nachdem das Kleid ausgelassen worden war Bühne Wasser gestiegen sie brauchte ein bisschen Zeit für sie selbst um wieder zur Vernunft zu kommen und ihre schlechte Laune nicht an einer Unbeteiligten auszulassen abgesehen davon konnte sie Kaleins Geplapper über deren eigene Lebens und Liebesgeschichten nicht mehr hören sie wollte nichts vom ach so großen Glück einer anderen erfahren während sie selbst noch mit ihrem eigenen Kummer kämpfte Herr Gott dieses Mädchen war gerade einmal 14 sie konnte sich nicht einmal mehr an Reus Frau erinnern und für Lees Verständnis war sie ohnehin viel zu jung um sich über Ehe und Familie Gedanken zu machen allerdings war ihr durchaus bewusst dass diese Zeiten einfach anders waren und die heranwachsenden hier weder Spielkonsolen noch Handys besaßen in diesem Jahrhundert machte man sich zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt Gedanken um seine Zukunft weil das Wasser viel zu schnell in Temperatur verlor schrubbte Lee eilig ihre Haut und wusch sich das Haar Fröstin stieg sie schließlich aus dem Zuber und kehrte in die Kälte des Bades zurück während sie sich hastig mit einem grob gewebten Tuch abtrocknete sehnte sich einmal mehr nach einer warmen Dusche und beheizten werden ihr blieb gar keine andere Wahl als sich mit dem zu arrangieren was ihr zur Verfügung stand gereizt rubbelte sie sich das kurze Haar trocken und stand schließlich unschlüssig vor dem Kleid das über dem Paravent hing es bestand aus einem seitigen weißen Stoff und umschloss ihren Oberkörper bis zur Taille wo es einem bauschigen Rock überging im Grunde ein sehr schönes Kleid aber immer noch das Kleid seiner Frau tief durchatmend und die erneut aufkeimende schlechte Laune niederkämpfend legte Lee das Handtuch beiseite und streifte widerstrebend das von Klein umgenähte Kleid über natürlich hat das Mädchen ihr möglich getan dennoch fühlte sich Lee zunehmend unwohl was zu einem am Kleid und zum anderen an der Tatsache lag dass sie keine Unterwäsche Möcheln obwohl er knapp über den Boden hätte schleifen müssen dafür war ihr Dekolleté hervorragend in Zähne gesetzt so hervorragend dass Liebe fürchtete bei der falschen Bewegung oben ohne dazustehen nachdem man sie zuvor für einen Mann gehalten hatte war sie nicht unbedingt erpicht darauf die Menschen hier so deutlich und offensichtlich vom Gegenteil zu überzeugen je länger sie darüber nachdachte in diesem Augen brannten mühsam kämpfte sie die Tränen herunter sie würde nicht schon wieder heulen davon würde es nicht besser werden Klaegen klöpfte zögerlich an die Tür und steckte den Kopf durch den Spalt kann ich euch helfen me lady lie presste kurz die lippen aufeinander und nickte zögerlich es war ungewohnt auf diese weise angesprochen zu werden es fühlte sich irgendwie falsch an etwas geahnt Klaegen eilte herbei und begann die Bänder und Lies Rücken zu binden sich räuspernd warf Lee ihr einen Blick über die Schulter zu denkst du du kannst ein Schal oder so auftreiben irgendetwas womit ich mich ein wenig bedecken kann fragte sie unglücklich das Kleid schnürte sie unangenehm ein und sie fürchtete einen Moment lang der Stoff würde reißen wenn sie zu tief ein atmete lächelnd neckte Klaen und lief zurück ins Schlafzimmer Lee folgte ihr mit gemischten Gefühlen sah sie dabei zu wie das Mädchen an die Truhe neben den Kamin trat die voller wertvoller Kleider lag Kleider die offenbar kaum getragen seit geraumer Zeit darin verstaubten die Kleider seiner ersten Frau Lee presste die Lippen aufeinander Künftig würde sie ständig mit Vergleichen konfrontiert werden Das lag offenbar in der Natur der Sache wenn man die Nummer zwei war Nach etwas Sucherei fand Kleiner ein langes und wirklich wunderschönes Tuch aus weißer Spitze das sie um Lies Schultern drapierte Leider blieb die erhoffte Erleichterung bei Lee aus Als sich im nächsten Moment die Tür öffnete und Reus den Raum betrat spürte sie wie er das Blut in die Wangen schoss Sein Blick verweilte für einen endlos scheinenden Moment auf ihren prall verschnürten Busen und sie sah wie schwer es ihm fiel ihr wieder in die Augen zu schauen Eine merkwürdige Mischung aus Scham und Lust wog über sie hinweg Mit einem dienst beflissenen Knicks verließ Kalein den Raum Lee hätte ihr am Hastig schnappte sie nach Luft Bist du bereit? Seine Stimme klang belegt Peinlich berührt zupfte sie an dem Tuch herum und bemühte sich den für ihren Geschmack deutlich zu schamlosen Ausschnitt weiter zu bedecken Selbst wenn ich nein sage wirst du vermutlich trotzdem auf dieser Heirat bestehen bemerkte sie nach einem Moment er nickte stumm leise seufzend ließ sie die Hand sinken und betrachtete unglücklich ihr Äußeres der Gedanke Reus zu Ehelichen war nicht so angenehm wie die Tatsache in dieser Kostümierung vor dutzenden gaffenden Männer zu treten sie wollte nicht von einem Typen wie Galloway angeglotzt werden und auch nicht von allen anderen warum lässt du das Tuch nicht weg fragte Axel zuckend Lee schenkte ihm einen frostigen Blick weil ich ohnehin schon albern aussehe fauchte sie sie für einen Moment wirkte er als hätte sie ihn geschlagen die Schulter gestrafft und den Rücken durchgedrückt wirkte sich ein gekünsteltes lächeln ab selbstverständlich wirst du jetzt meinem Weib eine neue Garderobe erhalten die deinem Stand entspricht sobald die Händler hier eintreffen werde ich dafür Sorge tragen ich bedauere dass ich dem Moment nichts besseres bieten kann Lee fuhr sich mit einer männlichen ehre verletzt warum waren männer bloß so kompliziert drückte sie sich wirklich jedes mal so missverständlich aus ernüchtert sah sie ihm ins Gesicht versteh mich doch es geht nicht um eine neue Garderobe in einer missmutigen Geste hob sie die Hände und schlug dann wütend auf den Rock ihres Kleides als das Tuch erneut verrutschte sie war es leid auszusehen wie Clown eigentlich will ich dich nicht einmal heiraten aber wenn du darauf bestehst dann wenigstens in einem Kleid in dem ich mich wohl fühle und nicht in etwas womit ich aussehe als hätte ich mich für ein Theaterstück customiert sie mich an Reuss sie hob die Hände und zeigt ihm die kurzen Ärmel es passt nicht es ist zu klein und zu kurz ob gleich Kalein sich wirklich bemüht hat Herr Gott lieber heirate ich dich in langen Nachthemd mit Blumen im Haar auf einer einsamen Lichtung als mich von allen Anwohnern des Hauses und einem seltsamen Söldnern anstorren zu lassen sie werden alle darauf warten dass der Stoff jeden Moment nachgibt und ich vor ihn stehe ist das dein Ernst irritiert runzelte sie die Stirn was ist mein Ernst einen Moment starrte sie schweigend an und es war nicht zu übersehen dass es in seinem Kopf arbeitete bist du bereit freiwillig und ohne jeden Zwang meine Frau zu werden wenn ich dir diesen Wunsch erfülle wollte er wissen ihr blieb für einen Moment der Mund offen stehen und sie sah ihn sprachlos an er war bereit zu einem Kompromiss diese Möglichkeit bietest du mir tatsächlich wenn ich ja sage fragte sie zurück du hast meine Frage nicht beantwortet stellte er fest ihr lag eine spitze Bemerkung auf der Zunge aber Lee schluckte sie herunter wenn sie in diesem Aufzug nicht vor gut 100 geifern Männer treten musste dann war sie zu so einigem bereit aus der Zwickmühle ihn heiraten zu wissen kam sie ohnehin nicht mehr heraus und ganz unangenehm wie Zitat war der Gedanke sich an ihm zu binden gar nicht vielleicht konnte sie über die Kondition ihrer Ehe auch noch verhandeln ob gleich sie sein versprechen dass sie in ehelichen Pflicht nicht nachkommen musste in gewisser Weise bedauerte hielt sie es keinesfalls nur für leere Worte vor zwei Tagen wäre sie blind links bis ans Ende der Welt gefolgt sie hätte ihn nackt im Schnee geheirat wenn es nötig gewesen wäre aber er hat eine Entscheidung getroffen wenn er zu Zugeständnissen bereit war dann war sie es auch Hauptsache sie musste nicht in diesem Aufzug vor den Clan treten Li gab sich einen Ruck ja ich heirate dich ohne morren wenn du mit diesen Wunsch erfüllst lass mich nur dieses Kleid ausziehen du hast gesagt du willst ein Nachthemd und Blumen im Haar sie betrachtete ihn prüfend es war ein Anflug der Leichtigkeit mit der sie sich noch vor einem Tag begegnet war ein vorsichtiges scherzen etwas in der Art gab sie leise zurück ich habe also meine eigenen Vorstellungen Reus nickte ich schicke die Kaleine und Ideen berate dich mit ihnen vielleicht können sie es aus ein paar anderen Stücken zusammenschneidern er deutete auf die Truhe mit den Kladern seiner Frau nutzt was ihr braucht um Mitternacht hole ich dich ab ohne ihr die Zeit zu lassen vielleicht doch noch ein Veto einzulegen wandte er sich ab und verschwand Lee hatte keine Ahnung was er vor hatte und ob tatsächlich die Hochzeit einfach auf einen späteren Zeitpunkt verlegte dennoch machte sich warme Erleichterung in ihr bereit Als Reuss kurz nach Mitternacht den Schlafzimmer betrat fand er es leer vor Stimmen drang aus dem Badezimmer nebenan und als er nach seiner Braut rief öffnete sich die Tür Die beiden Märkte knicksten lächelnd und verschwanden mit leisen Kichern hinaus in den Flur Lee trat in das Schlafzimmer Sie trug ein bodenlanges fließendes Gewand aus weißer Seide und Ahren ließ Weite Ärmel mit Spitze bestickt bedeckten ihre Arme bis zu den Handgelenken Das Oberteil schmiedte sich eng an ihren Körper Erst knapp unter der Brust lag der Stoff locker in weichen Falten und umspielte ihre schmale Gestalt wie ein Windhauch Bei jedem Schritt zeichneten sich ihre Konturen ab ohne mehr als nötig preiszugeben Es war einfach und schlicht und doch ersten Frau Der Schal den sie schon am Nachmittag getragen hatte lag locker auf ihrer bloßen Schultern Die Mädchen hatten ihr das kurze Haar mit viel Mühe gebändigt es glatt an den Kopf gekämmt und einen lockeren Kranz aus getrockneten Getreidehalmen auf ihr Haupt gebettet Dünne Pantoffeln bedeckten ihre Füße Unsicher sah ihn an und knetete ihre Finger Ihm wurde bewusst dass er dastand und sie mit offenem Mund angaffte räuspernd bemühte er sich um ein wenig mehr Haltung Du bist wunderschön Im gleichen Moment hätte er sich am liebsten auf die Zunge gebissen aber die Worte waren schneller heraus als er verstand es hätte verhindern können Natürlich war sie wunderschön tausendmal schöner als in diesem zu klein geraten Gewand vor wenigen Stunden auch wenn dieser Ausschnitt nicht ansatzweise so üppig und einladend war dennoch hat er ihnen nichts von seinen Gefühlen offenbaren wollen es stand ihm nicht zu sie zu verehren als er ihr in die Augen sah strahlte sie ihn an und er vergaß was sie noch hatte sagen wollen für einen Moment war sie eben jene fröhliche Braut der sich für einen solchen Tag immer ersehnt hatte selbst Arianna hat ihm bei der Trauung mit Grieß Grimm im Gesicht gegenüber gestanden ihm wurde warm und er hätte sein Schwertarm dafür hergegeben lieh in diesem Moment an sich ziehen zu dürfen um sie zu küssen das Verlangen ihr das Kleid von den Schultern zu streifen und sich auf seine Art zu entschuldigen wurde einen Augenblick fast übermächtig mit einem Ruck straffte er sich bist du bereit eigentlich immer noch zwang diesen Schritt zu gehen wie konnte er erwarten dass sie ihm tatsächlich voller Zuversicht folgte sie tat das hier nicht aus Zuneigung für ihn zu seiner Überraschung legte sie ihre Finger dennoch in seine und nickte in ihren Augen lag ein so intensives Leuchten dass es ihm einen Moment den Atem raubte er schluckte höhte sie in den Fellmantel der sie gegen die kälte in der Halle Stille erführte die große Burg um diese Uhrzeit hatten sich fast alle Bewohner zur Nachtruhe begeben dem Gesinnene und den Söldner hatte Reuss zugestanden dass sie am nächsten Tag zu Ehren seiner Vermählung das Wildschwein verspeisen und ein paar Fässer Mehl leeren dürften die erste Feier seit einer gefühlten Ewigkeit das Gerede und Getuschel würde deshalb nicht verstummen dass nächsten Wochen und Monaten noch für reichlich Gesprächsstoff sorgen doch eine Feier wäre eine Zerstreuung für alle würde die Zweifler zumindest eine Weile gnädig stimmen Wulf erwartete sie vor dem großen Tor das den äußeren Burg durchbrach sein Blick war finster als er Lian sah sie ahnte dass er ihr die Lüge nicht so schnell verzeihen würde vielleicht würde er niemals wieder auf seine Kiger hatte nur den Kopf geschüttelt und den Worten keinen Glauben geschenkt natürlich wunderte sie das nicht Lies Schultern sank ein Stück hinab sie betrachtete bedauernd seinen breiten Rücken während er schweigend vor ihnen durch die kalte Nacht stapfte frössinn zog sie das Fell enger um die Schultern ignorierte ihre kalten Füße und holte Luft um etwas zu dem vor ihn Wandernden Mann zu sagen doch der sanfte Druck von Reus Fingern hielt sie zurück als sie ihn ansah schüttelte er leicht den Kopf und lieferstand dass dies oftmal der falsche Zeitpunkt war um Wulf um Verzeihung zu bitten das Kind auf die Brust gesenkt folgte sie den beiden Männern zu einem Platz weit außerhalb der Burg Mauern auf einer sanften Anhöhe über den Wasser ragten ein alter Mann mit langen weißem Haar und mindestens so langen Bart blickte ihn entgegen auch ohne ihn zu kennen war klar dass das der Druide sein musste von dem Reus gesprochen hatte der Mann der die Zeremonie vornahm und sie miteinander vermählte sie verknifft sich ein Grinsen dieser Mann entsprach so sehr dem Klischee eines weisen alten Zauberers das in ihrem Gegensahen und sie durchdringend musterten ließen ihr belustiges Lächeln allerdings ebenso rasch verschwinden wie es gekommen war in seinem Blick lang weder Güte noch Besonnenheit sondern Schärfe und etwas das einen geheimen Wahnsinn grenzte er runzelte deutlich die Stirn als sie näher kam und die buschigen weißen brauen zogen sich nachdenklich zusammen wortlos nickte der Wulf zu und wandte sich dann an Reuss vor dem Druiden blieben sie stehen der warme Bariton mit dem er zu sprechen begann mochte so gar nicht zum stechenden Blick passen mit dem er eben noch beäugt hatte unwillkürlich rückte sie näher an dem Mann an ihrer Seite und erwiderte den Druck von Reuss Fingern als er nach ihrer Hand griff sie war plötzlich von einer unangenehmen Kälte erfüllt die nicht vom Winter dieses Landes her rührte sondern irgendwo tief in ihrer selbst entstand Reuss Callahan Oberhaupt der McCallahans Clan Führer du bist willens uns bereit dieses Weib zu der Gemahlin zu nehmen sein Blick streifte Lino kurz du wirst ihr Mann und Verbündeter sein euren Kindern ein Vater und Vorbild du wirst sie schützen und für sie kämpfen so ist mein Wille so ist mein Wunsch erwiderte Reuss mit klarer Stimme Lee schluckte und versuchte der Aufregung die sie von einem Moment auf den anderen überfiel Herr zu werden der Druide wandte sich ihr zu und unterzog sie einem weiteren prüfenden Blick sie zitterte Lee Mündel des Clans McKellahen Braut des Clan Führers bist du willens und bereit diesen Mann zu dem Gemahl zu nehmen du wirst ihm Frauen Vertraute sein euren Kindern eine Mutter und Gelehrte du wirst sie hüten und verteidigen tief durchatmen streckte Lee das Kind vor begegnete dem durchdringenden Blick des Druides mit offenem Trotz und sah dann Reuss an so ist mein Wille so ist mein Wunsch der Druide senkte den Kopf und stimmte einen seltsamen Sing Sang an die Augen auf Reuss gerichtet der ihrem Blick begegnete hörte sie gar nicht mehr hin Lich bütt die Tränen die ihren Hals aus ihrem Gedächtnis zu löschen Wut und Enttäuschung sollten endlich verschwinden sie wollten ihm vertrauen können und spüren dass er auch ihr vertraute es war offensichtlich dass Reuss seit ihrer Rückkehr alles getan hatte damit sie sich wohl fühlte er war ja sogar in Bezug auf ihrem Wunsch zu dieser Eheschließung entgegen gekommen doch nach ihrem letzten Zusammenstoß und seinem sexuellen Übergriff lag dieser Vorfall wie ein dunkler Schatten über ihn bei all der Normalität um die sich beide bemühten würde diese Begebenheit so lange zwischen ihnen stehen bis sie endlich darüber redeten allerdings deutete sie bislang nicht an dass Reuss im Gespräch bereit wäre Lies Ärger und Zorn waren längst in der tiefen Trauer gewichen Trauer und Mutlosigkeit die sich in ihr fest setzten als wollte sie nie wieder loslassen ein Teil von ihr wollte sich Reuss in die Arme werfen vergessen was geschehen war und das nehmen was er ihr gab sie wusste es wäre ein leichtes gewesen aber alles was sie in diesem neuen Leben noch besaß war ihr stolz Reuss hat ihr keine körperliche Qual zugefügt doch die abweisende Art mit der ihr gegenüber begegnet war verletzte sie mehr als alles andere im Augenblick fiel er nichts schwerer als ihm seine zurückweisung zu verzeihen trotz all der Zugeständnisse und seiner Entschuldigung hat er sich nie wirklich zu ihr gesetzt und hören wollen was sie zu sagen hatte wie gern hätte sie diese Ehe anders begonnen doch die Angst wieder von ihm weggestoßen zu werden hielt sie davon ab sich ihm noch einmal zu offenbaren zu oft war sie schon von Menschen enttäuscht worden und jedes Mal tat das aufs neue weh aber der Mann der ihr das Herz geraubt hatte besaß eine ganz andere Macht über sie eines Tages würde sie damit vernichten eine Träne löste sich von ihren Wimpern und floss unbeachtet über ihre Wange sie sah das bedauern in Roy's Blick der offensichtlich seine eigenen Rückschlüsse darauf zog für den unangenehmen Blick mit dem er sie und Roy's bedachte vor den Göttern unserer Welt seid ihr nun ein einander gleich gestellt mögen euch ein langes gemeinsames Leben und eure Vereinigung viele Nachkommen vergönnt sein er hob die Hände über ihre geneigten Köpfe seine Augen verengten sich unmerklich als er lieh ansah sie starrte einen Moment lang irritiert zu Boden sich räuspernd verschränkte der Druide bedächtigt die Arme vor der Brust und schob die Hände in die weiten Ärmel seines Mantels aufmerksam betrachtete er Lee die seinen Blick zögernd erwiderte die unangenehme Schärfe war weitgehend aus seinen Augen verschwunden dennoch fühlte sie sich zutiefst verunsichert du bist anders stellte er unumwunden fest du bist kein Kind dieser Welt und doch scheint es als hätte das Leben sich selbst hierher gerufen Lee blinzelte hektisch und starrte ihn nur an als Reuss ihre Hand drückte und ein Stück näher zu ihr trat hätte sie am liebsten umarmt der Druide ließ sich davon nicht beirren er sah sie nur an in seinen Augen lag eine fast wissenschaftliche Neugier kein Vorwurf wer bist du sie zuckte die Schultern und wirklich unheimlich und sie wollte ihm nichts von den Dingen erzählen die sie Reuss offenbart hatte allerdings fühlte sie sich im Zwiespalt immerhin vertraute Reuss ihm genug um sich von ihm mit ihr familien zu lassen vartes sie kann sich nur ein wenig erinnern gab Reuss an ihrer Stelle zurück nicht einmal an ihren wirklichen Namen sie hat mir erzählt dass viele verworrene Bilder in ihrem Kopf sein die nicht zusammen passen ihr einen Arm um die Schulter legend zog er ein Stück an seine Brust und sie schloss für einen Moment die Augen dieses Gefühl von ihm gehalten zu werden wollte sie sich auf ewig einprägen wir warten darauf dass die Erinnerungen irgendwann zurück kommen der 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 Ruhide nickte langsam ja das Licht das sie umgibt ist durchlässig voller blinder gekommen es fehlt dass sie ganz und stark machen wird sein Blick wurde verhangen plötzlich flatterten seine Augenlider und er schüttelte seinen ganzen Körper Lee zuckte zusammen sie wollte vor ihm zurück weichen doch Reus hielt sie fest an seine Seite es war gruselig wie Fates Gesicht sich veränderte Lee rückte enger an Reus der mit grimmiger Miene neben ihr stand als sie fragen wollte was mit dem Druiden sei gab Fates ein langgezogenes Heulen von sich das ihr durch und durch ging er riss die Augen auf den Kopf in den Nacken gelegt die Augäpfel waren verdreht so dass sie nur das Weiße erkennen konnte und seine Stimme hatte nichts mehr gemein mit dem warmen Bariton der ihm noch vor wenigen Sekunden gehört hatte sie wird erwachen und vernichten sie wird Feuer und Angespannt und mit steifem Rücken saß Lee auf dem kunstvoll gedrechselten Stuhl der am Schlafzimmer neben dem Fenster stand Reuss war schon vor einer gefühlten Ewigkeit ins Bad neben an verschwunden während sie nervös versuchte den Gedanken daran zu verdrängen dass ihre Hochzeitsnacht vor ihnen lag eine Hochzeitsnacht die eigentlich keine war sie zweifelte nicht daran dass er sein versprechen sich ihr immer noch zu ihm hingezogen sie hatten nur diese wenigen Momente geteilt sie sehnte sich danach in seiner Arm zu liegen und von ihm berührt zu werden stattdessen fühlte sie sich verraten und ungerecht behandelt sie vermisste ihn die letzten Stunden hatten viele weitere Fragen in ihr aufgeworfen und ihrem Kopf drehte sich alles wie sollte es nun weiter gehen was erwartete sie von dieser Ehe sie mussten endlich miteinander reden sie wollte sich nicht ständig selbst fragen worauf sie als nächstes zu achten hatte und sie wollte nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen müssen nachdem Fathas wieder aus einem tranceartigen Zustand erwacht war hatten sich drei Augenpaare auf Liege heftet und sie lange angesehen dann waren sie wortlos in den Spuren von Fathas und Wulf laufend zur Burg zurück gewandert wegen der leichten Schuhe und der viel zu dünnen Kleidung schlotternd vor Kälte war sie dankbar gewesen als sie endlich die Wärme der Halle erreicht hatten sie hatte sich gefühlt als wäre ihr Haut bereits bei einer dünnen Eisschicht überzogen und ihre Füße nicht so weiter als zwei abgestorben Klumpen Fleisch kam hatte leider nicht geholfen Wulf war mit knappen Nicken davon gestapft und zu seinem Lager verschwunden Fathas hatte erhoben ihren König den Kopf gesenkt und sich in sein Gästequartier zurückgezogen kein Geplapper keine Glückwünsche sie waren zurückgekehrt als wäre nichts geschehen ziemlich frustriert war sie Reuss schließlich in das Schlafzimmer gefolgt und hatte unschlüssig in der Tür gestanden die Zusammenkunft mit Fathas und sein seltsames Verhalten hatte sie verwirrt sie hatte Reuss angestarrt und nicht mehr schweigen können was war das sekundenlang hat er sie nur angesehen er seinen eigenen Fellmantel aufs Bett geworfen und den Schultern gezuckt hatte Fathas ist ein Seher er hat eine Vision eine Vorhersage die unweitere Ungewissheit schüren soll aber ich gebe nichts auf abergläubisches Geschwitz du vielleicht nicht man wird dich im Auge behalten hatte Reuss bekannt und sie auf merkwürdige Weise angesehen zu seltsam wird alles für sie sein was dich betrifft erst erscheinst du hier als Mann verkleidet und nun eine Prophezeiung in der von Tod und Leben die Rede ist bleib wachsam Clan Herren er hatte ihr zugenickt und war ins Bad verschwunden während sie grübelnd zurückgeblieben war und ihre wild durcheinander wirbende Gedanken zu ordnen versucht hatte einen Moment lang hatte sie sich fast dazu verleiten lassen zu lachen als vaters die Augen verdreht hatte doch sein Anblick hat dafür gesorgt dass sie im Hals stecken blieb diese Welt war noch viel seltsamer als sie bislang geglaubt hatte denn seufzer stand sie auf streifte die war strich unangenehm an ihre knöchel entlang und sie hätte viel für ein paar jogging hosen und kuschelige socken gegeben nervös fuhr sie sich mit den fingern durch das kurze haar wirklich wohl fühlte sie sich nicht in ihrer haut clan herrin sie nestelte an dem schal der um ihre schultern lag während sie langsam am bett vorbei wanderte das misstrauen der meisten menschen hier würde weiter wachsen auch dank der worte des druiden was ihre beziehung zu ihrem ehemann anging sie hatte keine ahnung wie das funktionieren sollte ihr ehemann mit einem bitteren lächeln schüttelte sie den kopf in ihrer eigenen zeit hatte sie als altmulch gegolten weil sie sich immer ein spießiges traditionelles leben gewünscht hatte einen Mann der sie liebte Kinder die sie behüten und aufwachsen sehen konnte lee hätte sich gerne als treusorge und liebevolle ehefrau gewähnt die daheim mit dem essen wartete es war ihr nicht gelungen und sie hatte ihren wunsch nach einem intakten familienleben begraben ihr waren nur wenige Männer begegnet die interesse an ihr hatten und nur einer mit dem sie tatsächlich ein paar mal ausgegangen war sie hatte sogar einmal geglaubt verliebt zu an dem Punkt als lee sich weigerte mit ihm zu schlafen hatte ihr den laufpass gegeben und sie hatte sich tagelang die augen aus dem kopf geweint sie hatte sich ständig gefragt was falsch mit ihr war andere frauen warteten auch nicht auf die ganz große liebe die es ohnehin nicht zu geben schien trotzdem waren sie zufrieden mit ihrem leben mit über 20 noch jungfrau zu sein machte sie in ihrer Welt jedoch zu einem kurosium eine frühere schulfreundin hat ihr irgendwann gesagt sie sei zu romantisch und zu wählerisch es sei Zeit ihre ansprüche herunter zu schrauben wenn sie noch jemanden abbekommen wollte lee hielt sich weder für hässlich noch für wunderschön selbst jemand mit ihrem durchschnittlichen aussehen hätte vermutlich ein aufregenderes liebesleben haben können doch sie hatte das nicht hören wollen in all der Zeit war sie immer der Meinung gewesen sie müsste sich nicht an jeden der hergelaufenen Typen verschenken nur um nicht allein zu sein stattdessen hatte sie auf den einen gewartet den der das blut in ihren Ohren rauschen ließ und ihr schweiß nasse Hände bescherte sie wusste es war die richtige Entscheidung gewesen mit Reuss zu schlafen er war der Mann mit dem sie dieses erste mal hatte erleben wollen der eine der ihr diesen besonderen Moment geschenkt hatte kein anderer hätte ihr das geben können was er ihr gegeben hatte eigentlich hätte sie zufrieden sein müssen genau genommen hatte sie tatsächlich das bekommen was sie sich immer gewünscht hatte sie befand sich in einer traditionellen Beziehung mit einem Mann verheiratet mit einem echten Kerl rau und einnehmend mit starken Muskeln und altmodischen Ansichten ein Kerl der sein Fleisch fast roh verzerrte sich mit anderen Kerlen schlug und den sie erst seit fünf Tagen kannte ein Kerl dem sie sich vor 48 Stunden noch hemmungslos hingegeben hatte und dessen Berührungen sie bereits jetzt schmerzlich vermisste zum ersten Mal in ihrem Leben hatte sie sich Hals über Kopf verliebt wirklich verliebt und ihr Auserwählter hatte in aller Klarheit zu verstehen gegeben dass Gefühle ein Fehler waren er würde sie niemals zurück lieben Kerle wie er hatten keine Gefühle das hatte er nicht nur gesagt sondern ihr auch gezeigt bedrückt schüttelte sie den Kopf ihr war schleierhaft wie diese Beziehung funktionieren sollte der Gedanke daran dass sie ihr Leben künftig an der Seite eines Mannes führen würde dem ihre Anwesenheit zuwider war erschreckte sie zutiefst es war nicht das erste Mal dass sie sich so unwillkommen und ungeliebt fühlte ihr Vater war auch immer kalt und abweisend gewesen vielleicht war das der Grund warum sie selbst sich so schmerzlich nach Beständigkeit gesehnt hatte nach einem Mann der sie liebte nach Kindern denen sie all die Zuneigung schenken durfte die sie verdienten lie schluckte möglicherweise war es Zeit eine Entscheidung zu treffen sie musste wissen woran sie war sie wollte nicht irgendwann voller Verzweiflung auch dieses Leben beenden weil sie resignierte wieder einmal feige vor ihrer Bestimmung flog es durfte einfach nicht sein dass das Schicksal ihr diese Chance gab damit sie vom Regen in die Traufe stürzte da war es besser ehrlich eine Grenze zu ziehen und sich zu arrangieren als ständig abwägen zu müssen was sie tun durfte und was nicht auch für sie selbst war es an der Zeit sich zu entscheiden als Reuss wieder schlaf gemacht trat stand Lee an der gegenüberliegenden Wand ihre mühsam von den Mädchen gerichtete Frisur war zerstört nachdem sie gefühlte hundertmal mit den Fingern hindurch gefahren war sie fühlte sich elend weil sie nicht wusste wie sie ein sachliches gespräch mit Reuss beginnen sollte wenn sie selbst emotional so aufgewühlt war solltest du die befürchtung hegen dass ich gegen meines versprechens auf den vollzug unserer verbindung bestehe so kann ich dich beruhigen bemerkte er sie drehte sich zu ihm um und starrte ihn einen Moment verwirrt an sein Anblick brachte sie aus dem Konzept das feuchte Haar das offenstehende Hemd und den darunter hervorblitzenden Haare die seine Brust bedeckten die Tatsache dass sie sehr wohl wusste was er unter dem Kill trug nämlich nichts sie schüttelte den Kopf und versuchte die verlockenden Bilder loszuwerden ja nein verlegen brach sie ab ich meine ich weiß natürlich was du gesagt hast mir ist bewusst dass du mir nicht traust stellte Reuss fest und trat neben das Bett als er sich das Hemd auszog bewunderte sie das beeindruckende Spiel seiner Muskeln dennoch werde ich dir mein Schlaf gemacht nicht überlassen es würden zu viele Fragen aufwerfen die ich nicht gewillt bin zu beantworten Lee schüttelte erneut den Kopf und machte einen einzelnen Schritt in seine Richtung tiefe Sehnsucht schwappte eine warme Welle über sie hinweg das ist es nicht flüsterte sie reusperte sich und zwang sich dazu seine nackte Brust nicht anzustarren ich weiß dass du dein Versprechen halten wirst die Finger ineinander verschränkt senkte sie den Blick und starrte einen Moment gedanken verloren auf ihre Zehe die unter dem Saum des Kleides hervor blitzten es war unmöglich sich in dem Zustand in dem sich gerade befand neben ihn zu legen und auch nur über Schlaf nachzudenken unruhig hob sie das Kinn er stand immer noch wartend neben dem Bett und sah sie an verflixt warum musste er so verdammt gut aussehen als wäre er gerade weg einem dieser schnulzigen Liebesromane entstiegen die sie in ihrem alten Leben so gern gelesen hatte und warum war ihr eigener Körper so verräterig und reagierte selbst dann auf seine Anwesenheit wenn er sie nicht einmal berührte es machte sie wütend dass er trotz allem immer noch so nett zu ihr war er hätte einfach auf sein recht bestehen können schließlich war er der Clan her niemand würde ihr zur Hilfe eilen wenn er sich einfach nahm was er wollte warum tust du das alles wollte sie wissen zwischen seinen Augenbrauen bildete sich eine steile Falte und sie machte eine alles umfassende Geste du hättest mich nicht heiraten müssen nie mehr hätte er von dem erfahren was zwischen uns geschehen ist sein Gesicht verfinsterte sich vor einem Moment auf den anderen und sie verfluchte sich im stillen selbst das waren genau die falschen Worte ich weiß es gab er zurück für mich ist das Grund genug aber du bist mir nicht schuldig warf sie ein ich habe mich dir freiwillig hingegeben und auch beim letzten Mal war es eigentlich nur deine Wut die dich geleitet hat du hast mir keinen körperlichen schmerz zugefügt seine Schulterpartie spannte sichtlich es war deutlich zu sehen wie unangenehm es ihm war dass sie das Thema zur Sprache brachte was ich getan habe ist unverzeihlich entgegnete er mit frostiger Stimme es wird nicht wieder vorkommen künftig werde ich dich mit dem dir gebührenden respekt behandeln er deutete brüsk auf die hinter ihm liegende kammer wenn du dich für die nacht vorbereiten möchtest so kannst du den baderung ungestört nutzen ich lege mich zur ruhe gute nacht ohne sie noch einmal fälle schweigend drehte er ihr den rücken zu für ihn war das gespräch beendet vor frustration hätte li am liebsten laut aufgeschrien so hatte sie sich diese aussprache nicht vorgestellt sie wollte reden und aus der welt schaffen was zwischen ihnen stand aber sie hatte nicht den mut die diskussion weiter zu führen mit geballten fäusten zwang sie sich an dem bett vorbei und ins bad ihre trolle zu bekommen trat sie neben das schmale fenster und lehnte den kopf an den kühlen stein vielleicht war es einfach ihr schicksal dass sie kein glück mit zwischenmenschlichen beziehungen hatte der einzige mensch der sie angenommen hatte wie sie war war ihre mutter gewesen aber die war nicht mehr da lie war allein ganz gleich in welcher welt seufzen zog sie sich aus wusch sich einem tischchen auf dem ein wasserkrug samt waschschüssel stand und überlegte einen moment ihr kleid wieder anzuziehen es viel strebte ihr sich erneut in diesem gewand zu hüllen das war ihr brautkleid und kein nachthemd ganz davon abgesehen dass der sauben immer noch nass und schwer vom schnee war nackt schlich sie zur tür öffnete sie ihren spaltbreit und lugte vorsichtig ins schlafzimmer im halbdunkel des schwachen kaminfeuers konnte sie reuss gestalten schwer ausmachen er schien zu schlafen sein brustkorb hob und senkte sich unter regelmäßigen ruhigen atemzügen sie fröstelte die kälte die sich durch das heruntergebrannte feuer breit machte verursachte ihr eine gänsehaut wenn sie ins bett wollte sollte sie es sofort tun für den bruchteil einer sekunde belegte sie sich wenigst mit dem schal zu umhüllen um einen teil ihrer blöße zu bedecken aber dann war es jedoch zu albern selbst wenn er aufwachte hatte sie nicht zu befürchten er hatte sie schnackt gesehen und er würde sich ihr nähern wenn sie danach verlangte falsche scham war hier fehl am platz die schulter gestraft nahm sie ihren mut zusammen verließ das berührt blieb sie stehen und scharrte zum Bett hinüber sein murmeln war kaum verständlich gewesen aber doch deutlich genug um ihn nicht zu überhören Lee zitterte er hatte die Augen geschlossen oder hitze breitete sich auf ihren wangen aus peinlich berührt wandte sie sich dem kamin zu ging davon die knie und warf drei holzscheite in die kaum noch sichtbaren flammen einen Moment blieb sie hocken wo sie war und sah dabei zu wie das feuer gierig nach frücher Nahrung züngelte das war gerade noch mal gut gegangen rasch huschte sie zu ihrer seite des bettes hinüber löschte die kerze auf den kleinen tisch und kroch zwischen die felle schlotternd versuchte sie sich darin ein zu wickeln die Wärme kehrte zwar zügig in den raum zurück aber die kälte in ihr selbst konnte es nicht vertreiben